Das Waldhaus Ein armer Holzhauer lebte mit seiner Frau und drei Töchtern in einer kleinen Hütte am Rande eines einsamen Waldes. Eines Morgens, als er wieder an seiner Arbeit wollte, sagte er zu seiner Frau, Lass mir mein Mittagbrot von dem ältesten Mädchen hinaus in den Wald bringen. Ich werde sonst nicht fertig. Und damit es sich nicht verirrt, setzte er hinzu, so will ich ein Beute mit Hirsen mitnehmen und die Körner auf den Weg streuen. Als nun die Sonne mitten über dem Walde stand, machte sich das Mädchen mit einem Topf voll Suppe auf den Weg. Aber die Feld- und Waldsperlinge, die Lerchen und Finken, Amsinn und Zeisige hatten die Hirsen schon längst aufgepickt und das Mädchen konnte die Spur nicht finden. Da ging es auf gut Glück immer fort, bis die Sonne sank und die Nacht einbrach. Die Bäume rauschten in der Dunkelheit, die Eulen schnarrten und es fing an, ihm Angst zu werten. Da erblickte es in der Ferne ein Licht, das zwischen den Bäumen blinkte. Dort sollen wohl Leute wohnen, dachte es, die mich über Nacht behalten und ging auf das Licht zu. Nicht lange so kam es an ein Haus, dessen Fenster erleuchtet waren. Es klopfte an und eine raue Stimme rief von innen herein. Das Mädchen trat auf die dunkle Diele und pochte an die Stubentür. Nur herein, rief die Stimme und als es öffnete, saß da ein alter, eisgrauer Mann an dem Tisch, hatte das Gesicht auf die beiden Hände gestützt und sein weißer Bart floss über den Tisch herab, fast bis auf die Erde. Am Ofen lagen drei Tiere, ein Hühnchen, ein Hähnchen und eine bunt gescheckte Kuh. Das Mädchen erzählte dem Alten seinen Schicksal und bat um ein Nachtlager. Der Mann sprach, »Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu?« »Docks«, antworten die Tiere, »und das musste wohl heißen, wir sind es zufrieden.« Denn der Alte sprach weiter, »Hier ist Hülle und Fülle, geh hinaus an den Herd und koch uns ein Abendessen.« Das Mädchen fand in der Küche Überfluss an allem und kochte eine gute Speise, aber an die Tiere dachte es nicht. Es trug die volle Schüsse auf den Tisch, setzte sich zu dem grauen Mann, aß und stillte seinen Hunger. Als es satt war, sprach es, »Aber jetzt bin ich müde, wo ist dein Bett, in das ich mich legen und schlafen kann?« Die Tiere antworteten, »Du hast mit ihm gegessen, du hast mit ihm getrunken, du hast an uns gar nicht gedacht. Nun, sieh auch, wo du bleibst die Nacht.« Da sprach der Alte, »Steig nur die Treppe hinauf, so wirst du eine Kammer mit zwei Betten finden. Schüttle sie auf und deck sie mit weißen Leinen, so will ich auch kommen und mich schlafen legen.« Das Mädchen stieg hinauf und als es die Betten geschüttet und frisch gedeckt, hatte, legte er es sich in das eine, ohne weiter auf den Alten zu warten. Noch einiger Zeit aber kam der graue Mann, beleuchtete das Mädchen mit dem Licht und schüttelte mit dem Kopf. Und als er sah, dass es fest eingeschlafen war, öffnete er eine Falltüre und ließ es in den Keller sinken. Der Holzhauer kam am späten Abend nach Haus und machte seiner Frau Vorwürfe, dass sie ihn den ganzen Tag habe hungern lassen. »Ich habe keine Schuld,« antwortete sie. »Das Mädchen ist mit dem Mittagessen hinausgegangen. Es muss sich verirrt haben. Morgen wird es schon wieder kommen.« Vor Tag aber stand der Holzhauer auf, wollte in den Wald und verlangte die zweite Tochter, sollte ihm diesmal das Essen bringen. »Ich will einen Beute mit Linsen mitnehmen,« sagte er. »Die Körner sind größer als Hirsen. Das Mädchen wird sie besser sehen und kann den Weg nicht verfehlen.« Zur Mittagszeit trug auch das Mädchen die Speise hinaus, aber die Linsen waren verschwunden. Die Waldvögel hatten sie wie am vorigen Tag aufgepickt und keine übrig gelassen. Das Mädchen irrte im Wald umher, bis es Nacht ward. Da kam es ebenfalls zu dem Haus des Alten, ward hereingerufen und bat um Speise und Nachtlager. Der Mann mit dem weißen Barte fragte wieder die Tiere. »Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du schöne bunte Kuh, was sagst du dazu?« Die Tiere antworteten abermals dux, und es geschah alles wie am vorigen Tag. Das Mädchen kochte eine gute Speise, aß und trank mit dem Alten und kümmerte sich nicht um die Tiere. Als es sich nach seinem Nachtlager erkundigte, antworteten sie, »Du hast mit ihm gegessen, du hast mit ihm getrunken, du hast an uns gar nicht gedacht. Nun sieh auch, wo du bleibst, die Nacht.« Als es eingeschlafen war, kam der Alte, betrachtete es mit Kopfschütteln und ließ es in den Keller hinab. Am dritten Morgen sprach der Holzhacker zu seiner Frau, »Schick mir heute unser jüngstes Kind mit dem Essen hinaus, das ist immer gut und gehorsam gewesen. Das wird auf den rechten Weg bleiben und nicht wie seine Schwester an die wilden Hummeln herumschwärmen.« Die Mutter wollte nicht und sprach, »Soll ich mein liebstes Kind auch noch verlieren?« »Sei ohne Sorge«, antwortete er, »das Mädchen verirrt sich nicht, das ist so klug und verständig. Zum Überfluss will ich Erbsen mitnehmen und ausstreuen, die sind noch größer als Linsen und werden ihm den Weg zeigen.« Aber als das Mädchen mit dem Korb am Arm hinauskam, so hatten die Waldtauben die Erbsen schon im Kropf und es wusste nicht, wohin es wenden sollte. Es war voll Sorge und dachte beständig daran, wie der arme Vater hungern und die gute Mutter jammern würde, wenn es ausbliebe. Endlich, als es fünster war, erblickte es das Lichtchen und kam an das Waldhaus. Es bat ganz freundlich, sie möchten es über Nacht beherbergen. Der Mann mit dem weißen Bart fragte wieder seine Tiere, »Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du schöne bunte Kuh, was sagst du dazu?« »Duchs«, sagten sie. Da trat das Mädchen an den Ofen, wo die Tiere lagen, und liebkoste Hühnchen und Hähnchen, indem es mit der Hand über die glatten Federn hinstrich. Und die bunte Kuh kraute es zwischen den Hörnern. Und als es auf Geheiß des Alten eine gute Suppe bereitet hatte und die Schüssel auf dem Tisch stand, so sprach es, »Soll ich mich sättigen und die guten Tiere sollen nichts haben? Draußen ist die Hülle und Fülle, erst will ich für sie sorgen.« Da ging es, holte Gerste und streute sie dem Hühnchen und Hähnchen vor und brachte der Kuh wohlriechendes Heu, einen ganzen Arm voll. »Lasst euch schmecken, ihr lieben Tiere«, sagte es, »und wenn ihr durstig seid, sollt ihr auch einen frischen Trunk haben.« Dann trug es einen Eimer voll Wasser herein und Hühnchen und Hähnchen sprangen auf den Rand, steckten den Schnabel hinein und hielten die Kopf dann in die Höhe, wie die Vögel trinken. Und die bunte Kuh tat auch einen herzhaften Zug. Als die Tiere gefüttert waren, setzte sich das Mädchen zu dem Alten an den Tisch und aß, was er ihm übrig gelassen hatte. Nicht lange, so fing Hühnchen und Hähnchen an, das Köpfchen zwischen die Flügel zu stecken und die bunte Kuh blinzelte mit den Augen. Da sprach das Mädchen, »Sollen wir uns nicht zur Ruhe begeben? Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du schöne bunte Kuh, was sagst du dazu?« Die Tiere antworteten, »Dux, du hast mit uns gegessen, du hast mit uns getrunken, du hast uns alle wohl bedacht. Wir wünschen dir eine gute Nacht.« Da ging das Mädchen die Treppe hinauf, schüttelte die Federkissen und deckte frische Leinen auf. Und als es fertig war, kam der Alte und legte sich in das eine Bett. Und sein weißer Bart reichte ihm bis an die Füße. Das Mädchen legte sich in das andere, tat sein Gebet und schlief ein. Es schlief ruhig bis Mitternacht. Da ward es so unruhig in dem Hause, dass das Mädchen erwachte. Da fing es an, in den Ecken zu knittern und zu knattern und die Türe sprang auf und schlug an die Wand. Die Balken dröhnten, als wenn sie aus ihren Fugen gerissen würden. Und es war, als wenn die Treppe herabstürzte. Und endlich krachte es, als wenn das ganze Dach zusammenfiel. Da es aber wieder still ward und dem Mädchen nicht zu leid geschah, so blieb es ruhig liegen und schlief wieder ein. Als es aber am Morgen bei heilem Sonnenschein aufwachte, war es erblickend seine Augen. Es lag in einem großen Saal und ringsumher glänzte alles in königlicher Pracht. An den Wänden wuchsten auf grünen, seidenem Grund goldene Blumen in die Höhe. Das Bett war von Elfenbein und die Decke darauf von rotem Samt. Und auf einem Stuhl daneben standen ein Paar mit Perlen gestickte Pantoffeln. Das Mädchen glaubte, es wäre ein Traum. Aber es traten drei reich gekleidete Diener herein und fragten, was es zu befehlen hätte. »Geht nur«, antwortete das Mädchen, »ich will gleich aufstehen und dem Alten eine Suppe kochen und dann noch schön Hühnchen, schön Hähnchen und die schöne bunte Kuh füttern.« Es dachte, der Alte wäre schon aufgestanden und sah sich nach seinem Bette um. Aber er lag nicht darin, sondern ein fremder Mann. Und als es ihn betrachtete und sah, dass er jung und schön war, erwachte er, richtete sich auf und sprach, »Ich bin ein Königssohn. Und war von einer bösen Hexe verwünscht worden, als ein alter, eisgrauer Mann in dem Wald zu leben. Niemand durfte um mich sein, als meine drei Diener in der Gestalt eines Hühnchens, eines Hähnchens und einer bunten Kuh. Und nicht er sollte die Verwünschung aufhören, als bis ein Mädchen zu uns käme, so gut von Herzen, dass es nicht gegen die Menschen allein, sondern auch gegen die Tiere sich liebreich bezeigte. Und das bist du gewesen. Und heute um Mitternacht sind wir durch dich erlöst und das alte Waldhaus ist wieder in meinem königlichen Palast verwandelt worden. Und als sie aufgestanden waren, sagte der Königssohn den drei Dienern, sie sollten hinfahren und Vater und Mutter des Mädchens zur Hochzeitsfeier herbeiholen. Aber wo sind meine zwei Schwestern? fragte das Mädchen. Die habe ich in den Keller gesperrt und morgen sollen sie in den Wald geführt werden und sollen bei einem Köhler so lange als Mägde dienen, bis sie sich gebessert haben und auch die armen Tiere nicht hungern lassen. Ein Straßentrubadour Die Abenteuer eines Sperlingsmännchens Welch eine zürfende, zwitschernde, sich überstürzende, flatternde Menge. Ein halbes Dutzend gemeiner europäischer Sperlinge drängte sich über und durcheinander und schwirrte schimpfend in einem Rinnstein der vornehmendsten Straße von New York herum. Wenn der Knäuel sich ein wenig entwirrte, sah man inmitten dieses Getümmels die Ursache all dieses Treibens. Ein kleines Sperlingsweibchen, das sich kräftig gegen das lärmende Gedränge seine Freie verteidigte. Wie es schien, machten sie ihm in der Tat den Hof, aber in einer so barbarischen Weise, dass man ebenso gut hätte glauben können, sie wollten ein missliebiges Mitglied ihrer Gemeinschaft lünschen. Ganz unverschämt bedrängten, plagten und quälten sie die entrüstete kleine Dame, wenn sie ihr auch offenbar kein ernstliches Leid zufügten. Sie aber schlug energisch um sich. Zweifellos machten sie ihr den Hof und warben um ihre Liebe und ebenso zweifellos wollte sie von keinem etwas wissen. Nachdem sie die Zudringlichen hiervon mithilfe ihres Schnabels überzeugt hatte, machte sie sich eine zufällige Bresche zunutze und flog in die nächste Dachrinne. Dabei ließ sie in einem der ausgebreiteten Flüge ein paar weiße Federn sehen, durch die man sie von anderen in ihrer Art leicht unterscheiden konnte und die vielleicht ihren Hauptreiz bildeten. Ich nenne sie deshalb Weißchen. Im Schmuck seiner schwarzen Krawatte und seiner weißen Halskragenflecke mühte sich ein Sperlingsmännchen schwer in einem Vogelhäuschen, das ein paar Kinder auf einem Pfahl im Garten für seinesgleichen errichtet hatten, ein Nest zu bauen. Es war in mehr als einer Hinsicht ein sonderbarer Vogel. Das Baumaterial, das er aussuchte, bestand aus ziemlich weit hergeholten Zweiglein und Hülzchen und frühmorgens unterbrach er manchmal seine Arbeit auf eine Minute und sang dabei so laut und süß, als wäre er ein Kanarienvogel. Dass sein Sperlingshähnchen allein sein Nest baut, ist etwas Ungewöhnliches. Aber unser Hähnchen war auch, wie gesagt, ein ungewöhnlicher Vogel. Nach einer Woche hatte er anscheinend sein Werk verbracht, denn der Nestkasten war bis zum Eingang mit Zweiglein vollgepfropft, die der Baumeister von den Bäumen der städtischen Promenaden geholt hatte. Nun hatte er wieder Muße, seinen Gesang zu pflegen und die Leute in der Nähe durch das häufige Anstimmen seines langen, ganz unsperlingmäßigen Liedes in Erstaunen zu setzen. Wer weiß, vielleicht wäre er ein unerklärliches Wunder geblieben, wenn nicht ein unweit wohnender Barbier und Vogelliebhaber die fehlenden Kapitel seiner ersten Lebensgeschichte nachgetragen hätte. Der Mann hatte ein Sperlingsei in die Niststätte seiner Kanarienvögel gelegt. Der Kleine war anstandslos ausgebrütet und von seinen Pflegeeltern aufgezogen worden. Ihre Spezialität war der Gesang. Ihm war die Lunge und die Kraft des Sperlingsgeschlichtes eigen. Die Kanarienvögel hatten ihn sorglich nach ihrer Weise aufgezogen und die Folge war, dass er ein Roller wurde, der durch Energie ersetzte, was ihm an angeborenem Talent fehlte. Stark, kriegerisch und musikalisch hatte sich dieser Held des Schwertes und der Leier bald zum Herrn des Vogelkäfigs gemacht. Konnte ein Kanarienvogel nicht durch musikalische Überlegenheit niederringen, so trug er keine Bedenken, auf ihn loszuhämmern, bis der andere still war. Und jedes Mal, wenn er auf seine Weise im Sängerkrieg den Sieg davongetragen hatte, schmetterte er ungewöhnlich schön seine Melodien in die Welt hinaus. Der Haarkünstler benutzte diesen musikalischen Eifer, um seinen Kunden zu erfreuen, indem er einen ausgestopften Kanarienvogel bereithielt, an dem der stürmische Musikant seine kriegerischen Gefühle austoben konnte, ohne Schaden anzurichten. Alle Kanarienvögel, die mit Stürmchen zusammen im Käfig waren, nötigte er zu stummer Ergebung. Und als er endlich allein in seinem Verschlag gehalten wurde, erregte nicht sein Zorn mehr, als wenn sich ein gefiederter Sänger in seiner Nähe befand, den er nicht zum Schweigen bringen konnte und an den er nicht herankam. Bei solchen Gelegenheiten vergaß er seine Musik und bekundigte seine eigentliche Natur in dem schrillen, schilp, schilp, dem echten, offenbar dem Lärm der Straße angepassten und dort geborenen Sperlingston. Als sein schwarzes Letzchen sich entwickelt hatte, war er das sehenswerteste und die Hauptattraktion des Papierladens geworden. Doch eines Tages lockerte sich das Brett, auf dem der Vogelkäfig stand, rutschte hinunter und alle Käfige stürzten auf den Boden. In dem allgemein durcheinander flogen viele Vögel davon, auch Stürmchen oder Bertradeborn, wie man ihn nach dem berühmten französischen Troubadour genannt hatte. Während aber die Kanarienvögel freiwillig in ihre Käfel zurückgekehrt waren oder sich hatten fangen lassen, hüpfte Stürmchen aus einem Hinterfenster, schilpte ein paar Mal auf Sperlingsmanier, antwortete mit einem Trotzlied auf die Hochbahnpfeife, hielt sich vorsichtig außer Fang weiter und begann die Backsteinwildnis, die ihn umgab, zu durchforschen. Er stammte ja nicht von Generationen eines gezemten Geschlechts ab und fand sich darum leicht und freudig in die neuen Verhältnisse eines freien Lebens. Nach einer Woche war er fast ebenso wild wie nur irgendeiner seiner Sippe und zu einem kleinen Straßenräuber geworden. Wie die anderen trieb er sich mit seinesgleichen im Rinnstein herum und gab ihnen auch im Raufen und Zanken nichts nach. Hin und wieder aber überraschte er alle zufällig Vorüberkommenden durch seinen gelegentlich angestimmten und mit Sperlingsenergie ausgeführten Kanariengesang. Stürmchen war es also, der sich den Nistkasten ausgesucht hatte und nun ist auch klar, warum er sich mit Holzstäbchen nicht genug tun konnte. Das einzige Nest, das er je kennengelernt hatte, war ein Korbgepflecht gewesen, ein richtiges Nest, bestand also für ihn aus Hölzchen. Nach wenigen Tagen kam Stürmchen mit einer Gefährtin wieder. Ich würde vielleicht die oben geschilderte Raufszene im Rinnstein vergessen haben, hätte ich nicht in Stürmchens Braut das kleine, weiß beschwingte Sperlingsgretchen erkannt, das jene Szene unfreiwillig veranlasst hatte. Offenbar war sie nicht abgeneigt, Stürmchens Werbung anzunehmen, zielte sich aber noch etwas und pickte nach ihm, wenn er nahe kam. Er drehte sich mit hängenden Flügeln und hochgeregtem Stoß um sie herum und schilbte dabei, wie es nur ein feuriges Sperlingsmännchen tun kann, unterbrach aber hin und wieder seine Straßentöne, um mit seinen Kanarienkünsten zu punkten. Die Einwände, die sie etwas noch erhoben hatte, waren offenbar überwunden worden, vielleicht durch diese erstaunliche Entfaltung seiner Talente. Er gleitete sie nun zu dem fertiggestellten Nest, lief vor ihr ins Vogelhäuschen, um ihr den Weg zu zeigen und hüpfte stolz, lärmend und im Bewusstsein seiner Würde um sie herum. Auch sie schlüpfte ins Nest, kam aber schnell wieder heraus, gefolgt von Stürmchen, der wie besessen schilbte und sie beschwor. Doch musste er lange schwatzen, ehe er sie überreden konnte, noch einmal hineinzugehen. Wieder kam sie sofort heraus, diesmal mit Gezeter. Noch einmal schien er seine Überredungskunst anzuwenden und schließlich begab sie sich mit lautem Protest hinein, erschien wieder mit einem Zweig in ihrem Schnabel, ließ ihn fallen und flog davon. Stürmchen kam heraus. Seine ganze Freude und sein Stolz auf das Eigenheim waren dahin. Es war ein Stoß ins Herz, dabei hatte er doch auf unbeschränkten Beifall gerechnet. Geknickt saß er ein Weilchen auf der Türschwelle und schilbte in einer Weise, die wahrscheinlich sagen wollte, komm zurück, komm zurück. Aber die kleine Braut kam nicht. Da wandte er sich wieder ins Nest. Man hörte ein kratzendes Geräusch. Und nun kam er mit einem starken Holzstückchen zurück und warf es vom Nistloch auf den Boden. Und dann holte er ein zweites Stück, warf es hinter dem ersten her und fuhr fort, alle Stöckchen, die er so fleißig und fürsorglich eingetragen hatte, herauszuschleppen und hinabzuwerfen. Doch das wunderbar gegabelte Stück, dessen Erwerb ihm so viel Mühe gemacht hatte und die beiden Glatten, die wie im Neste seiner Pflegemutter aussahen, alles, alles musste heraus. Über eine Stunde lang mühte er sich stumm und einsam. Dann war er offenbar fertig, denn unten auf dem Boden lag ein Haufen Reiser, die vernichtete Arbeit von sieben fleißigen Tagen. Stürmchen warf er einen wilden Blick darauf und auf den leeren Nistkasten ließ ein kurzes Chilp hören, wahrscheinlich ein Sperlingsfluch, und flog davon. Am nächsten Tage war er wieder mit Weißchen da, hoffierte sie als vollendeter Sperlingsritter und führte sie mit unaufhörlichem Gechilp zur Nesttür. Sie hüpfte hinein, dann heraus, schaute mit schräg gehaltenem Köpfchen auf die Zweiklein unten, ging wieder hinein und erschien mit einem winzigen Holz im Schnabel, das er übersehen hatte, ließ es fallen und beobachtete mit augenscheinlicher Genugtuung, wie es auf dem Haufen unten landete. Nachdem sie ein Dutzend Mal hinein- und herausgeschlüpft waren, flogen sie zusammen davon und kehrten spät wieder. Weißchen mit einem Schnabel voll Heu und Stürmchen mit einem einzigen Strohhalm. Dies wurde hineingetragen und glücklich untergebracht. Dann flogen sie nach Meerheu aus und nachdem Weißchen sich überzeugt hatte, dass Stürmchen nun Bescheid wusste, blieb sie im Nistkasten, um das Heu, das er heranschleppte, richtig unterzubringen. Und nur hin und wieder, wenn er zu lange ausblieb, flog auch sie auf Raub aus. Es war geradezu wunderbar, wie die Liebe den rauflustigen Sänger zahm gemacht hatte. Da die Gelegenheit günstig schien, den Geschmack des jungen Sperlingpaares zu erproben, so hängte ich 30 kurze Schnüre und Bänder nebeneinander auf einem nahen Balkon auf. Es waren 15 gewöhnliche, 8 bunte Strippen und 7 helle Seitenbänder. Jedes zweite Stück war eine farblose Schnur. Zuerst bemerkte Weißchen diese Materialquelle. Sie flog herzu, blickte darüber hin, erst mit dem linken, dann mit dem rechten Auge und entschloss sich hierauf, die Dinger in Ruhe zu lassen. Aber Stürmchen kam näher, der ihm die Fäden nichts Fremdes waren. Er hüpfte hierhin und dorthin, zog an einem, fuhr zurück, kam dann noch näher, knisperte an einem anderen, stürzte hierauf mit einem Ruck auf eine Schnur los und trug sie fort. Das nächste Mal kam Weißchen mit und jedes trug eine Schnur fort. Sie nahm aber nur die ungefärbten. Erst als diese aufgebraucht waren, suchte sich Weißchen farbiger aus. Nur an die buntesten Bänder wagte sie sich nicht und Stürmchen rührte Beine und Schnabel ausschließlich um der einfachsten und am meisten den Hölzchen gleichsehenden Stücke willen. Jetzt war das Nest halbfertig. Noch einmal wagte Stürmchen ein Stück Holz einzutragen, aber einen Augenblick später wirbelte es hinunter auf den Haufen, während Weißchen triumphierende Blicke nachschickte. Armes Stürmchen. Alles, was er für das Beste hielt, galt nichts. All die schönen Hölzer umsonst geholt. Seine Mutter hatte ein Holznest gehabt, ein schönes Nest, aber er war überstimmt. Nichts als Stroh sollte es sein. Stroh und darauf keine Hölzer, sondern weichere Stoffe. Er fügte sich. Die Freiheit hat ihn alle Tage neu gelehrt, dass man sich fügen muss. Früher hielt er den Barbierladen für die ganze Welt und sich für das erste Wesen darin, aber beide Vorstellungen hatten in neuerer Zeit einen argen Stoß erlitten. Weißchen meinte offenbar, seine Erziehung in praktischen Dingen sei schrecklich mangelhaft gewesen und sie müsse dies in allem und jedem nachholen. Als das Nest zu zwei Dritten vollendet war, begann Weißchen, die sehr zum Luxus neigte, große, weiche Federn einzutragen. Das ging Stürmchen doch zu weit. Einmal musste man noch eine Grenze ziehen und er zog sie vor Federbetten, denn seine Wiege hatte dergleichen üppiges Zeug nicht gekannt. Er machte sich daran, die anstößigen Federbetten hinaus zu fördern und Weißchen kam, mit einer neuen Ladung im Schnabel, gerade zur rechten Zeit, um zu sehen, wie der weiche Pflaum von der Nestschwelle dem Reiserhaufen unten zuschwebte. Sie flatterte hinterher, fing die Federn in der Luft auf und als sie damit zum Nistbrett zurückkehrte, trat ihr der Eheherr entgegen, der eben mit einer weiteren Ladung der ärgerlichen Federn aus der Tür kam. Und so standen beide da, musterten sich mit trotzigen Blicken und grätschten sich trotz den Federn in den Schnabeln laut an, die kleinen Herzen von Bitterkeit erfüllt. Warum pflegt unsere Sympathie bei einer Frage der häuslichen Einrichtung dem weiblichen Teil zu gehören? Auch ich war der Meinung, das Recht sei mehr auf Weißchens Seite und schließlich setzte sie auch ihren Willen durch. Zuerst freilich gab es stürmische Augenblicke, wobei Federn ein- und ausgetragen wurden oder auch eine Beute des Windes im Garten umher schwebten. Dann trat Stelle ein. Und am nächsten Tage wurden alle Federn zum Nist zurückgetragen. Wie eigentlich die Versöhnung und Einigung zustande kam, ist niemals genau bekannt geworden, aber so viel steht fest, dass Stürmchen selbst am meisten dabei tat und nicht drohte, bis das ganze Nisthäuschen mit den größten und weichsten Federn vollgepfropft war. Während dieser ganzen Zeit waren sie gewöhnlich beieinander, aber eines Tages flog Weißchen fort und blieb länger aus. Stürmchen sah sich um, schilbte, er hielt keine Antwort, schaute aufwärts, dann hinunter und sah auf den Haufen Hölzer, die er so mühsam zusammengeschleppt hatte. Die hübschen Hölzer, ganz wie im Trautenheim seiner ersten Kindheit. Stürmchen flatterte hinab. Richtig, da war auch noch das gegabelte Stück. Die Versuchung war zu groß. Stürmchen nahm es auf und flog schleunig zum Nest hinauf und nun hinein damit. Es war keine Kleinigkeit, die Gabel durch das enge Loch zu bringen, der eine Zinken sperrte sich am Türpfosten, aber Stürmchen hatte ja nun schon Erfahrung darin und brachte alles glücklich hinein. Nach einem Aufenthalt von 30 Sekunden, um die kostbare Gabel richtig zu lagern, denke ich mir, kam er wieder heraus, guckte sich mit dem porgeregten Schnabel um, putzte sich die Federn, schüttelte sich, ließ dann sein Kanarien-Siegeslied mehrmals von Anfang bis zum Ende erschallen, versuchte es eiligst mit auch ein paar Hölzchen und fühlte sich offenbar sehr glücklich. Als Weißchen mit mehr Federn kam, war er sehr beflissen, ihr bei deren Unterbringung zu helfen und dann war das Nest fertig. Zwei Tage danach stieg ich hinauf und sah ein Eiderin liegen. Die Sperlinge sahen mich hinaufsteigen, flatterten mir aber nicht, wie es andere Vögel zu tun pflegen um den Kopf. Sie flogen vielmehr ein Stück weg und beobachteten mich ängstlich vom sicheren Port eines Schornsteins aus. Am dritten Tage war ein großer Aufruhr im Vogelhäuschen. Gedämpfte Töne wie von einer Rauferei und unterdrücktes Gezwitscher drangen heraus und mehrmals wurde ein Schwanz am Eingang sichtbar, als wolle sein Eigentümer sich rückwärts herausschieben. Dann war es, als würde etwas herausgezerrt. Schließlich kam der Besitzer des Schwanzes so weit zum Vorschein, dass man sehen konnte. Es war Weißchen, aber offenbar wurde sie wieder zurückgezogen. Kein Zweifel da drin spielte sich eine heftige Familienszene ab. Ihr Verlauf ließ sich nicht verfolgen, bis Weißchen mit Stürmchens Lieblingsholz im Schnabel durch die Tür drängte und es verächtlich hinunterschleuderte. Also das war's. Sie hatte den Schatz unter den Federn entdeckt. Daher der Aufruhr. Da ich aber nicht begreifen konnte, wie sie das Stückchen hinauszuschleifen vermochte, wenn er Widerstand leistete, so vermutete ich stark, dass er um des Friedens willen nachgegeben hat. Bei dem Raufen und allgemein durcheinander wurde das Ei, die erste Veranlassung dazu, unglücklicherweise mit der Gabel hinausbefördert und fiel hinunter, wo seine Porzellanen in Scherben auf feuchtem gelben Grunde lagen. Doch kümmerten sich die Sperlinge um diese Reste nicht. Hat's das Ei aus dem Nest verschwand, war's aus ihrer Welt überhaupt verschwunden. Hierauf verflossen für das Paar einige Tage ungestörten Friedens. Ein Ei nach dem anderen wurde gelegt. Nach einer Woche war die Zahl von fünf voll und Stürmchen und Weißchen schienen in vollkommener Eintracht und Freude zusammenzuleben. Stürmchen sang zum Erstaunen der ganzen Nachbarschaft und Weißchen trug noch mehr Federn herein, als gelte es sich auf einen Schneesturm vorzubereiten. Aber da plagte es mich mit dem Paar, einen kleinen Versuch zu machen. Ich passte einen günstigen Augenblick ab und legte eine Murmel in das Nest. Was sich darauf begeben hat, weiß ich nicht, aber am nächsten Morgen war ich früh draußen auf einer unfairen gelegenen Straße. Es war Sonntag. Alles war still, nur etwa ein Dutzend Leute standen im Kreise da und schauten auf etwas im Rindstein. Als ich näher kam, hörte ich vereinzeltes Chilpen und als ich einen Blick hineinwerfen konnte, sah ich zwei Sperlinge im wilden Kampfe, die hin und wieder schilpend in tödlichem Ernste aufeinander loshämmerten und pickten. Ohne sich um die Umstehenden zu kümmern, rauften sie sich eine ganze Weile. Als sie dann atemlos eine Pause machten, auf den Schwänzen sitzen, nach Luft schnappten, war ich ganz erblüfft, als ich Weißchen und Stürmchen erkannte. Nach einem weiteren Waffengang scheuchte sie einer von den anderen Zuschauern fort, dem die Rauferei am Sonntag anstößig war. Dann flogen sie auf das nächste Dach, wo die Balgerei von Neuem losging. Am Nachmittag fand ich unter dem Nest nicht nur die eingeschmuggelte Murmel, sondern auch die Überreste von fünf Eiern, die allesamt hinausgefeuert worden waren. Und ich vermutete daher, dass die Anwesenheit des auffälligen runden Eies den Frieden so heftig gestört hatte. Das Paar schien entschlossen, von Neuem anzufangen. Offenbar war in diesem Vogelkasten weder Glück noch Friede zu finden. Sie ließen sie insamt Federn und allem in Stich. Und diesmal wehte Weißchen, die entschieden originelle Einfälle hatte das Quartier. Es war nicht anders als der obere Teil einer großen elektrischen Bogenlampe. Die ganze Woche arbeiteten sie unermüdlich und obwohl fast fortwährend ein scharfer Wind ging, brachten sie ihre Aufgabe fertig. Man kann sich schwer vorstellen, wie die Vögel mit dem großen blendenden Licht unter sich nachts schlafen konnten, doch Stürmchen hatte gelernt, seine eigene Meinung zu unterdrücken. Und alles wäre gut gewesen, wären nicht gerade um diese Zeit die Kohlen der Bogenlampen zufällig ausgebrannt gewesen. Und hätte nicht der Mann, der sie erneuerte, sich veranlasst gefühlt, den ganzen weißen Stürmchenpalast ohne Gnade dem nächsten Müllfraß zu überantworten. Ein Rotkirchen oder eine Schwalbe hätte vielleicht unter diesem zerschmetternden Schicksalsschlage alle Hoffnung aufgegeben. Aber die Energie- und Hoffnungsfreudigkeit eines Sperlings kennt keine Grenzen. Offenbar fehlte es am Nest, wahrscheinlich war das Material nicht das Richtige. Auf alle Fälle schien es besser, diesmal den Bau auf ganz anderer Grundlage zu beginnen. Nachdem Weißchen einige Strohhalme vom Nest abwesener Nachbarn gemaust hatte, legte sie das Diebesgut in eine hohe Astgabel einer Ulme im Madison Square Park. Damit gab sie Stürmchen zu verstehen, dies sei ihr neuer Nistplatz. Und Stürmchen, der immer mehr erkannt hatte, dass es angenehmer war, sich Weißchens Willen zu fügen, statt auf den eigenen Kopf zu beharren, sang nach zwei Chilbs einer Kanarientriller und musterte eifrig die Komposthaufen nach erlesenem Baumaterial. Fiel aber sein Blick etwas auf ein feines Hölzchen, so schloss er tapfer die Augen oder schaute lieber woanders hin. Auf der anderen Seite des Madison Square Parks befand sich das Nest eines Paares sehr unbeliebter Sperlinge, insbesondere das Männchen stand in üblem Rufe. Es war ein großer, hübscher Kerl mit riesigem schwarzem Latz, aber ein ausgemachter Raufbold. In der Spatzenwelt ist Macht recht. Veranlassung zu Unfrieden und Streit geben bei ihnen die Fragen der Nahrung, der Liebe, der Wohnung und der Niststoffe, ähnlich wie bei den Menschen. Dieser anmaßende kleine Bursche hatte dank seiner Stärke die von ihm begehrte Brautheim geführt. Er hatte sich dem besten Nistplatz ausgewählt und eignete sich das meistgeschätzte Nistmateria im ganzen Umkreis an. Auch einige Paradiesvogelfedern, die ursprünglich aus dem Zoologischen Garten stammten, waren von einem Nest zum anderen gemaust worden, bis sie dem anspruchsvollen Heim mit dem Latz und sein Weib eines der marmornen Kapitelle der neuen Bank am Madison-Platze verschönerten, zum Schmuck gedienten. Der Raufbold verfuhr überhaupt in seinem Gebiet, wozu er den ganzen Platz rechnete, nach seiner Willkür. Und als er eines Tages Stürmchen singen hörte, flog er sogleich zu ihm hin. Nun war Stürmchen wohl unter den Kanarienvögeln ein gefürchteter Held gewesen, aber Latz gegenüber hatte er nur wenig Aussichten. Er tat sein Möglichstes, zog er aber den Kürzeren und suchte seinen Heil in der Flucht. In seinem Übermut flog der Sieger zu Stürmchens Nest und nach verächtlicher Musterung begann er ein paar Strippen herauszuziehen, die er glaubte, daheim gebrauchen zu können. Stürmchen war unterlegen, aber der Anblick dieser Plünderung erregte den Zorn des beherzten Trubadurs von Neuem, sodass er auf den Eindringling mit frischem Mut losstürzte. Von den Ästen taumelten sie zusammen auf den Boden. Andere Sperlinge schlossen sich an und schändlich zu sagen, machten mit dem Dicken gemeinsame Sache gegen den, der für sie noch ein Fremder war. Stürmchener ging es ziemlich übel und die Federn flogen, als ein Sperlingsweibchen mit weißen Flügeln Chilp, Chilp, Wallab, Wallab auf dem Schauplatz erschien. Oh, wie sie links und rechts Hiebe austeilte. Die anderen Sperlinge, die zum Spaß mitgetan hatten, machten sich jetzt aus dem Staube, denn es war gar kein Spaß mehr dabei. Mit nur Schnabelhiebe gab's, sonst nichts und nun wandte sich das Blatt gegen Latz. Schnell sank ihm der Mut und er floh seinem eigenen Neste zu, während weißen sich wie eine kleine Bulldogge an seinem Schwanz festhielt und nicht eher losließ, als bis die Federn mit der Seele herauskam. Nachher konnte sich die Trophäe mit großer Genugtuung der gröberen Grundlage ihres neuen Nestes hinzufügen. Es scheint unmöglich, dass in der Sperlingswelt ein hochentwickelter Sinn für gerechte Güterverteilung herrscht. Sicher kommen aber Ereignisse vor, die danach aussehen. Nach zwei Tagen bildeten die Paradiesvogelfedern, die so lange die Hauptsierde von Latz' Nest gewesen waren, einen Teil der Ausstattung von Weißchens neuem Quartier und niemand wagte ihr den Anspruch darauf streitig zu machen. Es war nun spät im Sommer, Federn waren rar und Weißchen konnte nicht genug zum Polstern ihres Nestes, worin sie so eigenbar auftreiben. Doch fand sie einen Ersatz, der ihrer Neigung zum Neuen und Modernen entsprach. Auf dem Platz befand sich ein Droschkenstand und in dessen Nähe lagen immer Rosshaare auf dem Boden, die ihr recht gut geeignet erschienen. Das war ein äußerst glücklicher Gedanke und mit der entsprechenden Begeisterung machte sich das immer hoffnungsvolle Paar daran, Rosshaare zwei oder drei auf einmal einzutragen. Vielleicht hatte der Anblick des Nestes eines Chippers, also des kleinen amerikanischen Sperlings, in einem der New Yorker Parks den Anlass dazu gegeben. Der Chipper polstert immer mit Rosshaaren und stellt sich eine bewundernswerte Sprungfedermatratze her, indem er das Haar an der Innenseite des Nestes herumführt. Der Erfolg ist gut, aber die Ausführung muss man eben verstehen und es wäre für die Sperlinge ein Gewinn gewesen, hätten sie erst gelernt, mit den Haaren richtig umzugehen. Wenn ein Chipper Rosshaare eintragen will, nimmt er immer nur eins auf einmal und fasst es vorsichtigerweise an einem Ende, denn das so harmlos aussehende Haar ist nicht ungefährlich. Die Sperlinge aber wussten nichts anders damit zu verfahren als mit einem Strohhalm. Weißchen fasste ein Haar etwa in der Mitte, fand es unbequem lang und packte deshalb mehrere Zentimeter weiter noch einmal zu. Meist bildete sich infolgedessen eine Schlinge, die ihren Kopf oder ihren Schnabel umfasste, doch war es eine bequeme Art des Transports. Anfangs lief die Sache auch gut ab. Es war der letzte Tag der Polsterarbeit. Weißchen hatte Störmchen irgendwie zu verstehen gegeben, dass sie keine Haare mehr brauchte. Stolz und geschäftig legte sie noch die letzte Hand an das verendete Werk und ordnete ein letztes Haar. Störmchen saß derweilen auf einer Telefonstange in Sichtweite und sang seine schönsten Kanarientriller. Auf einmal traf ein lautes, unruhiges Schilb aus Weißchen Schnabel sein Ohr. Er blickte hin und sah, wie sie anscheinend ohne Grund hin und her zappelte und doch außerstande war weiter als die Länge ihres Körpers vom Nest weg zu kommen. Sie hatte zufällig doch einmal ihren Kopf durch eine der gefährlichen Haarösen gesteckt und diese unglücklicherweise verdreht und zugezogen, sodass sie nun in der eigenen Schlänge hing. Je mehr sie zappelte und sich drehte, desto enger wurde die Öse. Stürmchen, der sich mit der temperamentvollen Schwätzerin aufs Engste verbunden fühlte, wurde selbst aufgeregt und flatterte zwitschernd um sie herum. Er versuchte sie zu befreien, indem er sie an einem Füßchen zog, machte aber damit die Sache nur schlimmer. Alle Anstrengungen waren umsonst, es bildeten sich noch mehr Knoten in dem Haar, auch schienen noch weitere Haare aus dem Nest in die Sache verwickelt zu werden. Ineinander verschlungen und verworren zogen sie die Schlinge immer enger zu, bis die erstaunt aufwärtsblickenden Kinder im Park, statt eines geschäftigen, lauten und energischen Weißchens, eine zerzauste Gestalt erblickten, die still und stumm da oben hing. Stürmchen schien ganz gebrochen. Auf seinen Notruf waren die Nachbarsperlinge gekommen und hatten ihre Stimmen mit der seinigen vereinigt, waren aber ebenfalls außerstande gewesen, dem Opfer zu helfen. Erzwanden sie sich wieder ihrem eigenen Wirren und Sorgen zu, nur Stürmchen hüpfte schilpend herum oder saß still mit hängenden Flügeln da. Es dauerte lange, bis ihm zum Bewusstsein kam, dass Weißchen tot war. Er mühte sich, den ganzen Tag ihr Interesse zu erregen und sie am Alltagsleben teilnehmen zu lassen. Nachts ruhte er einsam auf einem Baum und beim Morgengrauen machte er sich am Nest zu schaffen, von dessen Rand das arme Weißchen in der verhängnisvollen Rosshaarschlinge hing. Stürmchen war niemals ein echter durchdriebener Sperling gewesen. Seine Erziehung als Kanarienvogel hatte ihn verdorben. Man erzeugte sich im Straßenverkehr wie Kindern gegenüber waghalsig und unvorsichtig. Jetzt in seinem Kummer steigerte sich seine Eigenheit noch. Als er an jenem Nachmittag auf der Straße nach Futter ausging, kam ein Telegrafenbote auf seinem Rade lautlos heran und ehe Stürmchen der Gefahr gewahr wurde, war das Vorderrad auf seinem Schwanz. Während er mit aller Kraft zerrte, um freizukommen und während er es auch auf Kosten einiger Federn, geriet sein rechter Flügel unter das Hinterrad und nun war er ein Krüppel. Der Bote radelte weiter und Stürmchen flatterte und hüpfte so gut es gehen wollte den Schützen im Bäumen des nahen Platzes zu. Ein kleines Mädchen fing ihn nach einer aufregenden Jagd zwischen den Bänken mit Hilfe eines kleinen Hundes ein. Es nahm den verletzten heim und tat ihn aus übel angebrachte Mitleid wie die Brüder sagten in ein Käfig und fütterte ihn. Als er sich erholt hatte sang er eines Tages zur Überraschung aller die es hörten wie ein Kanarienvogel. Dies brachte das ganze Haus in Aufruhr. Bald stellte sich auch ein Berichterstatter ein der davon gehört hatte. Als dann der unvermeidliche Zeitungsartikel darüber erschien kam er auch dem Barbier in dessen Stube Stürmchen aus dem Ei gekrochen war zu Gesicht. Er meldete sich bald von vielen Zeugen begleitet, beanspruchte seinen Vogel und drang schließlich mit seiner Forderung durch. So steckt Stürmchen wieder im Käfig, in sicherer Hut und bei gutem Futter, der Mittelpunkt einer kleinen Welt und ganz und gar nicht unglücklich. Es war ein Unglück für ihn gewesen, dass er freigekommen und das Weißchen seine Gefährtin geworden war. Ihr kurzes gemeinsames Leben hatte nur Stürme und Unglücksfälle gebracht. Manchmal, wenn man ihn ungestört lässt, vertreibt er sich die Zeit, indem er den Bau eines kunstlosen Nestes aus Holzstückchen unternimmt. Aber dabei zeigt er eine schuldbewusste Mine und verlässt den betreffenden Winkel seines Käfigs, sobald sich jemand nähert. Wenn man ihm ein paar Federn gibt, dann verarbeitet er sie zuerst in das Nest. Aber am nächsten Morgen liegen sie unfehlbar unten auf den Boten. Diese hartnäckigen Nestbauversuche brachten Stürmchens Herrn auf die Vermutung, ersehne sich nach einem Weibchen. Und man gesellte ihm verschiedene, die geeignet schienen, aber es führte zu keinem guten Ende. Nur schnelles Eingreifen konnte Blutvergießen verhüten und die Braut retten. So gab man die Versuche auf. Offenbar reizte diesen Troubadour keine neue Frauenliebe. Was er anstimmt, sind eher Kriegsgesänge, denn der Barbier hat herausgefunden, dass er, um Stürmchens Gesangkunst anzufeuern, ihn nur etwas zum Zerstören zu geben braucht. Am besten nicht einen ausgestopften Kanarienvogel, sondern den Balk eines Sperlingsmännchens. Und zwar entwickelt Stürmchen den größten Enthusiasmus, wenn der Balk eines besonders auffallenden schwarzen Brustlats steigt. Im Grunde genommen sind das für ihn nur Nebensachen. Seine besten Kräfte widmet er dem Gesang. Und sollte der Zuhörer einmal auf den richtigen Barbierladen stoßen, so kann er sich diesen energischen Einsiedler ansehen, der in seiner Hingabe an die Musik die Sorgen, Freuden und Leiden des Lebens vergisst, eine Mönche gleich, der es mit der Welt versucht, sie aber für seine Person zu rau gefunden hat und froh in seine Zelle zurückkehrt. Der verrostete Ritter Ein Ein sehr reicher und vornehmer Ritter lebte in Saus und Braus und war stolz und hart gegen die Armen. Deshalb ließ ihn Gott zur Strafe auf der einen Seite verrosten. Der linke Arm verrostete und das linke Bein. Ebenso der Leib bis zur Mitte. Nur das Gesicht blieb frei. Da zog der Ritter an die linke Hand einen Handschuh, ließ ihn sich am Handgelenk festzunehmen und legte ihn Tag und Nacht nicht ab, damit niemand sehe, wie sehr er verrostet sei. Darauf ging er in sich und versuchte einen neuen Lebenswandel anzufangen. Er entließ seine alten Freunde und Zechgenossen und nahm sich eine schöne und fromme Frau. Dieselbe hatte wohl manches Schlimme von dem Ritter gehört, aber weil sein Gesicht gut geblieben war, glaubte sie es, wenn sie allein war und darüber nachdachte nur halb und wenn er bei ihr war und freundlich mit ihr sprach gar nicht. Darum nahm sie ihn doch. Nach der Hochzeit aber, in der ersten Nacht merkte sie es, warum er niemals den Handschuh von der linken Hand abzog und erschrak heftig. Sie ließ sich jedoch nichts merken, sondern sagte am anderen Morgen zu ihrem Manne, sie wolle in den Wald gehen, um in einer kleinen Kapelle, die dort stand, zu beten. Neben der Kapelle aber befand sich eine Klause, in der lebte ein alter Eremit, der hatte früher lange Jahre in Jerusalem gelebt und war so heilig, dass die Leute von weit und breit zu ihm wahlfahrt den gedachte sie um Rat zu fragen. Als sie nun dem Eremiten alles erzählt hatte, ging er in die Kapelle, betete dort lange zur Jungfrau Maria und sagte dann, als er wieder herauskam, du kannst deinen Mann noch erlösen, aber es ist schwer. Fängst du es an und bringst es nicht zu Ende, so musst du selbst auch verrosten. Viel Unrecht hat dein Mann seinen Lebtag getan und stolz und hart gegen die Armen ist er gewesen. Willst du für ihn betteln gehen, barfuß und in Lumpen wie das allerärmste Bettlerweib, so lange bis du hundert Goldgulden erbettet hast, so ist dein Mann erlöst. Dann nimm ihn an der Hand, gehe mit ihm in die Kirche und lege dir hundert Goldgulden in das Kirchbecken für die Armen. Wenn du das tust, so wird Gott deinem Mann seine Sünden vergeben, der Rost wird abgehen und er wird wieder so weiß werden wie zuvor. Das will ich tun, sagte die Ritterfrau, und wenn es mir noch so schwer werden wird und es noch so lange dauert, ich will meinen Mann erlösen, denn er ist nur auswendig verrostet, das glaube ich ganz sicher. Darauf ging sie fort, tief in den Wald hinein, und nicht lange so begegnete ihr ein altes Mütterchen, welches reisig suchte. Es hatte einen zerlumpten, schmutzigen Rock an, und darüber einen Mantel, der war aus ebenso vielen Flecken zusammengesetzt wie Weiland das Heilige Römische Reich, was aber die Flicken früher für eine Farbe gehabt, das konnte man kaum mehr sehen, denn Regen und Sonnenschein hatten schon viel Arbeit mit dem Mantel gehabt. Willst du mir deinen Rock und deinen Mantel geben, alte Mutter? sagte die Ritterfrau. So schenke ich dir alles Geld, was ich in der Tasche habe, und meine seidenen Kleider noch dazu, denn ich möchte gern arm sein. Da sah die alte Frau sie verwundert an und sprach, will's schon tun, will's schon tun, mein blankes Töchterchen, wenn's dein Ernst ist. Hab schon viel gesehen auf der Welt, auch viele Leute gefunden, die gern reich werden wollten, dass aber jemand gern arm werden will, das ist mir noch nicht vorgekommen. Wird dir schlecht schmecken mit deinen seidenen Händchen und deinem süßen Frätzchen. Aber die Rittersfrau hatte schon begonnen, sich auszuziehen und sei dabei so ernst und traurig aus, dass die Alte wohl merkte, dass sie keinen Scherz treibe. Sie reichte ihr also Rock und Mantel hin, half ihr sie anlegen und fragte dann, was willst du nun tun, mein blankes Töchterchen? bettel 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 antwortete die Ritterfrau. bettel nun gräme dich nicht darum, das ist keine Schande, an der Himmelstür wird's auch mancher tun müssen, der es hier unten nicht gelernt hat, aber das Bettellied will ich dich erst noch lehren. Betteln und hungern, Dursten und hungern immer da, allzeit müssen wir bettel leut, habt ihr was, schenkt mir was, sag nur ein Häppchen, Brot in den Bettelsack, Suppe ins Näpfchen, ledernde Ranzenröcke, mit Fransen tragen wir bettel leut, was man erbettelt hat, wird verjuchheit, nicht wahr? ein hübsches Lied, sagte die Alte. Damit warf sie sich die seidenen Kleider um, sprang in den Busch und war bald verschwunden. Die Rittersfrau aber wanderte durch den Wald und nach einiger Zeit begegnete ihr ein Bauer, der war ausgegangen eine Mark zu suchen, denn es war um die Ernte und Leutenot. Da blieb die Ritterfrau stehen, hielt die Hand hin und sagte »Habt ihr was? Schenkt mir was? Ach, nur ein Häppchen!« Aber die anderen Verse sagte sie nicht, weil sie ihr nicht gefielen. Der Bauer sah die Frau an und da er fand, dass sie trotz ihrer lumpen schmuck und gesund war, fragte er sie, ob sie nicht bei ihm mag werden wolle. Ich schenke zwicken, war, gebar sie einen wunderschönen Knaben, den nannte sie doch erlöst, weil sie hoffte, dass sie ihren Mann doch noch erlösen würde. Sie riss sich von ihrem Mantel unten einen Streifen ab, eine gute Elle breit, so dass der Mantel nur noch bis an die Knie reichte, wickelte das Kind hinein, nahm es auf den Schoß und bettete weiter. Und wenn das Kind nicht schlafen wollte, wiegte sie es und sang, schlafe ein auf meinem Schoße, du armes Bettelkind. Dein Vater wohnt im Schloss und draußen weht der Wind. Er geht in Samt und Seide, trinkt Wein ist weißes Brot und sehr und so beide so hemmt er sich zu Tod. Er braucht sich nicht zu hemmen, du liegst sehr weich und warm, er ist ja noch viel ärmer, dass Gott sie sein erbarm. Da blieben oft die Leute stehen und besahen sich die arme junge Bettelfrau mit dem wunderschönen Kinder und schenkten ihr mehr als früher. Sie aber war getrost und weinte nicht mehr, denn sie wusste, dass sie ihren Mann gewiss erlösen würde, wenn sie nur ausharte. Als aber die Frau nicht wieder zurückkehrte, ward der Ritter auf seinem Schlosse tief betrübt, denn er sagte sich, sie hat alles gemerkt und dich deshalb verlassen. Er ging zuerst in den Wald zu dem Eremiten, um zu hören, ob sie in der Kapelle Aber der Eremit war sehr kurz angebunden und streng gegen ihn und sagte, Hast du nicht in Saus und Braus gelebt? Bist du nicht stolz und hart gegen die Armen gewesen? Hat dich nicht der liebe Gott zur Strafe verrosten lassen? Deine Frau hat ganz recht getan, wenn sie dich verließ. Man muss nicht einen guten und einen faulen Apfel in einen Kasten legen, sonst wird der Gute auch faul. Da setzte sich der Ritter auf die Erde, nahm den Helm ab und weinte bitterlich. Als der Eremit dies gewahr wurde, war der freundlicher und sprach, da ich sehe, dass dein Herz noch nicht mit verrostet ist, so will ich dir raten, tue Gutes und gehe da verließ der Ritter sein Schloss und ritt in alle Welt. Wo er Arme fand, schenkte er ihnen etwas und wenn er eine Kirche sah, ging er hinein und betete. Aber seine Frau fand er nicht. So war fast ein Jahr vergangen, da kam er auch in die Stadt, wo seine Frau am Kirchweg saß und betete und sein erster Weg war in die Kirche. Schon von Weitem erkannte ihn die Frau, denn er war groß und stattlich und trug einen goldenen Helm mit einer Geierklaue auf dem Knauf, der weithin leuchtete. Da erschrak sie, denn sie hatte erst zwei Gold Gulden zusammen, sodass sie ihn noch nicht erlösen konnte. Sie zog sich den Mantel tief über den Kopf, damit er sie nicht erkennen sollte und kauerte sich so eng zusammen, als sie irgend konnte, damit er nicht ihre schneeweißen Füße sähe, denn der Mantel ging ihr nur bis an die Knie, seit sie den Streifen für das Kind abgerissen hatte. Als er bei der Ritter an ihr vorbeischritt, hörte er sie leise schluchzen und als er ihren zerlumpten und gepflegten Mantel sah und das wunderschöne Kind auf ihrem Er trat an sie heran und fragte sie, was ihr fehle. Doch die Frau antwortete nicht und schluchzte nur noch mehr, so sehr sie sich auch Mühe gab, es zu verbeißen. Da zog der Ritter seine Geldtasche hervor, in der viel mehr waren als hundert Gold Gulden, legte sie ihr auf den Schoß und sagte, ich gebe dir alles, was ich noch habe und sollte ich mich nach Hause betteln. Da fiel der Frau, ohne dass sie es wollte, der Mantel vom Kopf herunter und der Ritter sah, dass es sein eigenes angetrautes Eheweib war, der er das Geld geschenkt hatte. Trotz der Lumpen fiel ihr um den Hals und küsste sie und als er vernahm, dass das Kind sein Sohn war, herzte und küsste er es auch. Doch Frau nahm ihren Mann den Ritter an der Hand, führte ihn in die Kirche und legte das Geld auf das Kirchbecken. Dann sagte sie, ich wollte dich erlösen, aber du hast dich selbst erlöst. Und so war es auch. Denn als der Ritter aus der Kirche trat, war der Fluch gehoben und der Rost, seine ganze linke Seite bedeckte, verschwunden. Er hob seine Frau mit dem Kinder auf sein Pferd, ging selbst zu Fuß daneben und zog mit ihr zurück in sein Schloss, wo er lange Jahre glücklich mit ihr lebte und und viel Gutes tat, dass ihn alle Leute lobten. Die Bettler Lumpen aber, die seine Frau getragen hatte, hingen er in einen kostbaren Schrein und jeden Morgen, wenn er aufgestanden war, ging er an den Schrein, besah sich die Lumpen und sagte, das ist meine Morgenandacht, die nimmt mir der liebe Gott nicht übel, denn er weiß, wie ich meine und ich gehe nachher doch noch in die Kirche. Zwergenwald Der Zwergenwald Am Rande eines breiten Wiesentales, das an vielen Windungen von einem klaren Bach durchströmt wurde, lag ein ausgedehnter Wald, wo dieser Bach seinen Ursprung nahm, indem er dort aus vielen riesenen Quellen zusammenströmte. Dort war es lustig und grün. Die Vögel wohnten da gern und sangen geeifrig den Händen Und wenn man dort wanderte, so freute man sich der vielen plätschernden Wässerchen, die aller Orten wie spielend einher liefen und freundlich aus Farnkraut und üppigen Pflanzen hervorblitzten. So herrschte dann im Sommer eine rechte grüne Kühlung in diesem Walde. Und das mochte wohl den Zwergen besonders gut gefallen, von denen hier ein kleines Völkchen seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte. Sie hausten in den höher gelegenen Teilen des Forstes, wo man hinter bemoosten Granitblöcken oder zwischen den knorrigen Wurzeln mächtige Eichenbäume, die Eingänge zu ihren Höhlen bemerken konnte. Ein Holzhauer hatte einmal erzählt, er sei spät in der Nacht durch den Wald gekommen und habe aus einem Spalt in einer uralten Eiche Licht schimmern sehen. Neugierig sei er hinzugetreten und habe hineingeblickt. Da sei die ganze Eiche inwendig hohl gewesen und darin um einen runden Tisch hätten eine Menge Zwerge mit spitzen grünen Hüten und grauen Röcklein gesessen. Sie hätten aus kleinen Kalkpfeifen geraucht und aus zinnernden Deckelkrügen Braunbier dazu getrunken. Eben hätte er sagen wollen, sie sollten ihm auch einen Trunk lassen, da hätte eine Stimme gerufen, er guckt und auf einen Schlag sei alles finster gewesen. Nachher sei es aber auch gar nicht richtig im Wald gewesen und immer sei ihm etwas zwischen die Füße gelaufen wie Katzen und junge Hunde und habe gewinselt wie kleine Kinder weinen und er habe große Not gehabt nach Hause zu kommen. Die kleinen Zwerge waren den Menschen sonst günstig gesinnt und wenn man sie in Frieden liest hatten sie niemanden etwas zu leider. Ja, man erzählte sich mancherlei Geschichten von Wohltaten und Gefälligkeiten, die sie den Menschen gezeigt hätten. Auch beruhte nicht auf Wahrheit, was böswillige Menschen über sie ausgebreitet hatten, nämlich, dass sie Gänsefüße hätten und ängstlich bestrebt wären, diese zu verbergen. Im Winter nämlich, wenn ein leichter Schnee gefallen war, konnte man ihre Spuren finden, die denen von ganz kleinen feinen Kinderfüßchen glichen, sodass es offenbar war, nur schnöde Verleumdung hatte, solche Gerüchte ausbringen können. Wenn der Schnee jedoch höher lag, kam sie nicht hervor, sondern saßen in der Tiefe ihrer warmen Höhlen, zerrten von ihren gesammelten Vorräten und arbeiteten fleißig allerlei künstliche Dinge von Gold und Silber und köstlichen Steinen. Außerhalb des Waldes wurden sie niemals in ihrer natürlichen Gestalt gesehen. Aber man erzählte sich, sie vermöchten allerlei Zauber und verstünden die Kunst, sich in verschiedene Tiere zu verwandeln. Auch wollten manche sie in solcher Verkleidung auf der Wiese, den Feldern und in den Gärten gesehen haben. Sie sollten sich als Hamster den geringen Kornvorrat einheimsen, den sie brauchten und als Eichhörnchen in die Nussbäume kommen. Man gönnte ihnen dies gern, denn in den Feldern und Gärten, von denen die Sage ging, dass die Zwerge ihren Anteil davon nähmen, pflegte es also zu gedeihen, dass sie immer noch mehr Frucht brachten als andere. Im Laufe der Zeit trat aber mit diesem lustigen grünen Quell durch rieselten Walde eine große Veränderung ein, denn er verwandelte sich in seinen tief gelegenen Teilen allmählich in einen Sumpf. Dies ging von einem Moorbruch aus, der in der Nähe gelegen und ringsum wegen seiner Gefährlichkeit übel berüchtigt war und zog sich allmählich immer weiter. Auf unerklärliche Art veränderte und hob sich der Boten, sodass die Quellen in ihrem Lauf abgedämmt sich zu trägen breiten Morastflächen ausdämmten. Giftgrünes Krautschoss an den Rändern üppig empor und ein trügerischer Pflanzenwuchs bedeckte die schlammigen Flächen, sodass schon mancher, der durch den Anschein getäuscht, solche Orte zu betreten wagte, nur mit Mühe dem Tode durch versinkten im Morast entgangen war. Viele Bäume erkrankten, starben ab und wurden vom nächsten Sturme in den Moder geschleudert, wo sie ihre nackten, weißgebleichten Äste emporraken ließen. An den trockeneren Stellen vermehrten sich die giftigen Kreuzottern und eine Unzahl von Stechmücken ward durch die Sonne in den stehenden Sümpfen ausgebrütet, sodass man zu gewissen Zeiten von ihrer schwärmenden Menge kaum zu atmen vermochte. Der Wald kam zuletzt so in Verruf, dass sie selbst die Kundigsten nicht mehr hineinwagen mochten, denn schon mancher war dort ohne jegliche Spur verschwunden und man wollte dort in den Sümpfen schauerliche Geschöpfe gesehen haben, menschenähnlich gestaltet, aber mit einer Haut, schwarz und glänzend wie der der Schnecken, mit kleinen, tückischen, roten Augen und mit Armen, die sie blutegelartig verlängern und an sich ziehen konnten. Sie sollten Saugewarzen an den Fingern haben, wie ein Polyp und sich entweder mit widerlichem Quäken im weichen Schlamm wälzen oder unter dem Kraut verborgen, dass nur die stielartig verlängerten Augen hervorschimmerten, auf Menschen und Tiere lauern, um sie zu sich auf den Grund zu ziehen. Wie sich die kleinen Zwerge zu dieser unliebsamen Veränderung ihres lustigen Wohnortes verhielten, das hatte man nicht erfahren. Sie mochten wohl kaum damit zufrieden sein, denn außer dem Kleinteil des Waldes, der höher gelegen war und ihre Höhlen und Wohnung enthielt, war nichts von dem Schicksale der Versumpfung verschont geblieben. Dies war auch der einzige Ort, den man noch mit Sicherheit betreten konnte und hier sah auch ein Besenbinder eines Tages eines der kleinen Männchen auf einem Steine sitzen. Sein Hütlein, das nicht grün wie gewöhnlich, sondern purpurrot und mit einer feinen Goldkrone geziert war, lag neben ihm und der Kleine hatte seinen Kopf in beide Hände begraben, als ob er schwer nachdenke. Als der Besenbinder ein Geräusch machte, blickte er auf und während sonst die Zwerge feine rosige Gesichter zu haben pflegten, sah dieser jetzt erdgrau und traurig aus. Und als der Besenbinder fragte, was ihm fehle, da seufzte er und schüttelte mit dem Kopf, als wolle er sagen, du kannst mir doch nicht helfen. Dann griff er nach seinem Hütlein, glitt an dem Steine herab und verschwand im Gebüsch. Ein anderer hatte einmal unter den Wurzeln einer uralten Eiche, wo sich der Eingang zu einer Zwergenhöhle befand, einen traurigen Gesang und viele klagende Stimmen gehört. Und ein Bauer, der sich bei einem anhaltenden Platzregen unter denselben Baum geflüchtet hatte, wollte gesehen haben, wie sie in blanken Eimerchen eilfertig Wasser aus der Höhle getragen und dieses mit betrübten und sorgenvollen Gesichtern draußen ausgeschüttet hätten. In einem Dorfe, dessen Felder an diesem Wald angrenzten, lebte ein armer Musikant, der einen einzigen Sohn namens Johannes hatte. Dieser war ein Sonntagskind und zwar eins von ganz besonderer Art, denn er war an einem 29. Februar, der auf einen Sonntag fiel, des Mittags 12 Uhr bei dem Leuten der Kirchenglocken geboren wurden. Man sagt, dass dergleichen Sonntagskinder zu besonderen Dingen bestimmt sind und seltene Gaben besitzen. Dies verriet sich bei Johannes nicht gerade in besonderer Art. Allerdings hatte er ein hübsches Aussehen und schönes goldgelbes Haar. Allein sonst zeigte er keine auffallende Begabung und ward von den anderen Knaben im Dorfe oftmals wegen seines träumerischen Wesens verspottet. Sein Vater war oft viele Tage lang vom Hause entfernt, da er in anderen Dörfern zum Tanz aufspielte und dann trieb sich Johannes einsam in der Umgegend umher und hing seinen Gedanken nach. Er konnte stundenlang am Bache liegen und dem unablässigen Glitzerspiel der Wellen zuschauen oder in die Wolken blicken und die wechselnden Gestalten verfolgen, zu denen sie sich auf dem blauen Grunde des Himmels ruhelos bildeten. Sein Lieblingsplatz war eine alte Kopfweide, die am Anfang des großen Ufer des Baches stand. Im Laufe der Jahre hatte das unablässig fließende Wasser ihr Wurzelgeflecht freigespült und sie war schräg über den Bach hingesunken, so dass ihr dicker spärlich mit Zweigen bewachsener Kopf mitten über dem Wasser schwebte. Was ihr jedoch an eigenem Grün abging, das war durch fremdes Wachstum reichlich ersetzt, denn aus dem hohlen Stamm hing mannigfaches Trankenwerk hernieder und auf ihrem geräumigen Haupte war eine ganze Kolonie fremder Pflanzen aufgeschossen. Diese Weide war gleichsam ein Obstgarten für Johannes, denn von diesem wunderbaren Baum hatte er schon Himbeeren, Johannesbeeren und Brombeeren gegessen und manche freundliche Blume zierte im Sommer den alten grauen vermorschten Stamm. Hier saß er eines Morgens zwischen den Zweigen und späte nach dem nahen Walde hinüber, der schon immer ein Gegenstand unheimlicher Anziehung für ihn gewesen war. Heute bemerkte er dort ein merkwürdiges Treiben, da er sich nicht zu erklären vermochte. Unter den Büschen am Waldrand huschte und bewegte sich etwas, von dem er nicht ganz genau zu erkennen vermochte, ob es Zwerge oder Tiere waren. Als er so späte und seine Augen umher schweifen ließ, bemerkte er, dass es auch auf der Wiese nicht richtig war, denn zwischen dem hohen Blumen durchwirkten Grase sah er hier und da etwas hervorschauen und schnell wieder verschwinden und an der Bewegung der Halme merkte er, dass sich ihm verschiedene lebende Geschöpfe nähern mussten. Zudem ging ein seltsames Schüttern und Beben durch die alte Weide und an ihren Wurzeln knirschte es, als ob jemand daran eifrig nage. Auf einmal senkte sich der Baum sanft den Wasserspiegel nieder und einige Hamster wurden sichtbar, die eifrig die letzten Wurzelfasern zerbissen und sich dann an die Stümpfe anklammerten. Zugleich war die alte Weide mit dem Kopf gegen den Strom gedreht und schwamm langsam Bach aufwärts. Johannes sah nun, dass eine Anzahl Fischotter an die Zweige mit den Zähnen erfasst hatten und den Baum schwimmend hinter sich herzogen. Der Bach war nicht breit und das Ufer war mit einem tüchtigen Sprunge zu erreichen. Allein als sich der Knabe, dem das Ding unheimlich wurde, erheben wollte, um die Flucht zu ergreifen, fühlte er sich festgehalten. Eine Menge von Wieseln, die sich in den Höhlung verborgen hatten, waren hervorgekommen, hatten sich in seine Kleidung verbissen und hielten ihn. Jetzt sprang von der Wiese aus nacheinander eine Reihe von Eichhörnchen mit mächtigen Sätzen auf den Baum. Darunter war ein schönes Schnee Weißes. Das setzte sich vor Johannes auf die Hinterbeine, hielt wie flehend seine Pfötchen zu ihm empor und sah ihn so ausdrucksvoll an, dass der Knabe wohl verstand, es bitte ihn zu bleiben, wo er sei. Seine Furcht minderte sich bei dem Anblick dieses schönen Tieres, das so sanft und freundlich aussah und erwartete nun mit Verwunderung, wie die Dinge ablaufen würden. Kaum war dies seltsame Fahrzeug in dem verrufenen Weide angelangt, als es die Fischottern an das Land führten und sich sämtliche Tiere eilfertig an das Ufer begaben, wo sie sich in denselben Augenblicke in Zwerge verwandelten. Sie trugen graue Rücklein und spitzegrüne Hüte, nur der, der als weißes Eichhörnchen erschienen war, hatte ein purpurrotes Hütchen, das mit einer feinen Goldkrone geziert war. Dieser sprach zu Johannes, wir haben auf diese Weise versucht, weil wir außerhalb dessen nur als Tiere erscheinen dürfen und an der Sprache nicht mächtig sind. Wir müssen dich aber um einen Dienst ersuchen, der nur ein Sonntagskind deiner Art vollbringen kann, denn du vermagst uns aus großer Not zu befreien. Alleines muss freiwillig und ohne Hoffnung auf Lohn geschehen. Bist du deshalb gesonnen und zu helfen, so folge uns, wir flehen dich darum an. Tempor, dass Johannes nicht widerstehen konnte und ans Land stieg. Seine kleinen Führer trippelten und liefen vor ihm her und so gingen sie auf einen schmalen und niedrigen Erdrücken entlang, der von der Versumpfung verschont geblieben war, zu dem höher gelegenen Orte, auf dem wie auf einer Insel die Wohnung der Zweige gelegen waren. Ängstlich schaute der Knabe unterwegs seitwärts auf die trügerisch begrünten Schlammflächen, zwischen denen an einzelnen Stellen schwarzes Wasser hervorblinkte, denn ein seltsam unheimliches Gären und Rühren war darin bemerkbar und widerliches Gurgeln und Schmatzen tönte daraus hervor. Einmal, als einer der kleinen Zwerge stolperte, ein wenig den Abhang hinabtaumelte und dabei dem Morass zu nahe kam, fuhr blitzschnell ein langer glänzend schwarzer Arm daraus hervor, ergriff das am Fuß und wollte es mit sich ziehen. Allein dieses hatte zu seinem guten Glück einen Strauch erfasst, lange mit der anderen Hand in ein Täschchen an seinem Gürtel und streute ein rotes Salz auf den Arm, worauf dieser eiligst losließ und wieder untertauchte. Während an demselben Ort Köpfe wie von ungeheuren Fröschen tauchten hier und da auf und stierten mit gierigen roten Augen auf die Zwerge hin, während sie ein hässliches bellendes Gequäk anstimmten und sich zuweilen schwarze triefene Fäuste drohend aus dem Schlamm reckten. Unterdes hatte sich der Weg bereits verbreitert und bald langte der kleine Zug auf dem ausgedehnten flachen Hügel an, wo sich die Wohnsitze der Zwerge befanden. Hier lagen zwischen uralten Eichen mächtige bemuste Steinblöcke neben und übereinander und als der kleine Rothut an einem mit seinen Stäbchen klopfte, drehte sich dieser wie eine Tür zur Seite und legte den dunklen Eingang in eine unterirdische Höhle frei. Als Johannes eine Reihe von Stufen hinabgestiegen war, gelangte er mit dem Zweige in eine niedrige Säulenhalle, deren Wände und Deckel im Lichte der brennenden Lampen gar wunderbar schimmerten und blitzten, denn sie waren mit natürlichen Kristallbildung in allen Farben und bunten geschliffenen Steinen sehr zährlich und künstlich ausgelegt. An der Wand, die der Tür gegenüber lag, stand ein kleiner Thronsessel mit Purposamt und Goldbrokat überzogen und davor im Halbkreis eine Reihe von geringeren Lehnstühlen. Johannes musste sich in der Mitte dieser Reihe auf eine Anzahl von Polstern setzen, dem Rothut, der den Thron bestieg und offenbar der König der Zwerge war gerade gegenüber. Als nun alle saßen und eine Zeit lang feierliche Stille geherrscht hatte, begann der König wie folgt. Du hast soeben selbst gesehen, lieber Johannes, welchen Gefahren wir ausgesetzt sind und welche widerliche und hässliche Gesellschaft sich in unserem Walde angesiedelt hat. Statt des rieselnden Geplauders fröhlicher Quellen findet man jetzt nur das brodelnde Gären des Ungeziefers brütenden Schlammes, statt des lustigen Gesanges lieblicher Vögel das hässliche Quäken und Gurgeln gräulicher Unholder. Statt der Frischen von Blumen und Kräutern wird sich duften Luft, dumpfen Modergeruch und schädliche Fiebertünste. Ich will dir erzählen, wie dies gekommen ist. In jenem seit alter Zeit verrufenen und gemiedenen Moorsunft, den ihr das Teufelsmoor nennt, lebt schon lange ein Volk von Sumpfgnomen unter der Herrschaft ihres Königs Egelborst. Schon lange hatte dieser seine Begierde zur Ausdehnung seines widerlichen Reiches auf unseren grünen Quellwald gerichtet. Allein solange wir uns im Besitz des goldenen Handringes befanden, vermochte er keine Macht über diese Gegend zu gewinnen, da ihr Besitz an dieses Kleinod gebunden ist. Wir wussten, dass er bestrebt war, diesen Ringen seine Macht zu bringen und waren auf unserer Hut. Wir hatten ihn in unserer Schatzkämmer hinter sieben eisernen Türen, wie wir meinten, sicher genug verborgen. Jedoch eines Tages fand sich ein fremder Stammesgenosse bei uns ein, der vorgab, von seinem Volker ausgeschickt zu sein, um Edelsteine einzutauschen, da es dort an solchen Mangler. Er führte einen Sack voll kostbarer Perlen mit sich, der dergleichen wir damals wenig in unserem Besitz hatten, während unserer Schatz an Edelsteinen sehr reich war. So hatte dieser Fremde ein finsteres und tückisches Aussehen und ein seltsam schwärzelliger Gesichtsfarbe, auch auffallend glatte und schlangenhafte Bewegung, allein wir schrieben dies auf seinen fremden Stammesart und schenkten ihm dennoch Vertrauen, zumal dass seine Perlen ohne Tadel waren und er seine Worte gar gut und zierlich zu setzen verstand. Nachdem wir ihn also nach Gebühr bewirtet hatten, nahmen wir ihn mit in unsere Schatzkammer, wo er große Verwunderung über unsere Reichtümer bezeigte und nicht genug des Lobes finden konnte Edlinge Steine. Da wir keinen Argwohn hegten, so zeigten wir ihm alles, auch den kostbaren Handring, ohne ihm allerdings dessen Bedeutung mitzuteilen. Es schien ihm auch wenig Beachtung zu schenken und dann begann der Handel, wodurch wir uns in den Besitz seiner Perle entsetzten, während er eine Anzahl aus erlesener Edelsteine dafür in Empfang nahm. Wir glaubten einen guten Kauf gemacht zu haben und begaben uns darauf aus der Schatzkammer in unseren festlichen Speisesaal, um den Handel nach alter Sitte mit einem Trunk von unserem hundertjährigen Kometenwein zu beschließen. Doch als wir dort anlangten, vermissten wir plötzlich den Fremden. Niemand hatte gesehen, wo er hingekommen war, und alles Suchen und Rufen war vergebens. Eine düstere Ahnung bemächtigte sich meiner. Ich kehrte mit den Meinen in die Schatzkammer zurück und fand meine Befürchtung nur zu sehr begründet, denn der goldene Handring, unser bestes Besetztum war fort. Es war offenbar, dass der Fremde ein Abgesandter des Königs der Sumpf gnomen, wenn nicht dieser selbst gewesen war, der sich auf diese Art unter der Maske eines Zwerges unseres Schatzes bemächtigt hatte. Wir wussten Gestalt anzunehmen, wenn auch nicht in dem Maße, dass alles gnomenhaft aus seinem Wesen verwischt wurde. So erklärte sich auch sein tückisches schwärzliches Aussehen, die schlangenhafte Bewegung und die kalte Feuchte seiner Glieder, die mich, als ich ihm die Hand reichte, bis ins Innerste durchschauert hatte. Die Schnellfüßigsten unserer Genossen waren ihm sofort in der Richtung des Moorsumpfes nachgesetzt, war allein vergeblich, denn es gelang ihm nur, seiner ansichtig zu werden, als er bereits dort angelangt und jauchzend den blitzenden Ring über dem Haupte schwingelnd in das schwarze Schlammwasser sprang, während seine scheußlichen Untertanen überall die Plattenköpfe hervorgestreckt hatten und ein höhnliches Gezeter und quäkenes Triumphgeheul anstimmten. Als der König der Zwerge seine Geschichte so weit erzählt hatte, schwieg er eine Weile und es entstand eine Stille, während derer die anderen Zwerge mit bedrückten Minen vor sich hinsahen. Dann fuhr der König in seiner Erzählung fort. Von dieser Zeit an begann das Unheil in unserem Walde. Die Sumpfgnomen durch kein Machtgebot mehr behindert dämmten allmählich die Quellen ab und verstopften die Reste verwandelten, die jetzt dem widerlichen Volke erwünschten Wohnsitze darbieten. Und immer weiter dehnen sie ihr Reich aus. Einige unserer tiefer gelegenen Wohnungen stehen bereits unter Wasser, so dass wir genötigt waren, sie zu verlassen und nicht lange mehr wird es dauern, so wird auch der schmale Erdrücken, der uns noch mit der Außenwelt verbindet, überschwemmt und wir werden veranlasst sein, noch vorher Wir sind machtlos gegen unsere Gegner. Wir haben nur das aus Geheimkräutern bereitete rote Salz, das uns als Waffe gegen einen Angriff dient, denn es brennt und frisst wie Feuer auf ihren schlammigen Gliedern und tötet sie. Allein trotzdem haben sie schon manchen unserer Genossen, der die Vorsicht nicht bewahrte und dies Mittel nicht mehr anzuwenden vermochte, hinabgezogen und umgebracht. Dies ist die große Not, in der wir uns befinden und dies ist der Grund, weshalb wir dich auf so besondere Weise veranlasst haben, unseren Klagen anzuhören, denn dir ist es gegeben uns zu retten. Du vermagst es, uns den kostbaren Ring wieder zu schaffen, weil du ein Sonntagskind von ganz besonderer Art bist und Dämonen Zauber über dich keine Macht hat. Wenn du den Mut hast, unsere Gegner in ihren eigenen Reiche aufzusuchen, so wollen wir dir Mittel und Wege angeben, wie du es anfangen kannst, ihnen den Handring zu entreißen, der uns Frieden und Glück zurückbringt. Johannes dachte an die Erlebnisse auf dem Wege ins Zwergenreich und schauderte zusammen. Er hegte ein tiefes Grauen vor dem entsetzlichen Geschöpfen, die er dort im Schlamm gesehen hatte. Als der lief er von seinem Throne zu Johannes hin und indem er niederkniete hob er flehend die Hände zu ihm empor, während alle anderen Zwerge allig dasselbe taten. Zugleich bat der König so beweglich und schilderte das Unglück seines Volkes in so ergreifender Weise, dass Johannes nicht widerstehen konnte und endlich beschloss die Tat zu wagen. Als die Zwerge dies vernahmen, leuchteten ihre Gesichter vor Freuden und nun gingen sie mit ihm in ihren Festsaal, wo ein prächtiges Mahl angerichtet war. Die köstlichsten Gerichte, die Johannes nicht einmal den Namen nachkannte, wurden aufgetragen und der Wein, der dazu in Goldpokalen gereicht wurde, schien aus Eitel, Duft und Glut zu bestehen. Zugleich sah man aus diesem Saal durch eine Wand von Kristallglas in die Küche hinein, wo geschwindekleine Köche in weißen Mützen und Jacken eifrig mit blinkendem Küchengeschirr hantierten und noch immer neue schöne Dinge zubereiteten, was alles dem Johannes gar wohl gefiel. Er blieb die Nacht bei den Zwergen und schlief gar herrlich auf seidenen Kissen. Am anderen Morgen teilte ihm der König den wohl ausgedachten Plan mit, den Ring von ihm Gegner zu erlangen und fuhr dann fort. Eine Gefahr ist für dich nur vorhanden, lieber Johannes, wenn du dich durch teuflische Künste verblenden lässt. Der schlaue Gnomenkönig wird sofort ahnen, was deine Absicht ist und alles aufbieten, diese zu verhindern. Damit du aber zu erkennen vermagst, was Wahrheit und was Gaukelspiel ist, so nimm dieses Augenglas und bewahre es wohl, denn wenn du ihn durchblickst, so wirst du sogleich das Echte vom Falschen zu unterscheiden wissen. Damit hängte er ihm ein rundes in Gold gefasstes Glas um den Hals und sprach weiter, ich werde dir jetzt eine Probe geben von der Macht dieses Zauberglases. Betrachte dadurch das Tier, das dir gleich vor Augen treten wird. Damit schrumpfte die Gestalt des Werges zusammen und er verwandelte sich in ein weißes Eichhörnchen. Als aber Johannes dieses durch sein Glas betrachtete, sah er deutlich den Zwergenkönig mit dem roten Hütchen vor sich. Jedoch wenn er es fortnahm, war wieder das weiße Eichhörnchen da. Nachdem der König sich in seine eigentliche Gestalt zurück verwandelt hatte, sagte er, du hast den Plan, den ich dir vorhin mitteilte, wohlgemerkt und behalten. Wenn du mutvoll und unbeirrt meinen Anweisungen Folge leistest, so kann er mir nicht misslingen. Das Glück eines harmlosen und friedlichen Volkes liegt in deiner Hand. Nun handle klug und furchtlos, wie du versprochen hast. Am anderen Morgen machte sich Johannes in Begleitung eines Zwerges, der ihm als Führer dienen sollte, auf, um sein Abenteuer zu bestehen. Außerhalb des Waldes verwandelte sich sein Begleiter in ein Wiesel und schlüpfte vor ihm her, indem er ihm so den nächsten Weg zum Teufelsmohren zeigte. Dies war ein unergründlicher Morast in dem blankes, unheimlich schwarzes Wasser, mit weichen Schlammflächen und einzelnen kleinen Erhöhungen, auf denen Weidengestrüpf und etliche knorrige verkrüppelte Föhren wuchsen abwechselte. Einzelne Flächen filzten schwimmenden Decke von Graswuchs bedeckt, die wohl imstande war, eine leichte Person zu tragen, jedoch weithin zitterte und Wellen schlug, wenn man sie betrat. Wer jedoch diese trügerische Decke durchbrach und in den weichen unergründlichen Schlamm geriet, war unrettbar verloren. Die ganze Gegend war einsam und gemieten und niemand wagte sich gern an dies verrufene Moor heran. An seinem Rande stand eine ungeheure Hohle von Alter und Blitzschlag halb zerstörte Weide, die zwischen abgestorbenen weiß gebleichten und sackigen Ästen nur noch ein spärliches Grün zeigte. Durch die Höhlung dieses Baumes ging der Weg in das unterirdische Reich des Königs des Sumpfgnomen. Das Wiese lief jetzt an Johannes in die Höhe und schwand zu einer Spitzmaus zusammen, Johannes unterdrückte das Grauen, das ihn befiel, als ihm die feuchte, dumpfe Luft aus der schwarzen Höhlung entgegen hauchte. Er befahl seine Seele Gott und stieg mutvoll die Stufen hinab. Bald gelangte er in einen finsteren, modrigen Gang, der nur durch das phosphorische leuchten verfolten Holz sein mattes Licht erhielt. Endlich kam er an ein Tor, von dem zwei riesige Kröten wie Hunde an Ketten lagen und sich all sofort aufbliesen und ein bellenes Quaken von sich gaben. Daraufhin öffnete sich das Tor und einer der abscheulichen schwarzen Gnomen stierte hervor, wurde aber im Gesicht ganz grün vor Schreck, als er Johannes erblickte. Das Tor ward schnell zugeschlagen und bald hörte er einen Summen und Gemurmel und seltsames Quecken dahinter, das aber allmählich beide Torflüge aufgetan und ein heller Schimmer leuchtete daraus hervor, während statt schwarzen Scheusalz ein herrlich gekleideter Diener dastand, der mit einer abgrundtiefen Verbeugung Johannes aufforderte einzutreten. Zugleich bemerkte dieser mit Verwunderung, dass es gar keine Kröten waren, die an den Ketten lagen, sondern kurzbeinige Hunde, die obgleich ihre Augen ziemlich tückisch blickten, gar freundlich mit den Stummelschwänzen wedelten. Johannes gelangte durch einen flimmernden und blitzenden Vorraum in einen runden Kuppelsaal, über dessen seltsame Pracht er ganz erstaunt war. Die Wände waren gebildet aus unzähligen Seerosenstängeln, die sich nach oben zusammenwölbten und dort mit ihren Blättern die Decke bildeten. Aber all dies schimmerte und glänzte wie grünes Gold, und dahinter flimmerte es an bunten Blattwerk und glitzernden Fischen, die in allen Farben köstlicher Edelsteine leuchteten. Diese Wände waren anzuschauen, als blicke man in ein von der Sonne durchschienen klares Wasser, das mit dem schönsten und seltensten Getier erfüllt war. Kaum hatte Johannes dies mit Verwunderung beobachtet, als der König der Sumpfgnomen gar herrlich gekleidet und schön gestaltet, mit einem holzseligen Lächeln, das ihm jedoch gar übel zu seinem tückischen Blick stand, begleitet von einem glänzenden und schimmernden Gefolge eintrat und alle auf den bereitstehenden Stühlen und Thronsesseln Platz nahm. Mit besonderer Sorgfalt trugen zwei Diener auf einer prachtvollen Tragbare den kleinen Sohn des Königs, der kostbar in Purpur und Gold gekleidet war. Dieser Kleine zeigte ein ganz hübsches Gesicht, nur trug er einen bösen schwarzen Schatten um seine Augen. Nachdem der Kronprinz des Gnomenreiches neben seinem Vater auf einem kleinen Sesselchen Platz genommen hatte, erschallte einen Trompeten Stoß und der König sprach, Ich weiß sehr wohl, dass du ein Abgesandter aus dem Zwergenwalde bist. Sprich, was ist dein Begehr? Ich komme, sagte Johannes, um den goldenen Handring zu holen, den du durch List in deinen Besitz gebracht hast. Der Ost lächelte sehr freundlich und sprach, Du hast dich bitte anlassen, Knabe, durch das Geschwätz der listigen Zwerge. Was weiß ich von dem Ringe und wozu könnte er mir nützen, der ich kostbare Perlen und Edelsteine genug besitze. Du bist jung und unerfahren und lästig gebrauchen zu Dingen, wozu die geizigen Zwerge selbst zu feige sind. Haben sie dir wohl das Geringste zum Lohn geboten? Sie sitzen auf ihren Schätzen und trachten gierig, sie zu vermehren, das ist alles. Ich will dir beweisen, dass König Egelborst minder niedrig denkt. Dann winkte er und es traten zwei Pagen herein, die goldenen Schlüssel entrugen, auf denen die herrlichsten Perlen und edel Steine gehäuft lagen. Diese kostbaren Schätze will ich dir schenken, sagte Egelborst. Da du den Wert dieser Dinge vielleicht nicht kennst, so sage ich dir, dass du dadurch reicher wirst als irgendeiner im Lande und dir ein Herzogtum dafür kaufen kannst. Nimm diese Kleinigkeit und sie in Frieden. Unterdessen war aber die Spitzmaus unter der Wester empor gekrochen und zupfte heftig an dem Augenglase, der ganz verwirrt war von diesen unerwarteten Wendungen der Dinge merkte es endlich. Sokos hervor hielt es an seine Augen. Welche entsetzliche Veränderung ging nun mit dem vor, das ihm noch eben schön kostbar und reizend erschien war. Statt der glänzenden schimmernden Gesellschaft sah er eine abscheuliche Versammlung von ekelhaften schwarz glänzenden Ungetümen vor sich, die ihn mit roten anstirrten, statt goldene Halsbänder züngelnde Kreuzottern trugen und statt auf kostbaren Stühlen auf modrigen von schwarzen Schnecken bekrochenen Baumstümpfen saßen. Die Edelsteine und Perlen hatten sich in schmutzige Kiesel und leere Schneckenhäuser verwandelt und das Königs Söhnlein in ein kleines widriges warzenbedecktes Scheusal. Die flimmernde Pracht der Wände dieses Kuppelsaals war dahin und stattdessen glaubte an einen ekelhaften von Blut Egeln Kröten Molchen und anderen scheußlichen Tieren wimmelnden Sumpf zu schauen. Zugleich erhob sich ein Heulen, Quäken und Schreien und mit Wut verzerrten Gesichtern schossen die Gnome auf ihn zu. Schwarze Arme streckten sich lang nach ihm aus, Schlangen zischten ihm wütend entgegen. Alleine als wenn ein Zauber sie bände, zuckten sie immer wieder zurück und wagten nicht zuzugreifen. Jetzt war der Augenblick zum Handeln gekommen. Johannes ersah die Gelegenheit, stürzte sich auf den kleinen Sohn des Königs und indem er ihm am Halse ergriff, langte er gleichzeitig mit der anderen Hand in der Tasche, die die Zwerge mit dem roten Salz gefüllt hatten und rief, Gibst du den Handring nicht heraus, König Egelborst, so ist dein Sohn, so sind alle, die ich erreichen kann im Augenblicke des Todes. Der König und die anderen Gnome wurden grün vor Schreck und alle wichen vor dem Anblick des gefürchteten Salzes Winseln zurück. Der König rief, halt ein, du sollst haben, was du begehrst. Dann winkte er seinem Schatzmeister und flüsterte ihm etwas zu. Dieser ging und kam nach einer Weile mit einem großen, herrlich verzierten goldenen Ringe zurück, den er Johannes überreichen wollte. Allein in diesem Augenblick biss die Spitzmaus ihn empfindlich in die Brust, welches Zeichen er wohl verstand. Es ist der rechte nicht, rief Johannes und machte eine Bewegung, als wollte er dem strampelnden und winselnden kleinen Wüterich, den sah über alles. Dann eilte er selbst fort und kam nach einer Weile zurück mit einem glatten ovalen Ringe von massiven Golde, der gerade so groß war, dass man die Hand ohne den Daumen hindurch stecken konnte. Bei dem Anblick dieses Ringe stieß die Spitzmaus ein jauchzendes Quietschen aus und nun wusste Johannes, dass es der Rechte war. So gelangte er glücklich in den Besitz des Kleinods und erreichte mit ihm ohne weitere Gefahr die Oberfläche der Erde. In den Wohnungen der Zwerge herrschte Eite, Jubel und Wonne, als Johannes mit dem erworbenen Ring glücklich zurückkehrte. Sie tanzten umher, schossen Kobold im grünen Grase und wussten sich vor Vergnügen gar nicht zu lassen. Zugleich ward in dem versumpften Walde ein Heulen und Gewinsel und wühlte durch den Schlamm und verlor sich allmählich in der Ferne. Ohne Ausdicht auf Lohn hast du uns geholfen, sagte der Rothud zu Johannes. Wie es geschehen musste, nun dürfen wir uns dankbar zeigen. Er belud ihn mit den köstlichsten Schätzen an Perlen und Edelgesteinen und so kehrte Johannes zu seinem Dorfe und zu seinem Vater zurück. Dieser, der ihn schon verloren geglaubt hatte, staunte nicht wenig, als er durch den glücklichen zurückgekehrten plötzlich zu einem reichen Mann gemacht wurde. Er kaufte sich in Erfolge ein herrliches Gut, das an den Zwergenwald angrenzte. Und als er gestorben war, brachte Johannes, der unter des erwachsen war, auch diesen Wald, der nun wieder grün und frisch von kristallklaren Wellen durchrieselt war, in seinen Besitz. Das Teufelsmoor aber ließ er durch Anlage eines mächtigen Grabens trockenlegen, sodass die Wohnstätte der Gnomen vernichtet ward und fröhlicher Wald dort ebenfalls aufschoss. Von den Gnomen hat man später nie etwas gehört. Sie mögen wohl verdorben und gestorben sein. Die Ehrlichter sind in der Stadt, sagte die Moorfrau. Es gab einen Mann, der einmal viele neue Märchen wusste. Aber nun waren sie ihm entschlüpft, wie er sagte. Das Märchen, das ganz von Selbstbesuch machte, kam nicht mehr und klopfte an seine Tür. Und warum kam es nicht? Ja, es ist wahr, der Mann hatte seit Jahr und Tag nicht daran gedacht, nicht erwartet, dass es kommen und anklopfen würde. Und es war auch gewiss nicht da gewesen. Denn draußen war Krieg und drin war Kummer und Not, die der Krieg mit sich führt. Storch und Schwalbe kehrten von ihrer langen Reise zurück. Sie dachten an keine Gefahr. Und als sie ankamen, war das Nest verbrannt. Die Häuser der Menschen waren verbrannt, die Pforte in Unordnung, ja, ganz verschwunden. Die Rosse des Feindes stapften über die alten Gräber. Das waren harte, dunkle Zeiten, aber auch sie nahmen ein Ende. Und nun hatten sie ein Ende, sagte Mann, aber noch immer klopfte das Märchen nicht an oder ließ etwas von sich hören. Es wird wohl tot sein oder weit fort wie viele andere, sagte der Mann. Aber das Märchen stirbt niemals. Und es verging über ein ganzes Jahr und er sehnte sich so sehr nach ihm. Ob das Märchen nicht doch wieder kommen und anklopfen sollte? Und er erinnerte sich seiner so lebhaft in all den vielen Gestalten, in denen es zu ihm gekommen war. Bald jung und schön wie der Frühling selbst, ein liebliches kleines Mädchen mit einem Waldmeisterkranz im Haar und einem Buchenzweig in der Hand. Seine Augen leuchteten wie tiefe Waldsehen im klaren Sonnenschein. Bald war es auch als Hausierer gekommen, hatte den Kramkasten geöffnet und Silberband herausflattern lassen, mit Versen und Inschriften zum Angedenken. Aber am allerschönsten war es doch, wenn es als altes Mütterchen kam, mit silberweißen Haar und mit so großen und so klugen Augen. Dann wusste es so recht, von den allerältesten Zeiten zu erzählen, noch lange bevor die Prinzessinnen mit der Goldspindel spannen und Drachen und Lindwürmer draußen lagen und aufpassten. Da erzählte es so lebendig, dass es jedem beim Zuhören schwarz vor Augen wurde und der Fußboden schwarz von Menschenblut zu sein schien. Gräulich zu sehen und zu hören und doch so vergnüglich, denn es war vor so langer Zeit geschehen. Ob es nicht mehr anklopfen sollte, sagte der Mann und starrte zur Tür, dass ihm schwarze Flecken vor die Augen und schwarze Flecken auf dem Fußboden erschienen. Er wusste nicht, ob es Blut oder Trauerflor von den schweren dunklen Tagen war. Und als er so saß, kam ihm der Gedanke, ob sich das Märchen nicht versteckt hätte, wie die Prinzessin in den richtigen alten Märchen und sich nun suchen lassen wollte. Würde es gefunden, dann strahlte es in neuer Herrlichkeit schöner als je zuvor. Wer weiß, es hat sich vielleicht in den weggeworfenen Strohhalm versteckt, der auf dem Brunnenrand wirbt. Vorsichtig, vorsichtig, vielleicht hält es sich in einer welken Blume verborgen, die in einem der großen Bücher auf dem Bord liegt. Und der Mann ging hin und öffnete eines von den allerneuesten Büchern, um sich Klarheit darüber zu verschaffen. Aber da lag keine Blume. Da stand von Holger Danske zu lesen. Es war mit Holger Danske wie mit Wilhelm Tell. Alles nur leere Worte, nichts, worauf man sich verlassen konnte. Und das war in dem Buch mit großer Gelehrsamkeit zusammengeschrieben. Ja, ich glaube nun, was ich glaube, sagte der Mann. Es wächst kein Wegerich, wohin kein Fuß getreten ist. Und er schloss das Buch, stellte es wieder auf das Bord und ging zu den frischen Blumen auf dem Fensterbrett. Da hatte sich das Märchen vielleicht in der roten Tulpe mit den goldgelben Kanten versteckt oder in der frischen Rose oder in der leuchtenden Kamelie. Der Sonnenschein lag zwischen den Blättern, aber kein Märchen. Die Blumen, die hier in der Zeit der Trauer standen, waren all viel schöner. Aber sie wurden abgeschnitten, jeder einzelne in Kränze gebunden, in den Sarg gelegt. Und darüber wurde die Fahne gebreitet. Vielleicht ist mit den Blumen auch das Märchen begraben. Aber die Blumen müssten davon gewusst haben und der Sarg hätte es vernommen, die Erde hätte es vernommen. Jeder kleine Grashalm, der hervorwuchs, würde es erzählt haben. Das Märchen stirbt niemals. Vielleicht ist es auch hier gewesen und hat angeklopft. Aber wer hatte damals Ohren und Gedanken dafür? Man sah düster, schwermütig, fast zornig auf den Sonnenschein des Frühlings, auf sein Vogelgezwitscher und all das erfreuliche Grün. Die Zunge konnte die alten Volkslieder nicht ertragen. Sie wurden eingesagt wie so vieles, was unseren Herzen lieb war. Das Märchen kann wohl angeklopft haben, aber man hat es nicht gehört. Man hat nicht willkommen gesagt. Und so ist es fortgeblieben. Ich will gehen und es aufsuchen. Draußen auf dem Lande. Draußen im Walde, am offenen Strand. Draußen auf dem Lande liegt ein alter Herrenhof mit roten Mauern, zackigem Giebel und wehender Fahne auf dem Turm. Die Nachtigall sinkt unter den fein gefransten Buchenblättern, während sie die blühenden Apfelbäume des Gartens anschaut und glaubt, dass sie Rosen tragen. Hier sind die Bienen in der Sommersonne sehr emsig und umschwärmen mit summenem Gesang ihre Königin. Der Herbststurm weiß von der wilden Jagd zu erzählen, von Menschengeschlechtern und dem Laub des Waldes, die alle dahin fahren. Um die Weihnachtszeit singen die wilden Schwäne draußen auf dem offenen Wasser, während man sich drin in dem alten Hof am Kaminfeuer in der Stimmung fühlt, Lieder und Sagen anzuhören. In dem alten Teil des Gartens, wo die große Allee von wilden Kastanien mit ihren Halbdunkel lockt, ging der Mann, der das Märchen suchte. Hier hatte der Wind ihn einmal etwas vorgesummt, von Waldemar Day und seinen Töchtern. Die Driade im Baum, die Märchenmutter selbst, hatte ihm hier den letzten Traum der alten Eiche erzählt. In Großmutters Zeiten standen hier beschnittene Hecken. Jetzt wuchsen hier nur Fahnenkraut und Brennnessel. Sie breiteten sich über verstreute Reste alter Steinfiguren aus. Es wuchs ihnen Moos in den Augen. Aber sie konnten ebenso gut sehen wie vorher. Das konnte der Mann, der das Märchen suchte, nicht. Er sah das Märchen nicht. Wo war es? Über ihn und die alten Bäume flogen die Krähen zu Hunderten hinweg und schrien, Kra, da, Kra, da. Und er ging von dem Garten über den Wallgraben des Hofes in den Erlenhain. Da stand ein kleines, sechssäckiges Haus mit Hühnerhof und Entenhof. Mitten in der Stube saß die alte Frau, die das Ganze leitete und genau Bescheid wusste über jedes Ei, das gelegt wurde. Über jedes Küchelein, das aus dem Ei herauskam. Aber sie war nicht das Märchen, das der Mann suchte. Das konnte sie durch ihren christlichen Taufschein und ihren Impfschein beweisen, die beide in der Kommode lagen. Draußen nicht weit vom Hause ist ein Hügel mit Rotdorn und Goldregen. Dort liegt ein alter Grabstein, der vor vielen Jahren von dem Kirchhof der Marktstadt hierher gekommen war. Eine Erinnerung an einen der ehrenwerten Ratsherren der Stadt. Seine Frau und seine fünf Töchter, alle mit gefalteten Händen und Halskrausen, stehen im Stein gehauen um ihn herum. Man konnte ihn so lange betrachten, dass er gleichsam auf die Gedanken wirkte und diese wiederum auf den Stein. Und der erzählte von alten Zeiten. Wenigstens war es dem Mann so ergangen, der das Märchen suchte. Als er nun hierher kam, sah er einen lebendigen Schmetterling auf der Stirn vor des Ratsherren steinernem Bilde sitzen. Er schlug mit den Flügeln, flog ein Stückchen weiter und setzte sich ermüdet wieder auf den Grabstein, als ob er zeigen wollte, was da wuchs. Da wuchs vierblättriger Klee. Da wuchsen ganze Sieben nebeneinander. Kommt das Glück, kommt es wohl auf. Der Mann pflückte den Klee und steckte ihn in die Tasche. Das Glück ist ebenso gut wie bares Geld, aber ein neues, schönes Märchen wäre noch besser, dachte der Mann. Aber er fand es nicht. Die Sonne ging unter, rot und groß, die Wiese dampfte, die Moorfrau braute. Es war spät am Abend, er stand allein in seiner Stube, sah über den Garten, über Wiese, Moor und Strand. Der Mond schien hell, es dampfte über der Wiese, als wäre sie ein großer See. Und der war hier ja auch einmal gewesen, wie die Sage ging. Und Mondschein schärft den Blick für Sagen. Da dachte der alte Mann an das, was er in der Stadt gelesen hatte, dass Wilhelm Tell und Holger Danske nicht gelebt hätten. Aber im Volksglauben blieben sie doch, wie die See da draußen, lebendige Bilder der Sage. Ja, Holger Danske kommt wieder. Als er so stand und dachte, schlug etwas ganz stark ans Fenster. War das ein Vogel, eine Fledermaus oder eine Eule? Die lässt man herein, wenn sie auch klopfen. Das Fenster sprang von selbst auf. Eine alte Frau guckte zu den Mann herein. Was ist's gefällig? sagte er. Wer seid ihr? Gleich in dieser ersten Etage seht ihr hinein. Steht ihr auf der Leiter? Ihr habt ein vierblättriges Kleeblatt in der Tasche. sagte sie. Ja, ihr habt sogar sieben, von denen das eine ein sechsblättriges ist. Wer seid ihr? fragte der Mann. Die Moorfrau, sagte sie. Die Moorfrau, die Braut. Ich war gerade dabei. Der Zapfen saß schon in der Tonne, aber einer von den kleinen Moorjungen riss in seinem Mutwillen den Zapfen heraus und warf ihn in den Hof, wo er gegen das Fenster schlug. Nun läuft das Bier aus der Tonne und damit ist keinem gedient. Erzählt mir doch mehr, sagte der Mann. Ja, wartet ein wenig, sagte die Moorfrau. Jetzt habe ich noch etwas anderes zu tun. und dann war sie fort. Der Mann wollte gerade das Fenster schließen, als die Frau schon wieder dastand. Nun ist es getan, sagte sie, aber das halbe Bier kann ich morgen wieder umbrauen, wenn das Wetter danach wird. Na, was habt ihr mich zu fragen? Ich bin wiedergekommen, denn ich halte immer mein Wort und ihr habt sieben vierblättrige Kleeblätter in der Tasche, von denen das eine ein sechsblättriges ist. Das gibt Respekt. Das ist ein Ordenszeichen, das an dem Landwege wächst, aber nicht jedermann findet. Was habt ihr denn zu fragen? Steht nur nicht da, wie ein Einfaltspinsel. Ich muss gleich vor zu meinem Zapfen und meiner Tonne. Und der Mann fragte nach dem Märchen, fragte, ob die Moorfrau es auf ihrem Wege gesehen habe. Ih, du großes Gebräu, sagte die Frau. Habt ihr noch nicht Märchen genug? Ich glaube wirklich, dass die meisten genug haben. Hier gibt es anderes zu tun, auf anderes zu achten. Selbst die Kinder sind schon darüber hinaus. Geben sie den kleinen Knaben eine Zigarre und den kleinen Mädchen eine neue Krinoline. Das gefällt ihnen besser. Märchen anhören. Nein, hier gibt es wahrhaftig anderes zu tun, wichtigere Dinge auszuführen. Was meint ihr damit? sagte der Mann. Und was wisst ihr von der Welt? Ihr seht ja nur Frische und Irrlichter. Ja, nehmt euch nur vor den Irrlichtern in Acht, sagte die Frau. Sie sind heraus. Sie sind losgelassen. Von ihnen sollten wir sprechen. Kommt zu mir ins Moor, wo meine Gegenwart nötig ist. Da will ich euch das Ganze sagen. Aber beeilt euch ein wenig, solange eure sieben vierblättrigen Kleeblätter mit den einen Sechsblatt noch frisch sind und der Mond noch oben steht. Weg war die Moorfrau. Es schlug zwölf vom Turm und noch ehe der letzte Schlag verklungen, war der Mann draußen am Hof zum Garten hinaus und stand auf der Wiese. Der Nebel hatte sich gelegt. Die Moorfrau hörte auf zu braun. Es dauerte lange, bis ihr kamt, sagte die Moorfrau. Hexenzeug kommt schneller vorwärts als Menschen und ich bin froh, dass ich als Hektenzeug geboren bin. Was habt ihr mir nun zu sagen, fragte der Mann. Ist es ein Wort über das Märchen? Könnt ihr denn immer nur danach fragen, sagte die Frau. Könnt ihr denn vielleicht über die Zukunftspoesie sprechen, fragte der Mann. Werdet nur nicht hochtrabbend, sagte die Frau. Dann werde ich euch schon antworten. Ihr denkt nur an Dichterei, fragt nur nach dem Märchen, gerade als ob es die Herren vom Ganzen wäre. Es ist wohl nur das Älteste, wird aber immer als das Jüngste angesehen. Ich kenne es wohl. Ich bin auch einmal jung gewesen und das ist keine Kinderkrankheit. Ich bin einmal ein ganz niedliches Elfenmädchen gewesen und habe mit den anderen im Mondschein getanzt. Habe auf die Nachtigall gehört, bin in den Wald gegangen und dem Märchenfräulein begegnet, das sich immer draußen umher trieb. Bald schlug es sein Nachtlager in einer halb aufgesprungenen Tulpe und an einer Wiesenblume auf. Bald schlüpfte es in die Kirche und hüllte es in den Trauerflor, der von den Altarlichtern hing. Ihr wisst richtig Bescheid, sagte der Mann. Ich sollte doch wohl ebenso viel wissen wie ihr selbst, sagte die Moorfrau. Märchen und Poesie. Ja, das sind zwei Ellen von einem Stück. Sie könnten sich hinlegen, wo sie wollen. Ihr ganzes Werk und all ihr Gerede kann man nachbrauen und es besser und billiger machen. Ihr solltet es von mir umsonst bekommen. Ich habe einen ganzen Schrank voll Poesienflaschen. Es ist die Essenz, das Feine davon. Kräuter, Süße und Bittere. Ich habe alles auf Flaschen, was die Menschen an Poesie brauchen, um an Festtagen ein wenig aufs Schnupftuch zu nehmen und daran zu riechen. Das sind ganz wunderliche Dinge, die ihr da erzählt, sagte der Mann. Ihr habt Poesierflaschen? Mehr als ihr vertragen könnt, sagte die Frau. Ihr kennt wohl die Geschichte von dem Mädchen, das auf das Brot trat, um seine neuen Schuhe nicht zu beschmutzen? Sie ist geschrieben und gedruckt. Die habe ich selbst erzählt, sagte der Mann. Ja, das kennt ihr sie auch und wisst, dass das Mädchen gleich in die Erde zur Moorfrau hinabsank, gerade als es Teufels Großmutter sie besuchte, um sich die Brauerei anzusehen. Sie sah das Mädchen und erbat es sich als Postament zur Erinnerung an den Besuch und sie bekam es. Und ich bekam ein Geschenk, wovon ich keinen Nutzen habe. Eine Reiseapotheke, einen ganzen Schrank voll Poesierflaschen. Die Großmutter sagte, wo der Schrank stehen solle und da steht er noch. Seht einmal, ihr habt ja eure sieben vierblättrigen Kleeblätter in der Tasche, von denen das eine ein Sechsblatt ist. Dann werdet ihr es wohl sehen können. Und wirklich, mitten im Moor lag so etwas wie ein großer Erlenknochen. Und das war Großmutters Schrank. Der stehe der Moorfrau und jedem in allen Ländern und zu allen Zeiten offen, sagte sie, wenn sie nur wüssten, wo er steht. Er war von vorn und hinten an allen Seiten und Kanten zu öffnen. Ein wahres Kunstwerk und sah doch nur aus wie ein alter Erlenknochen. Die Poeten aller Länder, besonders unsere eigenen Landes, waren hier nachgemacht. Ihr Geist war ausspekuliert, rezensiert, renoviert, konzentriert und auf Flaschen gezogen. Mit großem Instinkt, wie man das nennt, wenn man nicht Genie sagen will, hatte die Großmutter das aus der Natur genommen, was gleichsam nach diesen oder jenen Poeten schmeckte. Ja, ein wenig Teufelei hinzugetan und so hatten sie die Poesienflaschen für die ganze Zukunft. Lass mich ja mal sehen, sagte der Mann. Ja, aber da sind wichtigere Dinge anzuhören, sagte die Moorfrau. Aber nun sind wir bei dem Schrank, sagte der Mann und sah hinein. Hier sind Flaschen von allen Größen. Was ist denn dieser? Oh, und was in der? Hier ist das, was sie Maiduft nennen, sagte die Frau. Ich hab das nicht geprüft, aber ich weiß, wenn man davon nur eine kleine Neige auf den Boden gießt, dann steht da sofort ein schöner Waldsee mit Wasserrosen, Wasserlies und wilden, kleinen Krauseminzen. Man gießt nur zwei Tropfen auf ein altes Aufsatzheft, selbst von der niedrigsten Sorte, und dann wird das Heft eine ganze Duftkomödie, die man sehr gut aufhören und auch darüber einschlafen kann. So stark duftet sie. Es soll wohl eine Höflichkeit gegen mich sein, dass auf der Flasche geschrieben steht, Gebräu der Moorfrau. Hier steht die Skandalflasche. Es sieht aus, als wäre nur schmutziges Wasser darin, und es ist auch schmutziges Wasser, aber mit Brausepulver aus Stadtklatsch. Drei Lot Lügen und zwei Gran Wahrheit, mit einem Birkenzweig umgerührt, nicht aus einer Spießrute, die in Salzlake gelegt und aus dem blutigen Körper des Sünders geschnitten ist, oder ein Stück von der Rute des Schulmeisters, nein, gerade aus dem Besen genommen, die den Rindstein fegte. Hier steht die Flasche mit der frommen Poesie in Psalmton. Jeder Tropfen hat einen Klang wie das Kreischen der Höllenpforte und ist aus Blut und Schweiß der Züchtigung bereitet. Manche sagen, es sei nur Taubengalle, aber die Tauben sind die frömmsten Tiere. Sie haben keine Galle, wie die Leute sagen, die keine Naturgeschichte kennen. Hier stand die Flasche aller Flaschen. Sie nahm den halben Schrank ein, die Flasche mit den Alltagsgeschichten. Sie war mit Schweinsleder und Schweinsblase zugebunden, denn sie konnte es nicht vertragen, etwas von ihrer Kraft zu verlieren. Jede Nation konnte hier ihre eigene Suppe bekommen, je nachdem, wie man die Flaschen drehte und wendete. Hier war alte deutsche Blutsuppe mit Räuberklößen, auch dünne Hausmannssuppe mit wirklichen Hofreuten, die wie Wurzeln darin lagen und obenauf schwammen philosophische Fettaugen. Da war englische Gouvernantensuppe und französische Potage à la coque aus Hühnerknochen und Sperlingseiern zubereitet, auf Dänisch Kankarsuppe genannt, aber die beste Suppe war die kopenhagenische. Das sagte die Familie. Hier stand die Tragödie in der Champagnerflasche, die konnte knallen und das soll sie. Das Lustspiel sah wie feiner Sand aus, den Leuten in die Augen zu streuen, das heißt, das feinere Lustspiel. Das Gröbere war auch in einer Flasche, bestand aber nur aus Zukunftsplakaten, wobei der Name des Stückes das kräftigste war. Da waren ausgezeichnete Komödientitel wie Darfst du das Werk bespeien? Eins hinter die Ohren, Das süße Biest und Sie ist sternhagelvoll. Der Mann wurde ganz nachdenklich, aber die Moorfrau dachte noch weiter, sie wollte zum Schluss damit kommen. Nun habt ihr wohl genug in die Kramkiste gesehen, sagte sie. Nun wisst ihr, was das ist, aber das Wichtigere, was ihr wissen solltet, das wisst ihr noch nicht. Die Ehrlichter sind in der Stadt. Das hat mehr zu bedeuten als Poesie und Märchen. Ich sollte jetzt den Mund halten, aber es muss eine Fügung sein. Schicksal, etwas, was mir durchgeht, es sitzt mir in der Kehle, es muss heraus. Die Ehrlichter sind in der Stadt, sie sind losgelassen. Nehmt euch in Acht, ihr Menschen. Davon verstehe ich kein einziges Wort, sagte der Mann. Seid so gut und setzt euch auf den Schrank, sagte sie. Aber fallt mir nicht hinein und schlagt mir nicht die Flaschen in zwei. Ihr wisst, was daran ist. Ich werde die große Begebenheit erzählen, sie ist erst gestern und sie ist schon früher geschehen. Sie hat noch 364 Tage herumzulaufen. Ihr wisst wohl, wie viele Tage das Jahr hat. Und die Moorfrau erzählte. Hier draußen im Sumpf war gestern etwas Großes los. Hier war Kindstaufe. Hier wurde ein kleiner Irwisch geboren. Ja, hier wurden zwölf geboren, von der Art, denen es gegeben ist, dass sie als Menschen auftreten, wenn sie wollen und unter diesen agieren und kommandieren können, als wären sie geborene Menschen. Das ist ein großes Ereignis im Moor. Und darum tanzten alle Ehrlichtmännchen und Irrlichtweibchen wie kleine Lichter über Moor und Wiese. Es gibt nämlich auch Weibchen, aber man spricht nicht davon. Ich saß auf dem Schrank und hatte alle zwölf kleinen neugeborenen Irrwischer auf meinem Schoß. Sie leuchteten wie Johanneswürmchen. Sie fingen schon an zu hüpfen und nahmen jede Minute an Größe zu. Und noch ehe eine Viertelstunde um war, sah ein jedes von ihnen ebenso groß aus wie ihr Vater oder ihr Onkel. Nun ist es ein altes, angeborenes Recht und eine Vergünstigung, wenn der Mond gerade so steht, wie er gestern stand. Und der Wind gerade so bläst, wie er gestern bläst. Das ist dann alle Ehrlicht, dann, die in dieser Stunde und in dieser Minute geboren werden, gegeben und vergönnt ist, Menschen zu werden und jedes von ihnen darf ein ganzes Jahr ringsum seine Macht ausüben. Das Ehrlicht kann durch das Land und auch durch die Welt laufen, wenn es nur keine Angst hat, in den See zu fallen oder von einem schweren Sturm ausgeblasen zu werden. Es kann geradewegs in einen Menschen hineinfahren, für ihn sprechen und alle Bewegungen machen, die es will. Der Irrwisch kann jede Gestalt annehmen, Mann oder Frau werden, kann in ihren Geist nach seiner Art handeln, sodass nur geschieht, was er will. Aber er muss in einem Jahr 365 Menschen auf Abwege bringen können, sie vom Wahren und Richtigen fortführen und das im großen Stil. Dann erreicht er das Höchste, wozu ein Irrwisch es bringen kann, nämlich Läufer vor des Teufels Staatskutsche zu werden, glühende, brandgelbe Kleider zu tragen und Flammen aus dem Hals zu speien. Danach kann sich ein einfacher Irrwisch den Mund lecken. Aber es sind auch für einen ehrgeizigen Irrwisch, der eine Rolle zu spielen gedenkt, Gefahren und große Beschweren dabei. Gehen dem Menschen die Augen auf, wer er ist und kann er ihn dann wegblasen, so ist es aus mit ihm. Und er muss in den Sumpf zurück. Und wenn der Irrwisch noch ehe das Jahr um ist, von Sehnsucht ergriffen wird, zu seiner Familie zu kommen und sie selbst aufgibt, ist es auch aus. Er kann nicht länger klar brennen. Geht bald aus und kann nicht wieder angezündet werden. Und das Jahr geht zu Ende und hat er noch nicht 365 Menschen von der Wahrheit und allem, was gut und herrlich ist, abgebracht. So ist er verurteilt, in vollem Holz zu liegen und zu leuchten, ohne sich zu rühren. Und das ist die fürchterlichste Strafe für einen lebhaften Irrwisch. Das alles wusste ich und das alles sagte ich den zwölf kleinen Irrlichtern, die ich auf meinem Schoß hatte und die vor Freude ganz außer sich waren. Ich sagte ihnen, dass es das sicherste und bequemste sei, auf die Ehre zu verzichten und gar nicht zu tun. Das wollten die jungen Flammen nicht und sahen sich schon in glühenden, brandgelben Gewändern mit Feuer aus dem Hals. Bleibt bei uns, sagten einige der Alten, treibt euer Spiel mit den Menschen, sagten die anderen. Die Menschen trocknen unsere Wiesen aus, sie trainieren sie, was aus unseren Nachkommen werden. Wir wollen Flammen, Flammen, sagten die neugeborenen Irrlichter und so war es abgemacht. Jetzt war sofort Minutenball, kürzer konnte es nicht sein. Die Elfenmädchen schwangen sich dreimal mit allen anderen herum, um nicht hochmütig zu erscheinen. Sie tanzten sonst am liebsten mit sich selbst. Nun wurde Gevattergaben ausgeteilt, Butterbrote geworfen, wie es heißt. Die Geschenke flogen wie Kieselsteine über das Moorwasser. Jedes der Elfenmädchen gab einen Zipfel ihres Schleiers. Nimm ihn, sagten sie, dann kannst du gleich den höheren Tanz, die schwierigsten Wendungen und Drehungen ausführen, wenn es nötig ist. Du bekommst die rechte Haltung und kannst dich in den steifsten Gesellschaften zeigen. Der Nachtrabe lehrte jedes der jungen Irrlichter, brav, brav, brav zu sagen, an der rechten Stelle zu sagen, und das ist eine große Gabe, die sich selbst belohnt. Die Eule und der Storch ließen auch etwas fallen, aber es sei nicht wert, davon zu sprechen, sagten sie, und so sprechen wir auch nicht weiter davon. König Waldemars wilde Jagd fuhr gerade über das Moor dahin und als sie Herrschaften von dem Fest hörten, sandten sie ein paar feine Hunde zum Geschenk, solche, die schnell wieder Wind jagen und ein oder auch drei Irrlichter tragen können. Zwei alte Nachtmare, die sich durch Reiten ernähren, waren auch bei dem Fest Schmaus. Von ihnen lernten sie sogleich die Kunst, durch ein Schlüsselloch zu schlüpfen. Das ist dann so, als ob ihnen alle Türen offen stünden. Sie erboten sich, die jungen Irrlichter zur Stadt zu führen, wo sie gut Bescheid wussten. Sie reiten gewöhnlich auf ihren eigenen langen Nackenhaar durch die Luft, das sie in einen Knoten zusammengebunden haben, um hart zu sitzen, aber nun setzten sie sich rittlings auf die wilden Jagdhunde, nahmen die jungen Irrlichter, welche die Menschen verleiten und verwirren sollten, auf den Schoß, husch, waren sie fort. Das war alles gestern Nacht. Nun sind die Irrlichter in der Stadt. Nun sind sie am Werke, aber wie und wo? Ja, sagt mir das. Mir läuft ein Wetterfaden durch den großen Zeh, der sagt mir immer etwas. Das ist ein ganzes Märchen, sagte der Mann. Ja, aber es ist nur der Anfang davon, sagte die Frau. Könnt ihr mir erzählen, wie sich die Irrlichter nun tummeln und wie sie sich benehmen, in welchen Gestalten sie aufgetreten sind, um die Menschen auf Abwege zu führen? Ich glaube wohl, sagte der Mann, dass man einen ganzen Roman von den Irrlichtern erzählen könnte. Ganze zwölf Teile, von jedem Irrlicht, einen oder vielleicht noch besser, eine ganze Volkskomödie. Die sollt ihr schreiben, sagte die Frau, oder es lieber sein lassen. Das ist bequemer und angenehmer, sagte der Mann. Dann wird man auch nicht in den Zeitungen angeprangert, was ebenso unbequem ist, wie für einen Irrwisch in faulem Holz zu liegen, zu leuchten und keinen Mucks zu sagen. Mir ist das einerlei, sagte die Frau. Aber lasst lieber die anderen schreiben, die, welche es können und die, welche es nicht können. Ich gebe euch von meiner Tonne einen alten Zapfen, der öffnet den Schrank mit der Poesie auf Flaschen und daraus könnt ihr bekommen, was euch noch fehlt. Aber ihr, mein lieber Mann, scheint mir eure Finger nun genug mit Tinte bekleckst zu haben und müsst in das gesetzte Alter gekommen sein, in dem man nicht jedes Jahr nach Märchen herumläuft, zumal hier jetzt weit wichtigere Dinge zu tun sind. Ihr habt doch wohl verstanden, was los ist. Die Irrlichter sind in der Stadt, sagte der Mann. Ich habe es gehört, ich habe es verstanden. Aber was meint ihr, was ich tun soll? Ich würde ja durchgeprügelt werden, wenn ich eins sehen und den Leuten sagen würde, seht einmal, da geht ein Irrwisch in ehrbarem Rock. Sie gehen auch in Hemden, sagte die Frau. Der Irrwisch kann alle Gestalten annehmen und an jedem Ort auftreten. Er geht in die Kirche, aber nicht um des lieben Gottes willen. Er ist vielleicht in den Pfarrer gefahren. Er redet am Wahltag nicht um des Landes und des reiches Willen, sondern nur seinetwegen. Er ist Künstler sowohl im Farbentopf als im Theatertopf, aber wenn er die Macht ganz und gar bekommt, dann ist der Topf leer. Ich schwatze und schwatze, doch es muss heraus, was mir in der Kehle sitzt, zum Schaden meiner eigenen Familie, aber ich muss jetzt die Retterin der Menschen sein. Es geschieht wahrhaft, dich nicht aus gutem Willen oder einer Medaille wiegen. Ich tue das Verrückteste, was ich tun kann. Ich sage es einem Poeten und so bekommt es bald die ganze Stadt zu wissen. Die ganze Stadt nimmt sich das nicht zu Herzen, sagte der Mann. Das wird keinen einzigen Menschen anfechten, denn sie glauben alle, dass ich ein Märchen erzähle, während ich ihnen mit dem tiefsten Ernst sage, die Ehrlichter sind in der Stadt, sagte die Moorfrau. Nehmt euch in Acht. Die Wetterhexe In dem freundlichen Dorf vor Huldingsheim lagen zwei Bauernhöfe, deren Felder und Wiesen aneinander grenzten. Die beiden jungen Bauern hatten ihr Erbteil, das ihnen von ihren Vätern in gutem Zustande überliefert worden war, fast zur gleiche Zeit angetreten. Doch nun, da erst sieben Jahre verflossen waren, machte sich bereits ein sehr großer Unterschied zwischen den beiden Besitztümern bemerklich. Kam man auf den Hof des Einen, der Valentin hieß, so ward man erfreut durch einen Glanz von Reinlichkeit, Ordnung und Wohlstand, der auf allen Dingen lag. Alles stand an seinem Ort und war sauber abgegrenzt und richtig. Die Gebäude waren reinlich gestrichen, die Türen hübsch gemalt und an den Strohdächern war kein Fehler zu sehen. Auf dem Teich schwammen die stattlichsten Enten und im Hofe wanderten Hühner umher, bei denen es schwer zu unterscheiden war, ob sie auf ihren mächtigen Haaren oder dieser auf seine Hühner hätte stolzer sein dürfen. Trat man in die große Vordiele des Hauses, an der zu beiden Seiten die Viehställe gelegen sind, so war es wieder eine Lust, die wohlgepflegten Kühe und Pferde zu betrachten, die so blank waren, dass man sich fast darin spiegeln konnte. Aber noch blanker war das Kupfer- und Zinngeschirr, das neben dem Herde am Ende der Diele aufgestellt war, nebst hübsch bemalten Tellern und glasierten Töpfen und der gleichen reinlichen Küchengerät. An dem Herde wirtschaftete eine saubere Hausfrau und es war lustig zu sehen, wie flink ihr alles von der Hand ging und lustig zu hören, wie fröhlich sie dabei sang. Über dem Herde aber im Rauchfange hingen in stattlichen Reihen Würste, Speckseiten und Schinken und boten einen tröstlichen und erfreulichen Anblick dar. Das Wohnzimmer, die Putzstube und die Vorratskammer zu betrachten, war nun erst recht ein Vergnügen. Die Fußböden waren blankgescheuert und mit weißem Sand bestreut. Die alte Kuckucksuhr tickte behaglich und der Sonnenschein kam durch die blanken Fensterscheiben und malte die Schatten von Geranium und Goldlack auf den Fußboten, blinkte freundlich in den grünglasierten Kacheln des alten Ofens und setzte die Schnörkel und das Schnitzwerk des riesigen braunen Erbschranks, der den großen Leinenschatz des Hauses enthielt, ins rechte Licht. Und in der Vorratskammer welche behagliche Duft nach Backobst und gedörrten Äpfeln und welche Schätze von seitenweichem Flax und selbstgesponnenen Garn, wahrlich, da konnte mancher Hausfrau das Herz groß werden. Ging man dann so dann mit den jungen Bauern durch die Hintertür und den mit gesunden, wohlgepflegten Obstbäumen besetzten Grasgarten auf den Acker, da merkte man bald, dass es in Feld und Wiese ebenso aussah wie in Haus und Hof und dass Fleiß, Ordnung und Reinlichkeit die guten Geister des Hauses waren. Der andere junge Bauer, der Balthasar hieß, war recht das Gegenspiel von Valentin. Schon als Knabe hatte er am liebsten den Vögel in die Nester ausgenommen, den Katzen Schweinsblasen mit Erbsen an die Schwänze gebunden, fremde Hunde mit Steinen geworfen und die eigenen auf arme Bettler gehetzt. An der Arbeit hatte er nie Gefallen gefunden und hatte gemeint, ihm als dem einzigen Sohne eines wohlhabenden Bauern müsste es von selbst kommen. Später heiratete er ein hübsches Mädchen, das er auf dem Tanzboten kennengelernt hatte und dessen lustiges Wesen ihm gefiel. Das war eine Frau, die recht für ihn passte, denn arbeiten mochte sie ebenso wenig wie er, Kuchen backen und Kaffee kochen ausgenommen. Da nun schlechte Herrschaften stets schlechte Dienstboten haben, die das Beispiel, das ihnen gegeben wird, getreulich nachahmen, so konnte es nicht verwundern, dass Haus und Feld allmählich in Verfall gerieten und dass sich auf dem Dünger, der über dem ganzen Hof unordentlich zerstreut lag, die Hühner ihres erbärmlichen Hahns und dieser sich seiner kläglichen Hühner schämte. Die Kühe und Pferde seien mager und rau aus, als seien sie mit Moos statt mit Haaren bewachsen und anstelle fröhlichen Gesangs hörte man Keifen und Schelten und widerwärtiges Fluchen durch das Haus schallen. Aber trotzdem er an dem Verfall seines Anwesens selbst die Schuld trug. So wurde Balthasers Herz doch von Neid und Missgunst erfüllt, wenn er die herrlichen Felder des Nachbarnehmens seinen kümmerlichen, verwahrlosten Äckern liegen sah. Wenn er auf seine Wiese blickte, die höckrig war von bewachsenen Maulwurfshaufen, die er nicht rechtzeitig geebnet hatte und dann auf die des Nachbarn, wo grün und dicht eine Samtdecke vergleichbar, das süßeste Futter wuchs. Es fraß an seinem Herzen wie gieriges Ungeziefer, wenn er im Wirtshaus saß und Valentins Lob verkunden hörte, während man auf ihn spöttische Seitenblicke warf. Er fasste einen tiefen Groll und Hass gegen jenen, dem man nach seiner Ansicht ein blindes Glück alles in Hülle und Fülle in den Schoß warf, während er selbst von unverdientem Missgeschick verfolgt wurde. Denn also verblendet war sein Sinn, dass er die wahren Ursachen des Rückganges seiner Angelegenheit nicht mehr erkennen wollte. Eines Tages hatte er sich in hämischer Weise gegen Valentin darüber ausgesprochen. Und als dieser ihm einfach erwiderte, der Nachbar könne dasselbe Glück haben, wenn er mehr Fleiß und Mühe auf die Bestellung seines Hauswesens und seiner Äcker verwenden wolle. Denn der Boden sei derselbe wie bei ihm, und da Wetter und Wind auch dasselbe wären, so müsse es wohl an anderen Dingen liegen, da hatte er seinen Ärger verbissen und sich still beiseite gedrückt. Aber von dieser Zeit an sann er Tag und Nacht, wie er anstellen möchte, dem Nachbar einmal einen rechten Schaden anzutun. Nun kam einmal wieder nach einem strengen Winter ein schönes Frühjahr heran. Da der Herbst auch gut gewesen war und der harte Winter den Saaten nichts geschadet hatte, so bewirkte das köstliche Frühlingswetter, dass alle Feldgewächse überaus herrlich gediehen. Und da auch Balthasar diesmal seinen Acker ein wenig besser bestellt hatte, so sah es auch bei ihm günstiger aus als seit langen Jahren. Deshalb wurmte es ihn umso mehr, als trotzdem seine Felder gegen die Valentins nur armselig zu nennen waren. Jedoch in der Hoffnung auf eine bessere Ernte lebte er noch viel lustiger denn zuvor und ließ im Wirtshaus noch mehr als gewöhnlich drauf gehen, während seine Frau mehr Kuchen bug als je. Eines Abends spät kam er von dem Wirtshause eines benachbarten Dorfes nach Hause auf einen Weg, der durch seine Felder führte. Da sah er plötzlich im Mondlicht eine seltsame Erscheinung. Eine schöne weiße Frau mit Haaren von der goldenen Farbe des gereiften Weizens zog schwebenden Fußes über seinen Roggen dahin. Und um sie her liefen viele Kinderchen, angetan mit langen weißen Hemdchen und ein feines Lachen und liebliches Geschwätz ging von der ganzen Schar aus. Wäre sein Sinn nur nicht ganz verblendet und vom Trinken benebelt gewesen, so hätte er wohl bemerkt, dass es die Roggenmume mit den Kornkindern war, die die Felder beschützten und deren Erscheinen Segen und Überfluss bedeutet. Allein er vermochte das nicht zu erkennen, sondern rief, Was macht ihr Gesündel da meinem Roggen? Da die Roggenmume gar nicht antwortete, sondern ihm nur das schöne, mondbeschienene Antlitz zuwendete und ihn mit großen Augen ansah, so geriet er in mächtigen Zorn, raffte einen Stein auf und wollte damit werfen. Aber in dem Augenblick, da er den Arm erhob, streckte die Roggenmume die schimmernd weiße Hand nach ihm aus. Und nun stand er plötzlich gebannt da, den Stein in der erhobenen Faust und vermochte sich nicht zu rühren, bis die schöne Erscheinung mit allen Kindern in dem nebligen Dämmer des Grundes verschwunden war. Dann ließ er den Stein hinter sich fallen und ging fluchend nach Hause. Anders war es Valentin an dem selben Abend mit der Roggenmume ergangen. Er hatte sich noch bis in die Dunkelheit hinein an dem entferntesten Ende seines Feldes zu tun gemacht. Und als er nun im Mondschein in der schweigenden Stille des Frühlingsabends langsam durch die Felder nach Hause wanderte und recht in seinem Herzen vergnügt war über den reichen Segen, der sich überall ausbreitete, da sah er ebenfalls die Roggenmume, mit ihrer leichtfüßigen Kinderschal schimmernd über sein Weizenfeld dahin ziehen. Er blieb ehrerbietig stehen, um sie vorüber zu lassen. Und da bemerkte er, dass eines der Kinder mühsam hinterherlief und alle Augenblicke stolperte, weil ihm sein Hemdchen zu lang war und er es immer mit den Füßen darauf trat. Komm her, Humpelchen, rief Valentin. Ich will dir dein Hemdchen aufbinden. Das Kind kam erfreut angelaufen. Er nahm ein Entchen Bindfaden aus der Tasche und schürzte das Hemdchen behutsam auf. Da dies geschehen war, lief das Kind fröhlich seinen Gespielen wieder nach und rief. Ich danke dir, du guter Mann. Nun habe ich einen Namen. Die anderen Kinder riefen mit ihren feinen Stimmen durcheinander. Humpelchen, Humpelchen, da kommt das kleine Humpelchen. Die Roggenmume aber wendete sich und nickte ihm freundlich zu. Dann zogen sie weiter über den nahen Hügel und verschwanden eins nach dem anderen dahinter. Als die Roggenmume in Begriff war, von der Höhe hinabzuschreiten, wendete sie sich noch einmal um und nickte ihm wiederum freundlich zu. Dann verschwand sie hinweg und nur der Mond schien noch auf der Stelle, wo sie gestanden hatte. Valentin aber ging in seinem Herzen still vergnügt nach Hause. Als Baltasar am anderen Morgen sein Erlebnis erzählte, da schüttelten die Leute mit den Köpfen und sagten, er habe töricht gehandelt, die Roggenmume zu erzürnen. Denn seine Felder würden es nun wohl entgelten müssen. Und wenn bei ihnen in diesem Jahre die Mäuse und der Reiswurm ihre Arbeit täten und der Weizen den Rost und der Roggen Taube Ehren und Mutterkorn bekämen, da soll er sich nur bei der Roggenmume bedanken. Ein alter Schäfer riet ihm aber, er solle heute Abend wieder aufs Feld gehen und der Roggenmume einen ganz schwarzen Hahn bringen, der keine noch so kleine, andersfarbige Feder an sich habe. Das würde sie wieder aussöhnen. Baltasar, der sehr in Angst geraten war, verschaffte sich einen solchen Hahn. Es traf sich zufällig, dass der alte Schäfer einen gerade passenden teuer zu verkaufen hatte und ging mit dem Tiere nach eingetretener Dunkelheit hinaus, um die Roggenmume zu erwarten. Aber er wartete vergebens. Niemand ließ es sehen. Er war schon eine lange Weile auf dem Feld rein, der seine von Valentins Äckern trennte, immer in den Mondschein hinaus spähend auf und niedergegangen und wollte schon die Geduld verlieren, als er plötzlich in der Ferne eine dunkle Gestalt bemerkte, die sich von Zeit zu Zeit niederbückte und sich ihm allmählich näherte. Er schritt zu auf die Gestalt, die sich gar nicht um ihn zu kümmern schien. Und als er näher kam, bemerkte er zu seinem Unbehagen, dass es die Moorfrau war, die ganz einsam in einem nahegelegenen Torfen, wo wo wohnte und im Dorf für eine Hexe gehalten wurde. Sie suchte an diesem Feld rein kräftige Kräuter, auf denen der Monscheintau lag. Ei, einen schönen guten Abend, Balthasar, sagte die Moorfrau. Ihr geht wohl ein wenig im Monschein spazieren und seht euch euer Fältchen an. Ein schönes Frühjahr und es steht nicht schlecht bei euch. Aber der Valentin versteht's doch noch besser, ist ein Pfiffikus. Und dann kicherte sie, dass ihr der Kopf wackelte. Der Bauer hatte ein Grauen vor der alten Hexe und wollte sich abwenden und nach Hause gehen. Allein diese hatte mit ihren scharfen Augen den schwarzen Haaren bemerkt und hielt Balthasar am Rockschoss fest. Ei, was habt ihr da für ein schönes Hähnchen? Sagte sie und streckte gierig ihre dünnen Spinnfinger aus und befüllte und betastete das Tier. Ganz schwarz und ohne Fehler. Das wäre so ein Hähnchen, wie es sich die alte Moorfrau schon lange gewünscht hat. Ei, du gutes Tierchen. Tuck, tuck, tuck. Mein Kiegelchen. Mein Kakelchen. Balthasar sagte kurz weg, das ginge sie gar nichts an und wollte sich entfernen. Allein die Eiter ließ sich nicht nur dem Drängen und Schmeicheln, bis sie in Erfahrung gebracht hatte, in welcher Absicht sich Balthasar mit dem Hanel dort eingefunden hatte. Was kann das weiße Milchgesicht euch helfen? Sagte sie. Gebt mir das Hähnchen. Ich bin nur einmal vernarrt in das hübsche Tier. Dann trat sie ganz nah zu ihm heran und flüsterte, indem sie mit dem Daumen auf Valentins Felder deutete. Nicht wahr? Wenn wir dem mal so ein kleines Schabernäckchen spielen könnten. Es wäre nicht so unrecht. Balthasar bei seiner schwachen Seite gefasst, ward neugierig und fragte hastig. Wie meint ihr das, Alter? Wenn ihr auch mal fühlen müsstet, wie es tut, wenn Mühe und Arbeit vergebens gewesen ist und man seine Knochen umsonst gerührt hat. So ein Duckmäuser, dem hängt das Glück an und so ein frischer, flotter Kerl wie ihr, der kommt zu nichts. Ist das nicht ungerecht? Wenn ihr mir das Hähnchen gebt, da wollen wir mal sehen, was sich tun lässt. Ich hab so ein Schächtchen, es war eigentlich für einen anderen bestimmt. Allein euch hab ich immer gern gehabt. Und wenn ihr mir das Hähnchen gebt, das Kikilchen, das liebe Kakelchen, das sollt ihr haben. Damit hatte sie zuunterst aus ihrem Kräuterkorb eine runde Schachtel herausgewühlt und hielt sie Balthasar hin. Nun, was soll ich denn damit? sagte dieser unwirsch. Die Alte wendete sich gegen Valentins Feld und während sie die Handbewegung des Sehens machte, rief sie bei den Scheinwürfen, die sie ausführte mit singender Stimme. Raden, Trespen, Klatschmohn, Disteln, Winden. Dann klopfte sie auf die Schachtel und wollte sich vor Lachen ausschütten. Hurcht mal, rief sie dann, wie sie brummen. Sie hielt Balthasar die Schachtel ans Ohr und dieser vernahm ein Krabbeln und ein dumpfes Summen, als seinen Käfer und Hummeln darin eingesperrt. Ich verstehe euer dummes Zeug nicht, sagte Balthasar. Die Alte drängte sich dicht an ihn und indem sie die Schachtel mit ihren dürren Fingern umklammerte, sprach sie flüsternd, Wenn ihr morgen um die Mittagszeit, da die Sonne am höchsten steht, hinausgeht auf Valentins Feld und diese Schachtel aufmacht, da werdet ihr es schon merken. Es sind kleine, hübsche Seemänner, Kinderinnen, die werden sehen, 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 da werden im Valentins seine Felder später hübsch werden, so bunt, so bunt. Darauf kicherte sie eine Walle in sich hinein, klopfte dann auf die Schachtel und rief, Nicht wahr? Ihr versteht's. Und aus der Schachtel tönte es als Antwort wie ein feines höhnisches Gelächter. Trotz seines Grauens griff Balthasar Gericht zu und sprach, Gebt her, den Hahn sollt ihr haben. Kaum hatte er dies ausgesprochen, da hatte die Hexe das Tier schon im Arm und streichelte es zärtlich. Dann huckte sie ihren Korb auf und humpelte eilig davon. Kaum hatte der Dämmer der Nacht sie aufgenommen, so hörte Balthasar an der Stelle, wo sie verschwunden war, den Schrei einer Eule. Kovid! Kovid! Dann ferner in der Richtung, auf das Torfmoor zu und immer ferner, bis er endlich nichts mehr vernahm. Am anderen Tage, kurz vor Mittag, nahm Balthasar die geheimnisvolle Schachtel und ging hinaus auf das Feld. Es war ein schwüler, heißer Tag ohne jeden Windhauch. Am Horizont waren Wolken aufgetürmt. Und es hatte den Anschein, als würde dort hinten in aller Stille ein heimliches Unheil zusammengebraut. Als er auf der Höhe seines Feldes angelangt war, schaute er sich um und horchte. Es war niemand weit und breit zu sehen. Aber die hellhörige Luft trug allerlei Töne zu ihm her, das Rollen eines fernen Wagens, das Rasseln der Mittagsklappe aus einem Bauernhofe des Dorfes und aus dem Moorgrund den einsamen Schrei eines Sumpfvogels und zuweilen ein seltsames Lachen. Er wusste nicht, war es vom Widerhopf oder war es etwas anderes. Ihm war beklommen zumute. Alleiner fasste sich, ein Herz stieg in einen trockenen Graben hinab, der weit in Valentins Feld hineinführte und schritt vorwärts. In der Mitte des Ackers lag ein kleiner Teich, der durch diesen Graben bei Hochwasser seinen Abfluss fand. Hier stieg er an der Uferwand hinauf und schaute wieder über das Feld hinweg. Es war alles still und einsam wie zuvor. Er empfand ein Grauen, die Schachtel zu öffnen, stellte sie vor sich hin auf die Uferrand, legte sein Ohr dran und vernahm ein brummendes, erwartungsvolles Rumoren darin. Endlich fasste er Mut, löste vorsichtig den Deckel, nahm ihn schnell ab und sprang mit einem angstvollen Satz zurück. Allein ans Weilen kam er gar nicht aus der Schachtel hervor. Vorsichtig schlich er wieder näher und als er hineinblicken konnte, bemerkte er nur ein schwärzliches Gekribbel und Gewimmel, untermischt mit einigen bunten, leuchtenden Flecken. Endlich arbeitete sich etwas aus der Masse hervor, setzte sich auf den Rand der Schachtel und fing an zu wachsen, bis etwas die Größe eines Maulwurfs erreicht hatte. Es war ein kleines schwärzliches Kärchen mit Fledermausflügeln und einem Kopf wie Mohnkopf, auf dem es einen breiten feuerroten Hut trug. Es dehnte und reckte seine Flügel, tastete nach seinem Säckchen, das es nach Art der Seemänner um den Leib trug, stieß einen kleinen hellen Schrei aus Schwang sich in die Luft und in dem es kreisend über die Felder dahin schwankte, fing es an, M. sich zu sehen und verlor sich allmählich in der Ferne. Unterdessen war schon ein zweiter dieser grauslichen kleinen Gesellen hervorgekommen, der einen Distelkopf mit rotem Busch zwischen den Schultern trug und folgte seinem Genossen. Und so kamen immer mehr und mehr mit Mützen wie Kornblumen, Raden und Winden gestaltet hervor und gingen an ihre Arbeit. Endlich war die Schachtel leer. Balthasar legte einen Stein hinein und warf sie mitten in den Teich, wo sie versank. Dann kehrte er das Herz voller Schadenfreude und böser Hoffnung in sein Haus zurück und hinter ihm her schallte wieder das seltsame Lachen aus dem fernen Moorgrund. Der Abend kam, der Mond ging auf und stieg langsam ins Blau empor. Um Mitternacht, als er schon hochstand, kam ein heller Schimmer, von dem ein liebliches, geschwätziges Tönen ausging, über die Felder gezogen. Und als es näher kam, da sah man, dass es die Roggenmume mit ihren kleinen Kindern war. Als sie an Valentins Sacker kam, stutzte sie plötzlich, beugte sich zu dem Saatfeld hinab und musterte mit ihren klaren Augen den Boten. Hier sind böse Dinge geschehen, sagte sie dann. Hort dich, Kinder, hier gibt es Arbeit. Kaum hatte sie das gesagt, so verteilten sich die Kleinen eilfertig über das ganze Land und rutschten auf den Knien so flink dahin, dass es lustig zu sehen war. Und dabei pickten sie mit ihren feinen Fingerchen wie Vögel die Unkrautsamen auf und sammelten sie in ihren Schoß und arbeiteten so fleißig und sicher, dass in kurzer Zeit die ganzen Felder abgesucht waren und wohl kaum ein Körnchen liegen blieb. Den größten Schoß voll, aber hatte Humpelchen gesammelt. Ich weiß wohl, von wem diese Bosheit herrührt, sagte die Roggenmume. Sie falle auf sein Haupt zurück. Damit trat sie mit ihren Kleinen auf Balthasarsfeld über und hier wurde der angesammelte Vorrat sorgfältig wieder ausgesät. Vergeblich wartete Balthasar auf den Erfolg seiner Freveltat. Vergeblich spähte er im Laufe des Frühlings nach üppig aufschießendem Unkraut aus dem Felde seines Nachbarn. Nur zu bald wurde er mit Entsetzen gewahr, was auf seinen eigenen Äckern vorging. Es gewann dort den Anschein, als sei es auf den Bau von Unkraut besonders abgesehen. Und als es gegen die Zeit der Roggenärte kam, da bot Balthasarsfeld einen für das Auge eines Landmannes wahrhaftig entsetzlichen Anblick da. Es leuchtete und schimmerte in allen Farben. Hier war ein Stück Feld von blühendem Klatschmohn wie mit Blut angestrichen. Dort lag ein Acker mit ragenden Distelstängeln besät, dazwischen einige kümmerliche Gerstenhalme kaum bemerklich waren. Der Hafer war von Trespen gar nicht zu finden. Auf der Kuhweide wuchs nichts seit Stiefmütterchen, die einen mit hunderttausend kleinen Gesichtern anblickten. Die Wiese war voller Schachtelhalm und in den Klee hatte die Klee seidegelbe Flächen wie ein Bettlaken groß gesponnen. Weit und breit aus der Umgegend kamen an Sonntagen die Leuten herbei, um sich dies Wunder anzusehen. Und eines Tages sogar ein Maler aus der Stadt, der es abmalte und es über allemaßen herrlich erklärte. Auf Valentins Feldern aber war nichts mehr blühendes Unkraut zu sehen, als zur Verzierung eines Kornfeldes nötig ist. Balthasar hatte einen entsetzlichen Zorn auf die alte Hexe gefasst und sich vorgenommen, sie halbtot zu prügeln, wenn er ihr einmal begegnen würde. Denn er hielt die Bosheit dieses Weibes für den Grund seines Unglücks. Als er ihr daher kurz vor der Roggenernte auf einem Feldwege begegnete, sprang er sofort auf sie los, wirkte sie an der Gurgel und wollte dann eben mit seinem Stock ausholen, als die Alte so erbärmlich anfing zu winseln und ihre Unschuld zu beteuern, dass er abließ und sie anhörte. Sie könne nichts dafür, sagte sie. Eine fremde, stärkere Macht, wahrscheinlich die Roggenmume, habe ihre Kunst zu Schanden gemacht und das Unheil auf Balthasars Feld gewendet. Sie wolle alles tun, was er wolle, um ihn zufriedenzustellen. Noch sei es nicht zu spät, noch könne ein Hagelschlag Valentins reichen Segen vernichten. Balthasar solle morgen Mittag zu ihren Smor kommen, da wolle sie ein Wetterchen zusammenbrauen, dass kein Halm auf dem Felde des Nachbarn stehen bliebe, dem seinen aber solle nichts geschehen. Dieser verlockende Aussicht vermochte Balthasar nicht zu widerstehen. Er ließ die Alte los und sagte sein Kommen zu. Die Mittagssonne brannte heiß hernieder, als Balthasar am anderen Tage das Turfmoor erreichte. Aber der Himmel war klar und blank und kein einziges Wölkchen zu sehen. Schauernd setzte er seinen Fuß auf den verrufenen und gemiedenen Booten. Es war ein ausgebautes Moor, überall durchschnitten von tiefen Löchern und Gruben, zwischen denen nur schmale Turfrücken stehen geblieben und teilweise nachgestützt waren. In den Gruben war weicher Moorschlamm, oder es blinkte das schwarzbraune Grundwasser daraus hervor. Hier hatten die Sumpfvögel ihr Reich. Bekassenen flogen meckernd auf, als er stolpernd durch Gestrüpp und Heidekraut seinen Weg suchte, und mit klagenem Ruf flog der Kiebitz um sein Haupt. In der Ferne, wo die Hütte der Moorfrau lag, stieg ein hellblauer Rauch auf. Nach der Mitte zu wurde das Weidengestrüpp dichter und der Weg schwieriger zu erkennen. Zuweilen stand er entsetzt still, wenn sich plötzlich vor seinen Füßen ein buschverborgenes Moorloch öffnete und die Turfbrücken, die sein Tritt gelöst hatte, in das blinkende schwarze Wasser fielen. Endlich gelangte er schweißtriefend auf einen flachen Sandhügel, der wie eine Insel im Moore lag und mit krüppelhaften Kiefern und einzelnen Birken besetzt war. Hier lag die Hütte der Moorfrau, aus Torf erbaut und mit einem ganz von Hauslauch überwurerten morschen Stroh darüber deckt. Die Alte selbst saß vor ihrer Tür und schürte ein schwelendes Torffeuer. Neben ihr auf einem alten Polsterschemel lag eine große Kreuzotter und sonnte sich. Als Balthasar näher kam, krähte der schwarze Hahn auf dem Dach der Hütte und die Kreuzotter richteten den Kopf auf und zischten. Oh, ich Kindchen, sagte die Alte, der tut euch nichts. Dann reichte sie dem Ankömmling eine große Flasche mit Brandwein hin und sagte, da, trinkt mal zur Stärkung. Hierauf nahm sie selbst die Flasche, tat einen großen Schluck, schüttelte sich und sprach schnalzend, das tut wohl. So dann holte sie eine Pfanne und eine große, seltsam bemalte Holzbüchse aus der Hütte. Und indem sie beides in den Händen hielt, kicherte sie und schüttelte sich und sagte dann, nun wollen wir mal ein Wetterchen machen, ein Hagelwetterchen, dass die Vögel in der Luft totgeschlagen werden. Dann setzte sie die Pfanne auf das Feuer und sammelte aus der Holzbüchse allerlei seltsame getrocknete Kräuter und anderes wunderliches Zeug in ihrer Hand und tat alles auf einmal in das heiße Gerät. Es prasselte auf und blitzte und funkelte. Kleine blaue Flämmchen flackerten umher und plötzlich entwickelte sich ein dichter schwarzer Rauch, der in einer dünnen, feinen Säule schnurgerade emporstieg. Die Hexe warf immer mehr von dem Kraut in die Pfanne und murmelte unverständliche Sprüche dazu. Dann erhob sie die Hände, dass die weiten Ärmel von den dürren, gelben Armen zurückfielen. Und beschrieb Kreise in der Luft. Dann fächerte sie mit einem Rabenflügel die Flamme und war in graulicher Art beweglich und geschäftig. Zuletzt rief sie kreischend, Drauf und dran, nirgends an, über Moor und Wiesen, hin zu den Feldern des Valentin. Aus der Luft tönte ein dumpfes Brausenheitsantwort. Entsetzt blickte Beitersam vor und sah, dass sich hoch oben in der dünnen Rauchfaden zu einer breiten, dunklen Wolke ausgebreitet hatte, aus der gräuliche Gesichter hervorzuluken schienen. Jetzt waren die Kräuter verbrannt. Die Rauchsäule löste sich von der Pfanne ab und wurde sogleich von der Wolke aufgesogen. Nun ist es Zeit, rief die Alte. Nun laufe, wenn du noch etwas sehen willst. Du bist mitten durchs Moor zu mir hergestolpert. Ich will dir einen guten Fußsteig zeigen, der dich sicher hinausführt. Sie brachte ihn auf den Weg und Beitersam rannte wie gehetzt davon. Die Alte lachte gelend hinter ihm her und kehrte zu ihrer Hütte zurück. Jetzt will ich mich durch ein Schlücklein stärken auf die Arbeit, sagte sie schmunzelnd. Balthasar rannte keuchend dahin. Über sich hörte er ein Klirren und Rasseln, als wenn geharnischte Männer einherzögten. Allein die Wolke ging schneller als er und kam ihm voraus. Als er auf seinem Felder anlangte, sah er voll entsetzen, dass sie gerade darüber stand. Die Luft über Valentinsacker war frei und leer. Ein Wunder zeigte sich seinen Blicken. Ringshoch in der Luft über der Grenze des Nachbarfeldes schwebten weiße, engelschöne Gestalten mit silberglänzenden Schilden und hielten die Flur umfriedet. Drohend ihnen gegenüber am Rande der Wolke lauerten grau-schwarze, finstere Gesellen, feurige Speere in den Händen und Stahlhelme mit Spitzen auf dem Haupte. Sie schleuderten ihre Speere, die blitzend mit krachendem Donner durch die Luft fuhren, auf die weißen Gestalten. Allein diese hielten ruhig lächelnd ihre Schilde vor, an denen die Waffen mit weiß aufleuchtendem Glanz erschellten. Immer wilder und aufgeregter tobte es in die Wolken. Die dunklen Gestalten wogten auf und nieder und plötzlich stürmten sie zum letzten Angriff vor. Sie zogen den Kopf zwischen die Schultern und brausten die Spitze des Stahlhelms voran in mörderischer Wut gegen die weißen Gestalten. Aber kaum hatte einer im mächtigen Anprall den Silberschild nur berührt, so taumelte er wie vom Blitz getroffen zurück, überkurgelte sich in der Luft und sank nieder. Beim Sinken aber verschwammen die Formen des Leibes und lösten sich auf und in den entsetzlichen Hagel verwandelt prasselte er auf Palthasars Acker nieder. So unter Geheuhe des Windes und unendlichem Rasseln des Hagels ging der Kampf zu Ende. Die weißen Gestalten verschwammen und verschwebten und die Sonne schien wieder rein und klar vom wolkenlosen Himmel. Sie leuchteten mit gleichem Glänze auf Palthasars erschmettert das Feld, wie auf Valentins prangene Fluren, in denen kein Helmchen geknickt war. Palthasar war rasend vor getäuschter Erwartung und vor Zorn auf die Hexe. Alles war vernichtet. Er war ein ruinierter Mann. Wie wahnsinnig rannte er auf seinen Zoll hoch, mit hagelbedeckten Feldern umher. Kein Halm war verschont geblieben. Auf der Höhe eines Hügels blieb er stehen und drohte mit geweihter Faust unter fürchterlichen Fluchen nach dem Moorgrund hinüber. Plötzlich schien ihm ein Gedanke zu kommen. Ein teuflisches Grinsen ging über sein Gesicht. Er schüttelte noch einmal die Faust und rannte dann eilig auf das Moor zu. Als er bei dem Kiefern dickig des kleinen Sandhügels angelangt war, hielt er an in seinem Lauf und schlich langsam und vorsichtig an die Torfütte heran. Es war ganz still dort. Der schwarze Hahn saß auf dem Dache, hatte den Kopf unter die Flügel gesteckt und schlief. Leise und vorsichtig wie ein spürendes Raubtier näherte er sich der Tür. Er fand sie geöffnet und sprang schnell näher, als fürchte er noch immer, seine Beute könne ihm entgehen. Mit vorgestrecktem Hals und gekrümmten Fingern stand er nun da und spähte in das Innere. Dort lag die alte Rück links auf ihrem Strohsacklager und schlief, die geleerte Flasche neben sich. Sie hatte offenbar des Guten zu viel getan. Wirst du besser, sagte Baldasar, zog die Tür an und verschloss sie von außen. Nun warf er schnell reisig auf das noch glimmende Feuer und fachte es zu neuer Glut und dann schleppte er in wilder Hass die aufgestapelten Sammelholzvorräte der Hexe herbei und schichtete sie rings um das Haus auf. Der Hahn war unterdessen erwacht und schlug mit den Flügeln und Kräte. Allein die Hexe schlief fest. Baldasar hatte seine Arbeit beendet. Nun riss er die flackernden Brände aus dem Feuer und warf sie ringsum in das von der Sonne ausgedörrte Kiefernholz, das alsbald in lichter Flamme aufloderte. Diese leckte an der Wand in der Höhe und entzündete bald hier, bald dort den ausgetrockneten Torf und loderte Höhe empor und setzte das Strohdach in Brand, sodass die ganze Hütte in Flammen stand. Der Hahn wollte hinabfliegen, aber er versenkte sich die Flügel und fiel ins Feuer. Jetzt erwachte die Hexe. Baldasar hörte sie kreischen und wie sie heulend an der verschlossenen Tür rüttelte. Dann stürzte sie ans Fenster und schlug die kleinen blinden Scheiben ein. Aber Rauch und Flammen drangen ihr entgegen und in demselben Augenblick schoss das brennende Strohdach herab. und hüllte alles in einen lohnenden Flammenmantel. Noch ein kurzes, halbersticktes Kreischen und dann war es still. Aber aus dem zusammenstürzenden Gebäude schoss eine riesige Flamme empor und auf ihrer Spitze schwebte eine mächtige Eule, der Rauch und Feuer nichts anhatten. Sie flog mit gellenden Schrei dreimal um die Brandstelle und schoss dann auf Baltasar nieder und hackte nach seinen Augen. Dieser schlug nach ihr, allein er vermochte sie nicht zu treffen und sich ihrer nicht zu erwehren. Kuvit! Kuvit! schrie das Tier und unermüdlich stieß es auf ihn nieder. Schon blutete sein Gesicht aus mehreren Wunden. Ein Entsetzen befiel ihn und er versuchte zu entfliehen. Wie ein gehetztes Wild rannte er in das Moor hinein, stolperte und fiel und raffte sich wieder auf. Aber der wütende Vogel ließ nicht ab von ihm. Zuletzt verschwand der Gehetze zwischen den weiten Büschen des Moors. Das Geschrei der Eule klang ferner und verstummte endlich ganz. Ein weidenschneidender Kurpmacher fand nach einigen Tagen Balthasars Leichnam in einem der tiefsten Moorlöcher. An der Stelle, wo die Hütte der Wetterhexe gestanden hat, ist es nicht geheuer. Man will dort auf der Brandstelle zuweilen eine schwarz zusammengekauerte Gestalt gesehen haben, die von Zeit zu Zeit einen klagenden Schrei ausstößt, wie eine Eule. Kuvit! Kuvit! Fünf Minuten von einem kleinen Dorfe entfernt stand eine alte Weide einsam auf einer Wiese. Zu ihren Füßen floss ein schmales Wässerchen, an dem sonst keine Bäume zu sehen waren. Nur ein paar Büsche wuchsen dort noch, die indes ganz niedrig waren. Und so konnte man die alte Weide sehr weit sehen. Sie war eine komische alte Person von einer Weide. Sie bestand, was ihren Leib betrifft, fast nur noch aus einem dicken Rindenmantel mit etwas wenigem Holze, das auch bereits halb verfault war. Und von oben bis unten ging ein Riss, so breit, dass man in das leere Innere sich hineinstellen konnte, wie in einem Schilderhaus. Oben hatte sie dafür einen mächtigen, rundlichen Kopf, auf dem ein Schopf von beiden Ruten wie ein Haarschopf wuchs. Und in dem Kopf war eine Höhlung, eine Art von Stube mit einem großen Guckfenster nach dem Dorfe zu. Da sie sehr weit sehen konnte, unterhielt sie sich ganz gut, besonders wenn die Mäher auf der Wiese Heu machten und wenn das nachher gewendet und eingefahren wurde oder wenn die Dorfweiber in dem nahen Tümpel, dem das Wässerchen zufloss, große Wäsche wuschen, die sie dann zum Bleichen und Trocknen auf den Rasen legten. Des Abends bekam sie häufig Besuch von einer Freundin, einer großen, dickköpfigen Eule, die in der Kopfstube Quartier nahm und viel zu erzählen wusste, was in der Umgegend passiert war. Zuweilen kam auch der Wind, der ein lustiger Gesellschafter war. Manchmal freilich hatte er schlechte Laune, dann zankte er mit ihr und zerrauft ihr die Haare und das war ihr immer sehr verdrießlich, denn sie hatte nicht mehr viel davon. Seit ein paar Wochen besaß sie einen Gesellschafter, nämlich einen Strick, den ein Meer an ihr aufgehängt und vergessen hatte. Er verehrte sie sehr und nannte sie Tante und er gefiel ihr wegen seiner großen Anhänglichkeit, obwohl er, seiner ausnehmenden Magerkeit halber, immer Spöttereien von ihr hören musste. Es war in einem Spätabend im Herbst, da waren sie alle vier beieinander. Die Eule saß in der Stube, wusste aber heute sehr wenig Neuigkeiten und war etwas schläfrig und der Wind kümmerte sich um die übrigen gar nicht, denn er hatte ein großes Bettlaken, von der Bleiche erobert, auf das er sehr stolz war und mit dem er ständig spielte. Bald blies er es auf, bald rollte er es wie eine Wurst zusammen und manchmal drückte er es ganz platt auf das Gras. Das fand er sehr unterhaltend. Ihr seid alle langweilig heute, sagte die alte Weide knarrend. Man möchte am liebsten einschlafen, wenn man nur nicht so alt wäre, dass einem das Einschlafen schon schwer wird. Ich werde gleich etwas Lustiges sagen, Tante, sprach der Strick und zitterte vor Eifer am ganzen Leibe. Aber er fand nichts, denn er hatte keinen richtigen Kopf, sondern bloß einen Knoten an dem einen Ende. Er wollte immer gern Witze machen und es ging doch nicht. Da kam eine Laterne durch die sternklare Nacht gewandelt, gerade über dem Wesenwege daher, der in der Nähe der Weide vorbeiführte. Eine alte Frau trug sie in der Hand, die im Nachbardorfe daheim war und spät noch nach Hause gehen wollte. Hört einmal zu, rief die alte Weide. Dort kommt ein Mensch und wir können uns einen ausgesuchten Spaß mit ihm machen. Wir wollen einen Gespenst vorstellen, aber das muss schnell gehen. Der Wind bläst mir seinen Laken an, dann macht sich der Strick drumherum und hält es fest. Die Mume Eule aber steckt ihren Kopf aus dem Fenster und reißt ihre Glühaugen auf. Der Wind kann nachher im Strauche da lauern und wenn der Mensch nahe ist, so schnauft er ihn an und die Eule im Fenster muss tüchtig anfangen zu schreien. Ihr sollt sehen, wie er den Reiß ausnimmt. Zum Tod lachen wird es. Alle waren gleich einverstanden. Der Wind wehte das Laken an die Weide und half dem Strick, dass er richtig herumkam. Doch ging es mit dem Halten erst, als die Eule das eine Ende in die Kralle nahm und festhielt. Die sah zum Fenster heraus und riss die Augen auf, soweit sie konnte, während der Wind in den Strauch kroch und aufpasste. Ein paar Augenblicke später kam das alte Mütterchen mit der Laterne gegangen und sah gar nicht vom Wege auf, aber mit einem Mal blies ihr der kalte Wind in das Gesicht und als sie aufblickte, stand eine weiße Gestalt da mit einem ungeheuren Kopf und struppigen Haaren, die funkelte sie mit glühenden Augen an, die wie Feuerräder rollten und schrie mit schrecklicher Stimme Hu hu Kuvit hu hu Kuvit Die alte Frau fiel vor Schrecken um und ließ die Laterne fahren, dass sie weithin auf die Wiese sprang. Ach du lieber Gott, ächze sie, tut mir nichts, lieber Herr Teufel, denn ich bin eine arme alte Frau und ich bin erst am Sonntag zur Beicht gewesen. Als sie in des merkte, dass das Gespenst sich gar nicht rührte, sondern bloß immer schrie und die Augen rollte, da bekam sie die Kraft, um aufzustehen. So schnell ihre zitternden Beine sie trugen, rannte sie schreiend, bis sie in das nächste Dorf gelangte. Die vier Schelme schüttelten sich vor Lachen, was sehr unrecht von ihnen war, denn die alte Frau hätte vor Schrecken den Tod haben können. An so etwas denkt freilich eine alte Weide nicht. Wartet noch ein Weichen, sprach die Weide endlich, vielleicht dass noch jemand kommt. Und allen hatte der Spaß so gut gefallen, dass sie blieben. Im Dorfe erwachten die Schläfer von dem Geschrei der Alten und rissen die Fenster auf, um zu sehen, was für ein Unglück geschehen sei. Kommt einmal mit, rief die alte Frau. Es ist ein Gespenst vor dem Dorfe, das die ganze Dorfstraße sammelte sich voll Menschen, welche sie umringten. Wo, wo, wie sah das Gespenst aus? Ach, sagte die Alte, draußen auf der Bleichwiese steht es. Ich ging mit meiner Laterne und sah es gar nicht erst. Mit einem Mal blies mich etwas ganz kalt an. Das war ein Riese in einem langen weißen Hemd mit einem dicken Kopf voll struppiger Haare. Der glotzte mit seinen zwei Feueraugen, die wie zwei Räder rollten und schrie dazu immer Hu Frau Schmidt Hu Hu Komm mit Und als ich nicht mitgehen wollte, rannte es mich um, dass ich hinfiel und schlug mir meine Laterne aus der Hand. Ich dachte schon, es wollte mich tot machen, aber es ließ mich laufen. Ich hörte und sah nicht, so lief ich, aber ich glaube, es hat mir immer noch nachgeschrien. Als die Alte das zum zehnten Mal erzählt hatte, wussten es alle und die Beherzesten liefen vor das Dorf und späten nach der Bleichwiese hin. Sie konnten aber nichts erkennen, denn dazu war es zu weit und die Nacht zu dunkel. Die anderen hielten im Dorf Rat, wie man das Gespenst verjagen könne. Ich habe es, sagte der Schulze. Es ist allbekannt, dass die Gespenster nichts Heiliges vertragen können. Also ist meine Ansicht, dass wir zu meinem Gevatter, dem Küster gehen und uns das Kruzifix geben lassen, das er von den Leichen her trägt. Wenn einer damit voranschreitet, so können wir miteinander hingehen und wenn es wirklich ein Gespenst ist, so muss es vor uns weichen und zur Hölle fahren. Das waren alle zufrieden und der Küster gab richtig das Kruzifix heraus, aber nun fand sich niemand, der es tragen wollte. Endlich bot der Schulze dem Fünftaler aus der Gemeindekasse, der es tun würde. Und da tragt der Nachtwächter hervor, nahm seinen Spieß in die eine, das Kruzifix in die andere Hand und sagte, umsonst ist der Tod, aber für Fünftaler tue ich es. So machten sich denn alles, was Beine hatte, auf, um das Gespenst zu vertreiben, voran der Nachtwächter, dann alle Weiber und zuletzt die Männer. Sie vollführten einen großen Lärm, schallten auf das Gespenst und schworen, sie wollten ihm das Spuken schon vertreiben. Als sie aber auf das freie Feld kamen, wurden sie immer stiller und die Weiber machten sich hinter die Männer, sodass es hinter dem Nachtwächter ganz leer wurde. Da drehte der sich um und sagte, wenn ihn nicht zwei Männer an den Rockflügeln griffen und jeden davon wieder zwei und so weiter, dass sie alle dicht beieinander blieben, so würde aus dem Unternehmen nichts, denn allein wage er seinen Hals nicht daran. Sein Wille geschah dann auch. Immer näher kamen sie der Bleichwiese und schon gewahrten sie das weiße Laken und die Feueraugen. Merkt ihr es, wie es Respekt hat? raute der Nachtwächter seinen Hintermännern zu. Kein Muck sagt es und rührt sich gar nicht, weil spürt, dass es bald wird klein beigeben müssen. Die waren dann auch voll obwohl ihn das Herz gewaltig schlug. Aber hinten am Zuge war man anderer Meinung, denn einer nach dem anderen ließ sacht seinen Vordermann los und blieb stehen oder schlich sich gar zurück. Passt auf, sagte die alte Weide, sie kommen gleich heran und ehe sie nicht auf zwanzig Schritt nahe sind, darf sich keiner mucksen. Und dann sagte sie, nun, dann nahm der Wind Nachtwächter aufs Korn und blies, dass der gar keinen Atem fand. Und die Eule schrie aus vollem Halse und rollte die Augen so grässlich sie nur vermochte. Das gab einen Schrecken. Die ganze Armee der Nachtwächter voran fiel ins Gras. Schreien und Kreischen erhob sich und endlich rappelte sich alles auf und stürzte in wilder Flucht von Dannen. Der Nachtwächter ließ sein Kruzifix und seinen Spieß liegen und nicht er kamen sie wieder zu Atem als bis sie zwischen den Häusern waren. Nun beschuldigte jeder den anderen, er hätte ihn umgerissen, sonst wäre er sicher weiter und dem Gespenst zu Leibe gegangen und der Beschuldigte schob es wieder auf seinen Vordermann. So wurden sie am Ende einig, dass der Nachtwächter an allem schuld sei und beschlossen, dass ihm zur Strafe die versprochenen fünf Taler in der Gemeindekasse verbleiben sollten, obwohl jener behauptete, er könne nichts dafür, denn das Gespenst habe ihn umgeblasen. Nun war aber guter Rat teuer. Vertrieben musste das Gespenst werden, denn es ging nicht an, dass man es zum Schrecken der Leute fortan sein Unwesen treiben lasse. Endlich besann sich einer, dass am Ende des Dorfes ein Mann wohnte, der in dem Rufe war, ein Zauberer zu sein. Wenigstens verstand er sich darauf, die Kornmäuse zu bannen und die Schwaben zu vertreiben. Zudem sollte geschickt werden. Der Schulze ging selber mit und half ihn aus dem Bette holen. Was wollt ihr von mir? fragte der ganz erschrocken, als er aufwachte und die Stube voll Menschen sah. Kannst du ein Gespenst vertreiben? fragte ihn der Schulze. Es ist eins draußen auf der Bleichwiese. Wenn es weiter nichts ist, alle Gespenster kräftigen Spruch dagegen, aber umsonst tue ich nichts. Du sollst fünf Thaler haben, sprach der Schulze. Da zog jener sich an und kam mit dem Abgesandten heraus auf die Straße. Und nun ging es noch einmal zur Wiese. Die anderen blieben in respektvoller Entfernung, aber der Gespenster Banner schritt dreist bis auf die Wiese vor. Dort stellte er sich hin und sprach Jetzt ist es aus mit dir, du hellen Spuk. Höre, was ich dir sage. Hokus pokus chim cham charum shuri muri kankuri tfui 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 Er wartete ein Weichen, aber es geschah nichts. Na, rief er, wird's bald, sonst komme ich näher. Das Gespenst rührte sich nicht, bloß die Feueraugen drehten sich immer im Kreise herum und glotzten ihn an. Da wurde dem Gespenster Banner nicht wohl zum Mutter. Er machte kehrt und kam wieder zu den übrigen. Es ist nichts, sagte er. Das ist eine besondere Sorte von Gespenst, ein hart gesottenes. Da gehört ein Extraspruch dazu, den ich noch nicht gefunden habe. Damit ging er nach Hause. Kuvit, schrie die Eule. Hu, hu, Kuvit. Der Wind blies vor Vergnügen in das Laken, das die Zipfel herum flatterten. Wie das die Bauern sahen, schrien sie, es kommt, es kommt auf uns los, und rannten wieder zum Dorfe, das einer über den anderen stolperte, und da standen sie aufs Neue und wussten sich nicht zu helfen. In dem kam der Flurschutz von der anderen Seite her in die Dorfgasse. Er hatte sein Gewehr über der Schulter hängen und kehrte eben von einem Gange durch die Felder zurück. Den hielten sie fest und verlangten, er sollte ihnen einen Rat geben. Dabei erzählten sie ihm sagte der Was soll ich raten? Ich hab noch eine geweihte Kugel im Hause, die will ich holen und auf das Ding abschießen. Wenn das nicht hilft, weiß ich auch nichts. Und er ging um die Kugel zu holen. Als er wieder kam, wollten die meisten nicht mit gehen. Was wird's nützen? sagten sie. Wenn's der Herrgott an der Stange nicht getan hat, wird's die geweihte Kugel auch nicht tun. So war es nur ein kleines Häuflein, das den Flurschützen begleitete, als er die Wiese betrat. Jetzt passt auf, sagte die Weide, da kommt schon wieder etwas. Und die Eule wollte ihm anfangen zu schreien, da drückte der Flurschütze ab und die Kugel sauste ihr hart an den Ohren vorbei. Oha, meinte die Eule, da gibt's gepfeffertes, das kann ich nicht vertragen, ich mache mich davon. Und sie huschte aus der Stube und drückte sich dicht an den Boden, als sie fortflog. Sie hatte aber auch den Strick losgelassen. Der konnte jetzt das Laken nicht mehr halten und das Laken fiel zu Boten. Da war es aus mit dem Gespenst. Mein Laken rief der Wind und kam hinter dem Strauche hervor. Sie werden mir mein schönes Laken nehmen. Und er blies hinein, dass das Laken über die Wiese hinflog. Hurra, rief der Flurschütz, da läuft es. Und die anderen schrien mit ihm. Und jetzt eilte alles hinter dem Laken her. Es hat sich klein gemacht, sagte der Flurschütz, aber sein Rock muss es hergeben. In der Tat, der Wind hatte sich schon müde geblasen und als der Flurschütz einmal seine Flinte darauf warf, konnte jener das Laken nicht von der Stelle bringen und musste es mit ansehen, dass sie es unter großem Triumph geschrei aufhoben und fortrugen. Im Dorf war keine geringere Freude, als man mit dem Laken anlangte. Es wurde ein großer Zug veranstaltet. Zuvorderst ging der Flurschütz, der das Laken wie eine Fahne auf der Flinte trug, und der Schulze führte ihn an Arma. Alle Welt hatte Lampen und Lichter in die Fenster gestellt, dass die Straße ganz hell war. Am anderen Tage aber sollte ein wirkliches Fest folgen. Die Häuser sollten begrenzt werden und ein Tanz stattfinden und den Flurschützen wollte man in dem Gespenstertuche vor das Gemeindehaus tragen, da sollte er die Fünftaler bekommen. Das Gespenstertuch hängte der Küster einstweilen in der Kirche auf. Nur zwei Leute ärgerten sich in dieser Nacht, nämlich der Nachtwächter und der Gespenster Banner, weil sie um die Fünftaler gekommen waren. Aber noch etwas ärgerte sich, das war der Wind, der sein Laken verloren hatte. Er zerzauste die Weide, weil sie mit ihrer Gespenstermacherei schuld daran wäre. Dann rüttelte er den Strick tüchtig durch, weil der nicht festgehalten hätte, und endlich suchte er die Eule auf. Er fand sie auf einem Baum bei der Kirche sitzen, denn sie hatte ihr Nest im Turme. Als der Wind sie zornig anfauchte, warum sie den Strick losgelassen hätte, dass man ihm sein Spielzeug hätte nehmen können, da lachte die Eule und sagte, ich will es dir holen. Sie flog in ein offenes Kirchenfenster und brachte das Laken herausgeschleppt, und der Wind kugelte es lustig die Dorfgasse hinab ins Freie. Anderen Tags, als das Fest beginnen sollte, war das Laken nirgends zu finden. Ich dachte es bald, es ist Gespenster gut, das kann die Kirchenluft nicht vertragen, meinte der Küster. Es ist in Dunst aufgegangen, und der Flurschütz wurde ohne Tuch herumgetragen. Die Eule aber, die aus einer Luke im Kirchturm alles mit ansah, wollte sich heimlich totlachen, und am Abend, da die vier Gesellen wieder versöhnt beieinander waren, beschrieb sie das Fest. Ja, ja, es war ein ausbündiger Spaß, sagte die Weide, und wir werden noch manchmal drüber lachen. Man sollte nicht glauben, wie furchtsam und abergläubisch die Menschen sind. Der Totengräber Der Totengräber, den ich meine, ist ein Käfer, welcher diesen Namen führt, weil er kleine tote Tiere entscharrt. Er kriecht dann zu ihnen unter den Staub und frisst von ihnen. Er ist dir wohl manchmal über den Weg gelaufen, wenn du auf schattigen Waldfahrten gewandert bist, und du hast dich über die lebhafteste Schwarz- und gelbe Zeichnung seiner Flügeldecke gefreut. Er sieht so schön aus, und was er treibt, ist doch so hässlich. Da sitzt hart am Rand des Grabens, der den Weg von dem Jasmin-Gebüsch und dem hohen Sonnen durchleuchteten Busch trennt. Streitige Wegbreitblätter werfen ihren Schatten über ihn. Er ist träge und gesättigt, denn er ist eben unter dem Staub hervorgekrochen, in den er die Leiche eines späten Maikiefers eingesagt hat, und der Staub hat ihm die grellgelben Flecken seines Kleides beschmutzt. Er ist jetzt hässlich, wie sein Handwerk. Seine Fühler bewegen sich leise und seine kleinen Augen blicken schläfrig in die glühende Sommerluft über dem Parkweg. Und du wirst doch meinen, murmelte der Totengräber. Er meinte die kleine Libelle, die über dem Weg hin und her fliegt. Sie war in dem Graben geboren, an dessen Rand der Totengräber saß und schwebte immer über der heimatlichen Städte wie der Gedanke eines Menschen an seine Jugend. Sie war auch so zart wie ein Gedanke. Ihr Leib war fadend dünn und ihre Flügel wie das Gewebe einer Spinne. Es ist unbeschreiblich, wie schön die Flügel schillerten, wenn sie in der Sonne flog. Mehr grün, bläulich und ein wenig rot. Und sie war noch so jung. Sie hatte keinen anderen Gedanken als den, welchen ihr die warme wallende Luft und die strahlende Sonne und das glimmende Grün der Buchen des Jasmins und des Schilfes einflößte, nämlich den, wie unbeschreiblich köstlich es sei zu leben. Sie kreuzte den Weg bald hoch, bald tief und in einem Augenblick setzte sie sich auf eines der Wegbreitblätter über dem Totengräber, ohne ihn zu sehen. Er rührte sich nicht, aber er sagte, du wirst doch mein. Und die kleine Libelle hörte es, kroch an dem Blattrand und blickte hinunter. Da sah sie die gierigen Augen des Totengräbers und erschrak ein wenig, dass sie schnell aufflog. Aber als sie wieder in der Luft schwebte und die Sonnenstrahlen über sie streichelten, muss sie innerlich lachen. Wie albern er ist, sagte hinfliegen, wo er sitzt. Und sie flog so hoch, dass sie nicht einmal die Wegbreitblätter mehr erkennen konnte, unter denen er sich befand. Der Parkweg war so verlassen heute. Kein Fuhrwerk hatte ihn seit Stunden passiert und kein menschlicher Fuß ihn betreten. Die Blätter hingen unbewegt und das Wasser im Graben war glatt wie ein Spiegel. Bloß die Insekten waren lebendig und die Vögel im Baum und Busch. Ein paar Amseln und die Nachtigall hörte man durch alle anderen Stimmen am deutlichsten. Da lief eine Rauschende Jasminbüsche herauf und dann rissen sie auseinander und es sprang etwas Helles über den Graben. Das war Irmgard. Ihre schwarzen Zöpfe mit den blauen Schleifen flogen wie dicke Schlangen von den Musselinkleid auf. So schnell lief sie den Weg herauf dass man nicht einmal erkennen konnte wie hübsch sie war. Aber der junge Mann der hinter ihr drein lief war doch noch schneller und dicht bei dem Weg breit und dem toten gräber hatte er sie um den Leib gefasst und hielt sie fest. Sie sträubte sich erst aus allen Kräften aber dann war sie plötzlich ruhig drehte den Kopf herum und sah ihn lachend an indem sie die Hand auf ihr pochendes Herz legte. Nun fette Alfred sagte sie mit raschem Atem holen ich dächte jetzt könntest du mich loslassen noch nicht antwortete der schlanke junge Mann in der Jagdjoppe dem die braunen Locken feuchte in die perlene Stirn nieder hin dazu war die Mühe zu groß um dich einzufangen du Wirbelwind und er sah mit seinen Augen kecken Augen in ihr gerötetes Antlitz und hielt ihre trotzigen Blicke aus denn dicht vor ihm lachte der kleine Mund mit dem schwellenden Lippen und den weißen Zähnchen dazwischen und ihr warmer Atem wehte ihn berauschender an als der Jasmin Duft der von den Büschen herüber kam Warum siehst du mich so an fragte sie er wurde tief rot und ließ sie los und zog die Stirn finster zusammen wie sein Herz sich zusammen zog ihre Frage hatte ihm wehgetan und er wusste doch nicht warum er ging an das Wasser und blickte hinein wie dunkel es war es spiegelte das Schilf und drüben die ganze Park Seite in allen Farben und es spiegelte auch sein schmales gebräuntes Gesicht mit den zornigen Augen und gesenkten Mundwinkeln Irmgard hatte sich auf dem Absatz herum gedreht und heimlich gelacht sie wusste warum das machte sie so übermütig sie hob einen Stein auf und warf ihn in den Graben das das Wasser aufspritzte gerade an der Stelle die das Bild des Vetters gespiegelt hatte aber er wandte sich nicht um wie sie erwartet hatte die zitternden Wellen kreise voran und als die Fläche wieder glatt war spiegelte sie zwei Gesichter und als sie sich überwand und ein wenig zur Seite blickte sah er in die Augen ihres Spiegelbildes deren Blick dem seinen begegnete es war ein so eigener Blick fragend und traurig meinte ihre junge Seele daraus trinken zu können so standen sie ein Weilchen endlich flog ein Blatt in das Wasser und Irmgard sagte Alfred und breitete die Arme aus und da lag sie an seiner Brust und hatte die Augenlider halb gesenkt und hielt ihm die wenig geöffneten Lippen hin dass er sie küssen konnte der Jasmin duftete die Nachtigall schlug und die Amseln flöteten und in der Ferne rief ein Kuckuck sie legte den Kopf auf seine Schulter und er nahm weiße verstreute Jasmin Blätter aus ihrem Haar und warf sie in den Graben da fiel ihr Blick auf das Gras zu ihren Füßen und sie sah die Wegbreit Blätter mit dem Käfer darunter ein Totengräber sagte sie mit dem Finger deutend was ist ein Totengräber gab er zur Antwort was ist der Tod ich weiß es nicht denn ich bin glücklich Irmgard aber hob die Fußspitze setzte sie auf die Blätter und trat sie nieder was tust du fragte er wer einen Totengräber zertritt lebt lange jetzt werde ich so alt wie Methusalem sie löste sich von ihm und lachte auf Wiedersehen und sie warf ihm eine Kusshand zu sprang über den Graben und verschwand in dem Jasmin er ging langsam den Parkweg hinauf zum Schloss die Wegbreitblätter richteten sich wieder auf und der Totengräber saß unversehrt darunter und äugelte wieder nach der kleinen Libelle die nun wieder tiefer schwebte und sie war doch mein wiederholte er es wurde Nacht die Libelle hing an einem Buchen Blatt und schlief und der Totengräber war unter des Gras gekrochen und schlief auch anderswo im Park lag ein Weier die Sterne spiegelten sich in ihm und zwei schlafende Schwellen schwammen darauf den Kopf unter die Flügel vergraben am Ufer blühten Schilflilien tief im Dunkel denn die Uferbäume neigten sie zweige weit über sie zum Wasser als ob sie dürsteten zwischen den Stämmen schimmerte es weiß dort wo man zu der seichten Stelle des Weiers gelangte trat Irmgard mit einem Kammermädchen an das Ufer sie hatten die leichten Nachtgewänder an und machten leise Schritte das es nur niemand merkt sagte Irmgard dann sahen sich die beiden an und fingen an zu lachen nun half eine der andere ausgleiten und im lichten Hemd das Haar gelöst stiegen sie in das Wasser es plätscherte kaum so vorsichtig gingen sie es ist kalt flüsterte Irmgard und die luft ist doch so lau man muss tauchen und die beiden tauchten unter und wieder auf gleich schwänen jetzt rauschte das Wasser um sie und die tropfen die sie in den Bayer schüttelten gaben feine Töne von sich als ob Gläser einander berührten die Nächsten singen sagte das Kammermädchen sie bewegten sich dreister schlugen Wirbel um sich und warfen sich Wasser mit der hohen Hand zu im Schild wachten verschlafene Vögel auf und flogen Träger ein paar Schritte weiter und plötzlich blickte Irmgard über den Weiher hin ich werde einen Schwan wecken sie schlug langsam die Richtung nach den träumenden Schwänen ein und kam näher und näher nur wenige Schritte von dem ersten entfernt trotz sie einen halblauten Schrei Laura hilf ich habe keinen Boden der Schlamm gab nach tückische Wasserpflanzen schlangen sich um ihren Fuß die weißen Arme rangen über das Wasser hinaus und der Kopf mit den schwarzen Haarsträhnen tauchte angstvoll auf und nieder der Schwan vor ihr erwachte und ruderte neugierig auf sie zu bis er hart neben ihr schwamm und in Todesnot schlang sie die Arme um den Leib des Tieres die Flüge arbeiteten unter ihr um sich zu befreien der stolze weiße Hals krümmte sich mit gellendem laut hierhin und dorthin das Wasser gestorn wirbelte um den knäuel der um das Leben rang nun schlugen flatternd die mächtigen schwingen auf Laura ich bin verloren und ich will doch nicht sterben das Kammermädchen stötze zum Ufer und lief zwischen die Bäume Hilfe das gnädige Fräulein am Stamm einer alten Buche brach sie ohnmächtig zusammen kreischende Krähen flogen um die finsteren Wipfel die Schwäne flatterten ans Ufer und stießen zischende Töne der Aufregung aus im Schloss begann die Hunde zu bellen dann wurde es allmählich still ein paar Tage später war es und ein trüber Morgen die Amseln flöteten wieder und die Nachtigall und Grasmücken sangen aber die Blätter blitzten nicht und der Tau im Gras funkelte nicht der Totengräber kroch aus dem Rasen und schlich über den Weg der Maikäfer war verzerrt und er hatte Hunger er blickte begehrlich nach den Fliegen die gar nicht sterben und sich von ihm begraben lassen wollten da schwirrte es dicht sie war ein paar Tage älter geworden und sie fürchtete sich nicht mehr vor ihm was würdest du mit mir machen wenn ich dein wäre fragte sie dich begraben sagt er grimmig erst begraben und dann auffressen wenn du gestorben sein wirst so wirst du mein sein sterben lachte die kleine libelle ich weiß nicht was das ist ich werde mich hüten zu sterben und sie zu leuten die im turm der dorfkirche hingen so traurig als ob sie weinten und vom schloss her kam es den parkweg herunter ein schwarz behangener wagen mit schwarz behangenen pferden davor und ein zug menschen dahinter auf dem wagen lagen blumen und unter den blumen lag ein sarg mit der toten irngard die sie aus dem wasser gezogen hatten und draußen vor ein kleiner junger war der erste der sagte jetzt kommt sie und die leute murmelten untereinander und eine alte frau schluchzte und meinte sie war so jung und so reizend und so gut aber es ist niemand daran schuld als die dumme laura die kleine libelle setzte sich tief unten auf ein buchen blatt und ganz vorn auf den rand damit sie alles gehörig sehen konnte aber er sie im schnabel ach gott sagte sie ich glaube ich muss sterben der sperling ließ sie fallen und sie kam auf die erde er war auch gleich neben ihr und sah sie mit seinen großen bösen augen an nicht sterben jammerte die arme kleine libelle ich bin noch so jung und ich bin so hübsch warum darf ich nicht leben aber der sperling sagte nichts als piep und damit hackte er sie tot er würde sie auch gefressen haben aber der wagen und die menschen waren nah und er bekam ein schrecken und flog plötzlich davon eine weile nachher krabbelte es in dem gras das war der toten gräber der sich hier auch geflüchtet hatte und wie er sich umschaute sah er die kleine libelle liegen und steuerte mit langen schritten auf sie zu seine Fühlhörner wackelten und die kleinen gierigen Augen funkelten jetzt ist sie mein sprach er und ich habe doch recht gehabt erst werde ich sie begraben und dann aufressen sie wusste nicht was sterben war und sie wollte nicht sterben das ist immer so wenn man jung und hübsch ist und er schleppte sie zu einem häufchen staub und schob und zerrte bis sie darunter verschwunden war ein trauriges märchen aber die märchen vom toten gräber sind niemals lustig prinz kobold es waren einmal ein könig und eine königin die nur einen sohn hatten und ihn obwohl er äußerst hässlich war dennoch leidenschaftlich liebten er war so dick wie der dickste Mann und so klein wie der kleinste Zwerg doch die hässlichkeit seines gesichtes und die missgestalt seines körpers verschwanden in vergleich zu seiner bosheit welche so groß war dass er sich mühe gab jedermann böses zuzufügen der könig zwar bemerkte dies seit seiner frühsten Kindheit allein die königin liebte ihn ganz närrisch und trug durch ihre übertriebene Nachgiebigkeit die ihrem Sohne zeigte welche Gewalt er über sie habe noch mehr dazu bei ihn zu verderben so wie denn auch um der könige nicht zu missfallen jedermann zu ihr sagen musste dass ihr sohn schön und geistreich sei nachdem sie lange nachgesonnen hatte welchen Namen sie ihm geben wollte der Achtung und Furcht einflößte nannte sie ihn Wüterich aber als er das Alter erreicht hatte in welchem man ihm einen Erzieher geben musste wählte der König einen Prinzen welcher selbst von Altersherr Rechte auf die Krone hatte und sie auch mutig verteidigt haben würde wenn seine Angelegenheiten sich in einer besseren Lage befunden hätten Er Er dachte Er dachte aber schon lange nicht mehr daran und wandte vielmehr all seine Bemühungen darauf seinen einzigen Sohn gut zu erziehen Dieser besaß den lebenswürdigsten Charakter von der Welt einen lebhaften und durchdringenden Verstand Alles was er sagte zeichnete sich durch eigentümliche Anmut aus und sein Äußeres war im höchsten Grad einnehmend Nachdem der König jenem vornehmen Herrn die Erziehung Wüterichs übergeben hatte befahl er diesem seinen Erzieher gehorsam zu sein Das Wüterich gehörte zu den Strohköpfen die man hundertmal züchtigen kann ohne sie einmal zu bessern Leander der Sohn seines Erziehers war bei jedermann beliebt besonders bei den Damen aber er kümmerte sich wenig darum und hielt sich fast immer nur in der Gesellschaft Wüterichs auf Diese erschien ihm dadurch umso garstiger und unangenehmer Er hatte für alle Welt und so auch für die Mädchen und Frauen der Königin nur Grobheiten Bald waren sie schlecht gekleidet Bald hatten sie ein kleinstädtisches Aussehen Bald sagte er ihnen vor aller Welt gerade zu ins Gesicht dass sie geschminkt wären Er bekümmerte sich nur um sie um sie gelegentlich bei der All dieses machte dass man Wüterich ebenso hasste wie man Leander liebte Er merkte dies auch sehr wohl schob aber alle Schuld auf Leander Du bist doch ein glücklicher Mensch sagte er öfters zu diesem indem er ihn boshaft anschähte Alle Damen sind ihr heut nur mir nicht gnädiger Prinz pflegte Leander bescheiden zu erwidern nur die Ehrfurcht hält sie von einem zutraulichen Benehmen gegen euch zurück was tun sie auch ganz wohl sagte dann gewöhnlich der Prinz es sollte ihn schlecht bekommen einstmals waren von weit her fremde Gesandter angekommen und der Prinz stand in Begleitung Leanders auf einer Galerie um ihren Einzug mit anzusehen sobald die Gesandten Leander bemerkten gingen sie auf ihn zu verbeugten sich tief und legten ihm auf alle Weise ihre Ehrerbietung und Bewunderung an den Tag denn Prinzen Wüterich aber hielten sie für seinen Zwerg fassten ihn am Arm drehten ihn trotz all seines Sträubens hin und her und trieben ihren Spaß mit ihm Leander geriet hierüber in die äußerste Angst und Verlegenheit er gab sich alle erdenkliche Mühe ihn bemerkbar zu machen dass es der Sohn des Königs sei sie verstanden ihn aber nicht und der Dolmetscher hatte sich unglücklicherweise schon zum König begeben um sie dort zu erwarten als Leander sah dass seine Winke ihn nicht verständlich waren so bezeigte er sich gegen den Prinzen noch weiter furchtsvoller die Gesandten Endes sowie ihr ganzes Gefolge hielten dies nur für einen Scherz lachten dass ihnen der Leib wehtat und wollten dem Prinzen wie sie daheim gewohnt waren Nasenstüber geben Wüterich dagegen zog voller Zorn seinen kleinen Degen der nicht länger war als ein Fächer und würde sicher ein Übel damit angerichtet haben wenn nicht der König soeben dazugekommen wäre der ganz erstaunt über das Benehmen seines Sohnes die Gesandten deren Sprache er nicht verstand sehr um Entschuldigung bat sie erwiderten ihm es habe nichts weiter auf sich sie sehen ja wohl dass dieser hässliche Zwerg übel gelaunt sei der König war nicht wenig betrübt darüber dass die garstige Gestalt seines Sohnes ihn dergleichen Missverständnissen aussetzte kaum waren die Gesandten fort so ergriff Wüterich Leander bei den Haaren riss ihm zwei oder drei Hände voll aus und würde ihn wenn er gekonnt hätte erwirkt haben verbot ihm auch sich je wieder vor ihm sehen zu lassen Leanders Vater über das Benehmen Wüterichs höchst erzürnt schickte nun seinen Sohn auf eins seiner Landhäuser hier liebte er nicht weniger als müßig fischte ging spazieren und Bücher Musik und Malerei beschäftigten ihn abwechselnd er schätze sich glücklich einen so launenhaften Prinzen nicht mehr dienen zu dürfen und empfand trotz der Einsamkeit doch keinen einzigen Augenblick Langeweile Eines Tages nach einem langen Spaziergang in seinen Gärten trieb ihn die zunehmende Hitze in ein kleines Wäldchen dessen hohe und dicht belaubte Bäume einen angenehmen Schatten gewährten Zum Zeitvertrieb fing er an auf der Flöte zu blasen als er mit einem Mal fühlte wie sich etwas um seinen Fuß wand und ihn fest zusammendrückte Als er nachsah was dies sein möge entdeckte er mit Erstaunen eine große Natter Er nahm sein Schnupftuch packte sie beim Kopf und und war und war im Begriff sie zu töten Allein sie schlang sich um seinen Arm und seinen Unverwandt an als ob sie um Gnade bitten wolle In diesem Augenblick kam einer von den Gärtnern dazu Kaum erblickte dieser die Natter so rief er seinem Herrn zu Gnädiger Herr haltet sie fest denn ich verfolge sie schon länger als eine Stunde Es ist das verschlagenste Tier dass es auf der Welt gibt es verwüstet unaufhörlich unsere Blumenbeete Leander betrachtete die Natter noch einmal sie glänzte von tausend derlei schönen Farben und sah ihn ohne sich zu verteidigen noch immer bewegungssoß an da sie bei mir ihre Zuflucht gesucht hat sagt er hierauf zu seinem Gärtner so verbiete ich dir ihr irgendein Leid zuzufügen denn ich will sie füttern und wann sie ihre schöne Haut abgeworfen hat wieder an Freiheit setzen so dann kehrte ihr in das Schloss zurück setzte sie in ein großes Zimmer von welchem er allein die Schlüssel hatte und ließ ihr Kleie Milch Blumen und Kräuter bringen um sie zu füttern und ihr den Aufenthalt angenehm zu machen das war einmal eine glückliche Natter zu weilen sah er was sie machte dann kam sie ihm sogleich entgegen kletterte an ihm hinauf und erwies ihm alle möglichen Schmeicheleien deren eine Natter fähig ist der Prinz wunderte sich zwar darüber achtete aber nicht besonders darauf alle dame am hofe trauerten in das über leanders abwesenheit sie sprachen nur von ihm und wünschten ihn wieder zurück ach sagten sie seitdem leander fort ist gibt es kein vergnügen mehr bei hofe und daran ist nur der böse wüterich schuld musste er darum den leander so gehässig sein weil dieser lebenswürdiger und geliebter ist als er hätte sich denn etwa leander ihm zu Gefallen einen Buckel machen sollen oder sein Gesicht zerkratzen sollte er um ihn ähnlich zu sehen sich die Knochen verrenken den Mund bis an die Ohren aufreißen die Augen zusammen und die Nase platt drücken das ist einmal eine kleine boshafte Kröte er wird nimmer in seinem Leben Freude haben denn er wird nie jemand finden der hässlicher ist als er auch die schlechtesten Fürsten haben immer doch ihre Schmeichler und die Bösen sogar noch mehr als die Guten so hatte auch Wüterich die Seinigen die Gewalt die über seine Mutter ausübte machte ihn furchtbar man hinterbrach ihm daher auch was die Damen über ihn sagten und er geriet darüber in den heftigsten Zorn er ging auf der Stelle zu seiner Mutter und sagte er werde sich vor ihren Augen umbringen wenn sie nicht irgendein Mittel fände dem Leander das Leben zu nehmen die Königin welche Leander ohnehin hasste weil er schöner war als ihr Affe von Sohn erwiderte sie habe schon seit lange Leander für einen Verräter gehalten und würde also sehr gern zu seinem Tode die Hand bieten der Prinz solle mit seinen vertrautesten Leuten auf die Jagd gehen Leander werde auch dahin kommen und da könnte Hüterich begab sich also auf die Jagd Als Leander Hundegebell und Hörnerblasen in der Nähe seines Schlosses hörte stieg er zu Pferd und ritt in den Wald um zu sehen was es gäbe er war über das unvermutete Zusammentreffen mit dem Prinzen sehr überrascht stieg jedoch ab und begrüßt ihn ehrfurchtsvoll Hüterich empfang ihn besser als Leander erwartet hatte und sagte er soll ihm folgen zugleich aber schlug er selbst einen Seitenweg ein und winkte den Mördern gut zu zielen doch indem er sich rasch entfernte sprang ein Löwe von ungeheurer Größe aus seiner Höhle hervor auf ihn los und warf ihn zu Boten seine Begleiter ergriffen die Flucht und Leander blieb allein zurück dieses wütende Tier zu bekämpfen er griff es auf die Gefahr verschlungen zu werden mit dem Degen in der Faust an und rettete durch seine Tapferkeit und Gewandtheit seinem grausamsten Feinde das Leben der Prinz war unterdessen vor Furcht und Ohnmacht gefallen und Leander leistete ihm nachdem er das Tier erlegt jeden möglichen Beistand als er sich ein wenig erholt hatte bot ihm Leander sein Pferd an um sein Gefolge wieder aufzusuchen jeder andere würde so große und noch ganz frische Verpflichtungen aufs tiefste empfunden und jede mögliche Beweise seiner Dankbarkeit durch Worte und Taten an den Tag gelegt haben nicht so der undankbare Prinz er blickte Leander nicht einmal an und bediente sich seines Pferdes nur die Mörder wieder aufzusuchen denen er seinen Befehl Leander umzubringen wiederholte sie umringten Leander und er wäre weniger Mut gehabt hätte er lehnte sich mit dem Rücken an einen Baum um nicht von hinten angegriffen zu werden fort wie ein verzweifelter und streckte all seine Gegner zu boten Hüterich welcher ihn schon für tot hielt eilte herbei um sich an dem Anblick seines Leichnams zu weiten allein er fand ein ganz anderes Schauspiel als das welches er erwartet hatte denn alle jene Bösewichter hauchten eben ihr Leben aus als Leander ihn erblickte ging er auf ihn zu und sagte zu ihm gnädiger Prinz wenn ich auf eurem Befehl ermordet werden sollte so tut es mir leid mich verteidigt zu haben unverschämter Mensch erwiderte der Prinz vor Lazzorn wenn du dich je wieder vor meinen Augen blicken lässt so bist du des Todes Leander entgegnete nichts er kehrte sorgenvoll nach Hause zurück und brachte die ganze Nacht damit zu darüber nach zu denken was er beginnen sollte denn er sah wohl ein dass er dem Sohne des Königs nicht standhalten könne er beschloss endlich auf Reisen zu gehen doch indem er im Begriff war das Schloss zu verlassen erinnerte er sich der Natter nahm Milch und Früchte und trug sie nach ihrem Zimmer als er die Tür des Zimmers öffnete nahm er in einer Ecke desselben einen außerordentlichen Lichtglanz wahr und als er genauer darauf hin sah erblickte er zu seinem höchsten Erstaunen eine Dame deren edles und majestätisches Aussehen ihre hohe Geburt vermuten ließ ihr Gewand war aus violettem Seidenstoff mit Diamanten und Perlen gesteckt sie ginge mit freundlichen Blicken entgegen und sagte junger Prinz sucht die Natter nicht mehr die ihr hier her gebracht habt sie ist fort statt ihrer findet ihr mich euch zu vergelten was sie euch schuldig ist doch ich muss verständlicher zu euch sprechen so erfahrt denn dass ich die Fee Wunderhold bin deren heitere und lustige Streiche weit und breit berühmt sind wir feilen ohne Koma und ohne Sorge nach 100 Jahren verwandeln wir uns auf 8 Tage in Schlangen dieser Zeitraum ist uns allein gefährlich denn während desselben können wir keinen Unfall vorherrschen noch von uns abwenden und wenn man uns tötet so kehren wir nicht wieder ans Leben zurück nach Verlauf dieser 8 Tage aber erlangen wir unsere frühere Gestalt wieder damit unsere Schönheit unsere Macht und unseren und es ist nicht mehr als billig dass ich mich ihrer entledige überlegt also worin ich euch nützlich sein kann und rechnet auf mich der junge Prinz der bis dahin nichts mit Fehen zu tun gehabt war so erstaunt dass er lange Zeit kein Wort hervorbringen konnte endlich machte er eine tiefe Verbeugung und sagte nachdem er das Glück gehabt hatte ihr einen solchen Dienst zu erweisen scheine ihm kein anderer Wunschwarte übrig zu bleiben es würde mir sehr leid tun erwiderte die Fee wenn ihr mir keine Gelegenheit geben wolltet mich dankbar zu erweisen bedenkt ich kann euch zu einem mächtigen König machen euer Leben verlängern euch noch mehr Anmut und Lebenswürdigkeit verleihen euch Paläste voll Gold Gruben voll Diamanten schenken euch zu einem trefflichen Redner Dichter Musiker und Maler bilden euch die und Erdkobold verwandeln hier unterbrach sie Leander erlaubt mir euch zu fragen was wird es mir denn nützen wenn ich ein Kobold wäre zu tausend vorteilhaften und angenehmen erwiderte die Fee ihr seid unsichtbar wann es euch gefällt ihr durch eilt in einem Augenblick den unermesslichen Weltraum ihr erhebt euch ohne Fügel in die Lüfte und dringt lebendig in die Tiefen der Abgründe des Meeres ihr findet überall Eingang wenn auch Fenster und Türen verschlossen sind und lasst euch nach eurem Belieben dann wieder in eurer natürlichen Gestalt sehen ach rief hierauf Leander wenn es so ist so wünsche ich ein Kobold zu werden ich bin im Begriff auf Reisen zu gehen und verspreche mir tausendfache Ergötzigkeiten davon ich ziehe dieses Geschenk allen übrigen vor ein Kobold versetzte Fee wunderholt indem sie ihm dreimal mit der Hand die Augen und das Gesicht berührte sei ein liebenswürdiger ein geliebter Kobold sei ein vollkommener Kobold hierauf umarmte sie ihn gab ihn einen kleinen roten mit zwei Papageienfedern besetzten Hut und sprach wenn ihr diesen Hut aufsetzt werdet ihr unsichtbar und wenn ihr ihn abnehmt werdet ihr sichtbar sein Leander drückte sich ganz entzückt den kleinen runden Hut auf den Kopf und wünschte nach dem Walde versetzt zu werden um wilde Rosen zu pflücken die er dort bemerkt hatte in dem selben Augenblick wurde sein Körper so leicht wie seine Gedanken und wie ein Vogel dahinfliegend schwebte er durch das Fenster in den Wald freilich war er nicht ohne Furcht als er sich so hoch in Luft und über dem Fluss hinschweben sah denn er besorgte hineinzufallen und dass die Macht der Fee nicht ausreichte ihn dagegen zu schützen er gelangte indes glücklich an den Fuß des Rosen Strauchs von welchem er drei Rosen pflückte sich zugleich in das Zimmer zurück begab wo er die Fee noch antraf und ihr dieselben überreichte hoch erfreut dass sein kleiner Versuch ihm so viel Geld verschaffen als er bedürfe die andere wenn er sie an das Herz seiner geliebten drücke ihn von ihrer treue oder untreue belehren und die dritte endlich ihn gegen jede Krankheit schützen hierauf wünschte sie ihm ohne seinen Dank abzuwarten eine glückliche Reise und verschwand Leander freute sich unendlich über die schönen Geschenke die er soeben erhalten hat hätte ich je denken können sprach er bei sich selbst als sich eine arme Natter aus den Händen meines Gärtners rettete dass ich so reich und wunderbar dafür belohnt werden sollte oh welch Vergnügen werde ich haben was für angenehme Augenblicke was werde ich denn nicht alles entdecken wenn ich unsichtbar bin das Geheimste kann nicht von mir verborgen bleiben er Rache die er an Wüterich nehmen sollte er hinterließ sogleich alle nötigen Befehle bestieg das schönste Ross seines Maßstalls mit Namen Licht blau und begab sich von einigen seiner Bedienten begleitet an den Hof zurück wo das Gerücht von seiner Rückkehr sich sehr rasch verbreitete nun muss man wissen dass Wüterich der ein großer Lügner war vorgegeben hatte Leander würde ihn ohne seinen Mut ebenso wie sein ganzes Gefolge und er verlangte deshalb Leanders Bestrafung der König hierauf von den ungestimmten Bitten der Königin überwältigt befahl also Leander gefangen zu nehmen in diesem Augenblick wurde Wüterich benachrichtigt Leander komme soeben und sehe ganz zuversichtlich und entschlossen aus Wüterich der viel zu furchtsam war um ihn selbst aufzusuchen lief in das Zimmer seiner Mutter erzählte ihr das Leander da sei und bat sie ihn doch gefangen nehmen zu lassen die Königin die alles tat was ihr Affe von Sohn nur immer wünschen mochte eilte sogleich zum Könige der Prinz aber ungeduldig zu erfahren was man beschließen würde folgte ihr stillschweigend nach er blieb an der Tür stehen legte das Ohr dicht dran und strich um noch besser hören zu können niemand also konnte ihn sehen kaum bemerkte er den lauschenden wüterig so nahm er einen Hammer und einen Nagel und nagelte ihm das Ohr mit einem Schlag an die Tür der Prinz geriet in die äußerste Wut schlug wie wahnsinnig an die Tür und schrie aus Leibes Kräften als die Königin sein Geschrei vernahm eilte sie herbei die Tür zu öffnen und abgeschnitten hätte und zog ein jämmerliches Gesicht die Königin ganz untröstlich nahm ihn auf den Schoß küsste ihn und suchte ihm das Ohr so gut es ging wieder anzudrücken und zu verbinden Leander aber ergriff eine Handvoll Ruten mit denen man die jungen Hündchen des Königs züchtigte und schlug die Königin damit einige Male tüchtig auf die Hände so dass sie aus hellem Halse schrie man bringe sie um man bringe sie um der König kam dazu alle Welt lief herbei aber man sah nichts und raunte sich ganz leise ins Ohr die Königin müsste wahnsinnig geworden sein vor lauter Schmerz über das abgerissene Ohr ihres Wüterichs der König war der Erste der dies glaubte und wich ihr aus sobald sie sich ihm nähern wollte es war ein höchst rolliger Auftritt endlich versetzte noch der gute Kobold Wüterich eine gehörige Anzahl Heber verließ so dann das Zimmer und begab sich in den Garten dort pflückte er nachdem er sich wieder sichtbar gemacht hatte ganz keck die Kirschen Aprikosen Erdbeeren und Blumen von den Beeten der Königin sie pflegte dieselben ganz allein zu begießen und es war bei Todesstrafe verboten sie nur anzurühren ganz bestürzt eilten die Gärtner herbei und meldeten ihren Majestäten Prinz Leander verwüßte die Fruchtbäume und den Blumengarten welch eine Frechheit schrie die Königin mein kleiner Wüterich mein einziges Püppchen vergiss deinen Augenblick dein böses Ohr lauf hin und züchtige den Bösewicht nimm unsere Leibwache unsere Bedienten stell dich an ihre Spitze fall über ihn Schar bewaffnet habe begleitet langte Wüterich in dem Garten an Leander der sich gütlich tat empfing ihn mit einem großen Pomeranzen man eilte auf Leander zu aber schon in den nämlichen Augenblick sah man ihn nicht mehr er stand schon hinter Wüterich der sich von dem Apfel Wurf sehr übel fand und zog ihm einen Strick um die Beine da lag Wüterich mit Mit dieser Rache zufrieden kehrte Leander an den Ort zurück wo seine Leute ihn erwarteten Er beschenkte sie und schickte sie auf sein Schloss zurück denn er wollte auf seinen Reisen niemand mit sich nehmen damit die Geheimnisse des roten Hütchens und der Rosen nicht bekannt würden Er hatte sich noch nicht bestimmt wohin er reisen wollte bestieg also sein schönes Ross Licht blau und ließ es aufs Geratewohl in die Welt traben so durchzog er Felder Wälder Täler und Berge ohne Zahl und Namen ruhte sich von Zeit zu Zeit aus und aß und schlief ohne irgendetwas merkwürdiges anzutreffen endlich gelangte er in einen Wald und da es sehr heiß war so stieg er ab um sich ein wenig im Schatten zu erholen kaum hatte er weniger Augenblicke hier verweilt so hörte er seufzer und schluchzen er sah sich überall um und er blickte einen Menschen der bald lief bald stehen blieb bald schrie und bald schweigend sich die Haare ausriss und die Brust zerschlug so dass Leander nicht zweifelte dieser unglückliche sei wahnsinnig geworden seine Kleidung obwohl ganz zerrissen zeigte von ihrer ehemaligen Pracht Leander von Mittelalter ergriffen näherte sich ihm und bot ihm seine Hilfe an Ach für mein Unglück gibt es keine Hilfe mehr ein Mädchen welches ich aufs zärtlichste liebe soll heute mit einem alten eifersüchtigen Mann verheiratet werden der freilich der reiche ist die aber gleichwohl zur unglücklichsten Person von der ganzen Welt machen wird liebt sie euch denn fragte Leander ich darf es wohl überzeugt sein erwiderte er und wo hält sie sich auf fragte Leander weiter in einem Schloss am Ausgange dieses Waldes nun gut so erwartet mich hier versetzte Leander ich denke auch in kurzem angenehme Nachrichten zu unterbringen zugleich setzte er den kleinen roten Hut auf und wünschte sich in das Schloss er war noch auf dem Weg dahin so vernahm er schon eine anmutige Musik als er hinkam war alles voll von Lärm und Jubel und dem Schei der Instrumente er trat in einen großen Saal der mit den Verwandten und Freunden des Bräutigams und der Braut angefüllt war es konnte nichts reizenderes geben als das junge Mädchen aber die Blässe ihrer Wangen die Schwermut die sich auf ihrem Gesicht malte und die Tränen die sich ihr bisweilen aus den Augen drängten verrieten nur zu sehr den Zustand ihres Herzens Leander blieb unsichtbar in einem Winkel verborgen um die Anwesenden kennenzulernen er hörte wie die Eltern dieses hübschen Mädchens sie heimlich schalten dass sie so traurig aussehe Leander stellte sich hierauf hinter die Mutter und sagte ihr leise ins Ohr wenn du deine Tochter zwingst ihre Hand diesem alten Affen zu geben so sollst du noch binnen acht Tagen zur Strafe dafür des Todes sein die Frau schrie laut auf und sank zu Boden vor und setzten eine Stimme zu hören ohne zu sehen von wem sie käme noch weit mehr aber erschreckte sie die Drohung welche sie vernommen hatte ihr Mann trat rasch hinzu und fragte was ihr dann fehle sie würde des Todes sein versetzte sie wenn die Heirat ihrer Tochter vor sich ginge und sie wolle dies für alle Schätze der Welt nicht zu geben ihr Mann lachte nur darüber und behandelte sie wie eine närrisch gewordene aber Kobold näherte sich ihm und sagte du alter Ungläubiger wenn du deiner Frau nicht glaubst wird es dich dein Leben kosten hebe sogleich die Verbindung deiner Tochter auf und gib sie ohne Verzug dem der sie liebt war wie man sagte auf den ausdrücklichen Befehl des Himmels er wollte dies anfangs bezweifeln und sich nicht zufrieden geben aber Kobold schrie ihm ein so fürchterliches Hu Hu ins Ohr dass jene auf der Stelle taub zu werden meinte und zu guter Letzt trat Leander noch dermaßen auf seine gichtischen Füße dass er vor Schmerze außer sich geriet und so rasch er sogleich in den Wald um den Jüngling aufzusuchen dennoch immer wie ein verzweifelter umherirrte Leander erwartete ihn mit einer Ungeduld die nur von der des jungen Mädchens übertroffen wurde Die Liebenden waren überglücklich Das Fest welches man zu der Hochzeit des Kreises veranstaltet hatte diente jetzt zu der des jungen Paares und Leander der seine natürliche Gestalt annahm erschien plötzlich an der Tür des Saales wie ein Fremder der das Geräusch des Festes herbeigezogen Sobald der Bräutigam ihn erblickte eilte er auf ihn zu und warf sich zu seinen Füßen indem er sich auf alle Weise bemühte ihm seine Dankbarkeit auszudrücken Zwei Tage brachte Leander sehr vergnügt auf diesem Schlosse zu und verließ es nur mit Bedauern Er setzte hierauf seine Reise fort und gelangte in eine große Stadt in welcher eine Königin residierte die ihre Freude daran empfand die schönsten Personen ihres Königreichs am Hofe zu haben Leander ließ sich den prächtigsten Wagen machen den man jemals hier gesehen hatte und er konnte das wohl denn er durfte ja nur die Rose schütteln so hatte er Geld im Überfluss da er schön jung und geistreich war und mit so großem Glänze auftrat so kann man leicht denken dass ihn die Königin und ihre Damen mit aller nur möglichen Auszeichnung empfingen unter den Hoffräulein der Königin bemerkte Leander eine welche man schön Blondchen nannte sie war sehr schön aber dabei so kalt und ernsthaft dass Leander welche ihr zu gefallen wünschte gar nicht wusste wie er dies anfangen sollte er veranstaltete alle abend ihr zu ehren prachtvolle feste bälle und schauspieler beschenkte sie mit den seltensten kostbarkeiten die er von weit und breit kommen ließ aber nichts machte den Eindruck auf sie je gleichgültiger sie erschien desto mehr bemühte sich Leander ihr zu gefallen um sich indes zu überzeugen ob er nicht etwa einen glücklicheren Nebenwohler habe beschloss er einen Versuch mit seiner Rose zu machen er hielt sie scherzend schön blondchen ans herz und siehe da die blume vorher noch frisch und glänzend schrumpfte plötzlich weg zusammen diese Entdeckung war Leander sehr empfindlich um sich mit eigenen Augen zu überzeugen wünschte er sich an dem selben Abend noch ein schön blondchens Zimmer nicht lange so sahen ganz erbärmlichen Sänger hereintreten welche drei oder vier Verse die er für schön blondchen gemacht und deren Melodie und Worte abschorlich waren auf die widerlichste Weise hergurgelte schön blondchen aber ergötzte sich daran wie an dem schönsten Gesang von der Welt er machte Gebärden wie ein besessener sie fand alles wunderschön so nährisch war sie für ihn angenommen und endlich reichte sie ihm gar zur Belohnung die Hand zum Kuss außer sich vor Zorn stürzte Leander auf den unverschämten Musikanten los stieß ihn nach einem Balkon und stürzte ihn in den Garten hinunter wobei er sich seine übrigen Zähne noch voll ins Aus schlug schön Blöntchen war wie vom Blitz getroffen sie glaubte nicht an dass es ein böser Geist herbei im Spiele sein Leander verließ das Zimmer ohne sichtbar zu werden und kehrte sogleich nach Hause zurück dankte seine Dienerschaft ab indem er sie reichlich belohnte schwang sich auf seinen treuen Licht blau und kehrte der Stadt den Rücken er entfernte sich mit der größten Schnelligkeit und gelangte so nach einiger Zeit in eine andere Stadt dort erfuhr er dass eben eine große Feierlichkeit vor sich gehen werde weil ein junges Mädchen das Gelübde ewiger Keuschheit ablegen und zur Vestale in Gewalt werden sollte obgleich gegen ihre Neigung und Willen der Prinz empfand Mitleid mit dem armen Mädchen und es schien fast als ob sein kleiner roter Hut dazu bestimmt sei den traurigen und hilfsbedürftigen Trost und Beistand zu bringen er eilte in den Tempel und sah dort das junge Mädchen in einem weißen folgte ihr mit einer großen Schaf und Männern und Frauen während die älteste der Vestalinnen sie an der Tür des Tempels erwartete Plötzlich erhob Kobold seine Stimme und rief aus Leibeskräften Haltet ein Haltet ein ihr lieblosen Brüder und du törichte Mutter der Himmel widersetzt sich diesem erzwungenen Opfer Noch einen Schritt und ihr werdet in tausend Stücke zerschmettert Man sah sich welche Drohung käme bemerkte aber nichts Die Brüder sagten es müsse wohl der Geliebte ihrer Schwester sein die sich irgendwo verborgen hätte um so das Orakel zu spielen Kobold dabei griff zornig einen dicken Stock und versetzte ihn damit mehr als ein dutzend hageldichte Schläge Man sah den Stock sich emporheben und auf ihre Schultern niederfallen wie ein Hammer auf einen Amboss sodass man an der Wirklichkeit der Streichel nicht zweifeln konnte Die Vestalinnen vor Schrecken ergriffen flohen nach allen Richtungen und alle übrigen taten desgleichen sodass Kobold mit dem jungen Mädchen alleine blieb Er nahm rasch sein Hütchen ab und fragte sie ob er ihr irgendwie dienen könne Das Mädchen erwiderte mit mehr beworben hätte aber den ihrigen zu arm gewesen sei Sogleich schüttete Leander die Rose der Vieh Wunder heut und schenkte ihr eine Million zum Brautschatz worauf sie sich verheirateten und sehr glücklich lebten Aber das letzte Abenteuer welches Leander bestand war das angenehmste Beim Eintritt in einen großen Wald hörte er das Angst Geschrei einer weiblichen Stimme Er sah sich nach allen Seiten um und er blickte endlich vier bewaffnete Männer die ein Mädchen von etwa 15 Jahren mit Gewalt vorschleppten Er eilte rasch auf sie los und rief ihnen zu Was hat euch dieses Mädchen getan dass ihr sie so wie eine Sklaven behandelt Ho ho mein junges Herrchen versetzte der Ansehen Liste von ihm Was kümmert ihr euch um Dinge die euch nichts angehen Ich befehle euch sprach Leander sie unverzüglich freizulassen Oh ja doch gleich wartet nur ein bisschen versetzten sie lachend Der Prinz sprang vom Pferde und setzte sein rotes Käppchen auf denn er hielt es nicht für ratsam ganz allein vier Männer anzugreifen die stark genug schienen um zwölf in die Flucht zu schlagen Kaum hatte er sein Hütchen auf dem Kopf so war Die Räuber sagten Er ist davongelaufen Es lohnt nicht der Mühen zu verfolgen Wir wollen nur sehen dass wir sein schönes Pferd bekommen Während nun drei dem Licht blau nachliefen der sie nicht wenig in Atem setzte blieb einer als wache bei dem jungen Mädchen zurück Diese schrie und jammerte in einem Pfort Ach meine schöne Prinzessin rief sie Wie glücklich war ich in eurem Paläste Wie werde ich die Entfernung von euch ertragen können Wenn ihr mein trauriges Geschick wüsstet würdet ihr eure Amazon der armen Abrikantine zur Hilfe schicken Leander Leander der alles wahrnahm ergriff unverzüglich den Arm des Räubers welcher zu ihrer Bewachung zurückgeblieben war und band ihn an einen Baum ohne dass jener Zeit oder Kraft gehabt hätte sich zu verteidigen denn er sah nicht einmal den welche ihn wehrlos machte Auf sein Geschrei kam einer seiner Spießgesellen ganz atemlos herbeigelaufen und fragte ihn wer ihn angebunden hatte Das weiß ich Ich habe keine Menschenseele gesehen Das sagst du nur um dich zu entschuldigen versetzte der andere Aber ich weiß lange dass du eine Memme bist Warte ich will dich behandeln wie du es verdienst Und damit zählte er ihm eine gehörige Tracht Prügel auf Dieser Auftritt machte Leander vielen Spaß Er näherte sich hierauf dem zweiten Räuber fasste ihn beim Arm und band ihn fest gegenüber von seinem Kameraden Dieser sah dies nicht so bald als er ihm zu rief Wie nun du tapfer Held Wer hat dich da angebunden Bist du nicht eine rechte Memme dass du es gelitten hast Der andere sagte kein Wort dazu und sah ganz beschämt auf die Erde ohne sich erklären zu können wie er angebunden worden sei da er doch niemanden gesehen hatte Abrikotine benutzte indes diesen Augenblick zur Flucht ohne zu wissen wohin Leander der sie nicht mehr sah rief dreimal nach seinem Licht blau der kaum die Stimme seines Herrn vernahm als er mit zwei Hufschlägen sich von beiden Räubern befreite und damit dem einen den Kopf dem anderen drei Rippen zerschlug Nun war nur noch Abrikotine wieder aufzusuchen die dem Prinzen ungemein gefallen hatte unverzüglich wünschte er sich zu ihr hin und zugleich war er dort er fand sie so müde dass sie sich an jeden Baum lehnte weil sie sich vor Müdigkeit nicht mehr aufrecht halten konnte als sie Licht blau bemerkte der so lustig ein her trabte rief sie oh wie schön dass ein hübsches Pferd welch Abrikotine in den Freunden Palast zurückbringen kann er näherte sich ihr lichtblau blieb stehen und sie schwang sich hinauf leander nahm sie in seine arme und setzte sie sand vor sich hin oh welche Furcht empfand Abrikotine die sich umschlungen fühlte und niemanden gewahr wurde sie wagte nicht sich zu rühren schloss die Augen aus Furcht einen Geist zu sehen und sagte kein Sterbenswörtchen der Prinz welcher die Taschen voll Zucker Werk hatte wollte ihr etwas davon in den Mund stecken sie schloss aber die Zähne und die Lippen fest zusammen endlich nahm er sein Hütchen ab und sagte zu ihr wie furchtsam bist du Abrikotine dich so vor mir zu fürchten ich bin es ja der dich aus den Händen der Räuber gerettet hat sie schlug die Augen auf und erkannte ihn ach gnädiger Herr rief sie ihr seid ist dem ich alles verdanke ich empfand freilich große Furcht bei einem unsichtbaren Wesen allein zu sein ich war nicht unsichtbar erwiderte er eure Augen müssen euch ein Streich gespielt haben dass ihr mich nicht gesehen habt Abrikotine glaubte es obwohl sie sonst dem nicht einfältig war nachdem sie sich hierauf eine Zeit lang von gleichgültigen Dingen unterhalten hatten fragte Leander sie nach ihrem Alter ihre Heimat und wie sie den Räubern in die Hände gefallen wäre ich bin euch zu sehr verpflichtet sagte Abrikotine um eure Neugier nicht zu befriedigen ich bitte euch nur wenig auf meine Erzählung zu achten als unsere Reise zu beschleunigen eine Fee deren Wissenschaft sondergleichen ist fast eine so heftige Neigung zu einem Prinzen dass sie sich mit ihm vermählte zum großen Ärger aller übrigen Feen die ihr unaufhörlich vorstellten welches Schmach sie ihnen durch ein solches Zeichen von Schwäche antur ihr Unwille ging so weit dass sie sie länger nicht unter sich dulden wollten und so blieb der Feen nichts anderes übrig als dass sie sich in der Nähe des Feenreiches einen großen Palast baute indes der Prinz welcher sie geheiratet hatte wurde bald ihrer überdrussig er war in Verzweiflung darüber dass ihr alles was er nur irgend tat sogleich mithilfe ihrer Kunst erriet sodass wenn er nur die geringste Zuneigung zu einer anderen Dame fasste sie ihm die heftigsten Vorwürfe machte und die hübschesten Mädchen in wahre Scheusahle verwandelte der Prinz welchem ein solches Übermaß von Zärtlichkeit äußerst lästig wurde nahm eines Tages Post Pferde und fuhren die weite weite Welt er versteckte sich in eine Höhle im Grund eines Berges damit die Fee nicht finden solle allein sie fand ihn doch und beschwor ihn zu ihr zurück zu kehren versprach ihm Geld Pferde Hunde und Waffen und was er sonst nur wünschen möchte es half aber alles nichts denn er war von Natur aus stasenig und liebte die Ungebundenheit er sagte ihr nichts als grob halten und nannte sie eine alte Hexe eine Vogelscheuche du kannst dich glücklich schätzen entgegnete sie ihm dass ich vernünftiger bin als du denn wenn ich wollte so könnte ich dich in eine Katze verwandeln oder in eine hässliche Kröte in einen Kürbis in eine Eule aber die größte Strafe die ich dir auferlegen kann ist die dass ich dich deinem Eigensinn überlasse bleib nur du in deiner dunklen Höhle in deinem Loch bei dem Bären ruf nur die Schäferin aus der Nachbarschaft zu dir du wirst mit der Zeit schon erkennen lernen welcher ein Unterschied ist zwischen Bauer Dirnen und einer Fee wie ich die sich so schön machen kann wie immer sie will sie stieg sogleich wieder in ihren fliegenden Wagen und eilte schneller davon als ein Vogel sobald sie zurückgekehrt war versetzte sie ihren Palast an einen anderen Ort und entließ ihre männlichen Wachen und offiziere und nahm statt ihrer Frauen aus dem Amazonengeschlecht in ihren Dienst welche aufs sorgfältigste darüber wachen mussten dass kein Mann diese Insel betrete sie nannte diesen Ort die Insel stiller Freuden denn wahre Freuden pflegte sie oft zu sagen könne man nicht genießen wenn man in der Gesellschaft von Männern lebe ganz nach dieser Ansicht erzöge sie auch ihre Tochter dies ist die Prinzessin der ich diene sie ist die schönste Dame die es je gegeben hat und da bei ihr nur die Freude herrscht so altert man in ihrem Palast nicht ich bin so wie ihr mich seht mehr als 200 Jahre alt als meine Gebieterin herangewachsen war überließ sie die Fee ihre Mutter die Insel gab ihr treffliche Lehren wie sie glücklich leben könne und kehrte in das Feenreich zurück seit welcher die Prinzessin der Insel stiller Freuden ihren Staat auf bewundernswürdige Weise regiert ich erinnere mich nicht dass ich in diese Bösewichte sagten mir sie seien von einem hässlichen Zwerge namens Wüterich ausgeschickt der sich in meine Gebieterin bloß auf ihr Bildnis hin verliebt habe sie umstreiften lange Zeit die Insel wagten es aber nicht sie zu betreten denn unsere Amazonen sind zu wachsam um jemanden durch zu lassen zum Unglück aber ließ ich der die Sorge für die Vögel der Prinzessin übertragen ist eines Tages ihren Lieblings Papagei fortfliegen und aus Furcht ausgeschötten zu werden wagte ich mich unklugerweise über die Grenzen hinaus um ihn aufzusuchen die Räuber erwischten mich und hätten mich ohne eure edelmütige Hilfe mit sich fortgeführt wenn ihr irgendeine Erkenntlichkeit für mich fühlt schöne Apricotina sagte Leander darf ich da nicht hoffen dass ihr mir behilflich seid diese Insel der stillen barrenie alterne Prinzessin zu sehen ach gnädiger Herr versetzte Apricotina wir werden beide verloren wenn wir so etwas wagten es muss euch ja wohl ein leichtes sein ein gut zu entbehren welches ihr noch nicht kennt ihr seid noch nicht in dem Palaste gewesen stellt euch also vor dass er gar nicht vorhanden sei es ist nicht so leicht wie ihr glaubt erwiderte der Prinz aus dem Gedächtnis etwas Genuss wahrer Freuden sei unser Geschlecht gänzlich zu verbannen es kommt mir nicht zu darüber zu entscheiden versetzte Apricotina ich gestehe selbst wenn alle Männer euch glichen so möchte die Prinzessin das Gesetz immerhin widerrufen aber von fünfen die ich gesehen habe sind vier böse Wichte gewesen und ich muss daraus wohl schließen dass es mehr böse als Gute gibt und freuglich ist es besser die Gemeinschaft mit allen zu fliehen unter diesem Gespräch gelangten sie an das Ufer eines breiten Stromes wo selbst Apricotine leicht vom Pferde sprang und indem sie dem Prinzen eine tiefe Verbeugung machte zu ihm sagte lebt wohl gnädiger Herr ich wünsche euch so viel Glück dass die ganze Welt für euch die Insel der Freuden sei aber entfernt euch schleunigst damit unsere Amazonen euch nicht gewahr werden und ich schöne Apricotine erwiderte der Prinz ich wünsche nicht gänzlich von euch vergessen zu werden mit diesen Worten entfernte er sich und begab sich tiefer in das Dickicht eines Waldes der sich in der Nähe des Flusses befand dort nahm er seinen Licht blau Sattel und Zaum ab damit er nach Belieben auf dem frischen Grase weiden könne setzte sich das rote Hütchen auf und wünschte sich nach der Insel der stillen Freuden sein Wunsch war auf der Stelle erfüllt und er befand sich an dem schönsten wunderbarsten Orte der ganzen Welt der Palast war von reinem Golde und wurde von Figuren aus Kristall und Edelsteinen getragen welche den Tierkreis und alle Wunder der Natur die Wissenschaften und Künste die Elemente das Meer mit seinen Fischen die Erde mit ihren Tieren die edlen Übung der Amazonen die Freuden des Landlebens Schäferin mit ihren Herden und Hunden ländliche Arbeiten den Ackerbau die Ernte Gärten Blumen und Bienen vorstellten Aber unter so tausend mannigfaltigen Dingen sah man doch nirgends die Gestalt Irgendeines Mannes oder auch nur eines Knaben Abrikodina hat mich nicht getäuscht sagte der Prinz bei sich es ist alles so wie sie gesagt man hat an diesem Ort jede Erinnerung an uns verbannt Er betrat hierauf den Palast und stieß bei jedem Schritt auf so viel Wunderbares dass er die Augen kaum wieder davon abwenden konnte Gold und Diamanten überraschten hier nicht allein durch ihre Kostbarkeit und Weise wie man sie angebracht hatte überall erblickte er junge Mädchen von sanftem unschuldigen fröhlichen Aussehen und schön wie der junge Tag Leander ging durch eine lange Reihe von Sälen die einen waren mit köstlichen chinesischen Gefäßen gefüllt deren eigentümlicher Geruch nebst ihren seltsamen Farben und Formen so viel Vergnügen macht die Mauern anderer bestanden aus so feinen Porzellan dass das helle Tageslicht durch schien wie der andere waren aus geschliffenen Kristall aus Bernstein Korallen Lapislazuli Agathe und Carneol Das Zimmer der Prinzessin aber bestand aus lauter großen Spiegelgläsern denn ein so lieblicher Gegenstand konnte nicht oft genug vervielfältigt werden Ihr Ton war aus einer einzigen muschelartig geschnittenen Perle verfertigt und mit Armleuchtern von Rubinen und Diamanten umgeben Aller dieser Schimmer aber verschwand vor der unvergleichlichen Schönheit der Prinzessin Ihr kindliches Wesen vereinigte aller Anmut der Jugend mit der feinen sicheren Bewegung eines späteren Alters Nichts kam der Sanftheit und Lebhaftigkeit ihrer Augen gleich genug es war unmöglich irgendeinen Mangel an ihr zu finden Mit holzseligen Lächeln dankte sie ihren Ehrendamen welche sich heut um ihr eine Überraschung zu machen als Nymphen verkleidet hatten Da sie Abrikotine vermisste so fragte sie nach ihr Die Nymphen antworteten sie hätten sie vergebens überall gesucht aber nirgends gefunden Leander welcher der Luft zu sprechen nicht widerstehen konnte ahmte die Stimme eines Papageien nach deren sich mehrere im Zimmer befanden und sagte Reizende Prinzessin Abrikotine wird bald wieder kehren sie war nah daran entführt zu werden wenn ihr ein junger Prinz nicht zur Hilfe kam Die Prinzessin war von dem was der Papagei zu ihr sagte ganz überrascht Du plauderst ganz artig mein kleiner Papagei sprach sie zu ihm du wirst dich aber doch wohl geirrt haben und wenn Abrikotine zurückkommt so wird sie dir die Rute geben sie wird mir nicht die Rute geben erwiderte Kobold indem er noch immer die Stimme des Papageien nachahmte sie wird euch viel mehr erzählen wie große Lust der fremde Prinz hatte diesen Palast zu betreten um euch zu zeigen wie großes Unrecht ihr seinem Geschlecht antut für wahr Papagei rief die Prinzessin es ist schade dass du immer so gesprächig bist ich würde dich dann recht lieb gewinnen ach erwiderte Prinz Kobold wenn ich nur zu plaudern brauche um mir eure Gunst zu erwerben so werde ich keinen Augenblick mehr zu schwatzen aufhören sollte man aber nicht schwören fuhr die Prinzessin fort dieser Papagei in diesem Augenblick trat Aprikotine ins Zimmer und warf sich ihrer schönen Gebieterin zu Füßen sie teilte ihr so dann ihr Abenteuer mit und entwarf ihr das Bildnis des Prinzen mit den lebhaftesten und vorteilhaftesten Farben ich würde fügte sie hinzu vor wie nach alle Männer hassen wenn ich diesen nicht gesehen hätte ach er ist so lebenswürdig sein äußeres sein ganzes Benehmen hat so etwas Edles und Geistreiches gleichwohl mein ich recht getan zu haben dass ich ihn nicht her brachte die Prinzessin erwiderte nichts darauf fuhr aber fort Aprikotine über den Prinzen auszufragen ob sie nicht seinen Namen seine Heimat seine Geburt wisse woher er käme wohin er ginge und versank dann in tiefes Nachdenken Kobold beobachtete alles und fuhr darauf zu sprechen fort wie er angefangen hatte Aprikotine ist eine undankbare sagte er dieser arme Fremde wird vor Kummer sterben dass er euch nicht sehen darf mag er sterben mein Papagei erwiderte die Prinzessin seufzend dir aber der du wie ein verständiger mensch reden willst und nicht wie ein kleiner Papagei dir verbiete ich mir je wieder von diesem Unbekannten zu reden Leander war höchst erfreut dass die Worte Aprikotinens und des Papageis einen solchen Eindruck auf die Prinzessin gemacht hatten ist es möglich sagte er bei sich selbst indem er die Prinzessin mit dem größten Wohlgefallen betrachtete dass dieses Meisterwerk der Natur ewig auf einer Insel eingesperrt bleiben soll ohne dass irgendein Sterblicher sich ihr zu nahen wagen dürfe aber vorher fort mögen doch alle anderen Männer von ihr verbannt sein da ich ihr das Glück habe mich in ihrer Nähe aufhalten sie sehen hören bewundern und lieben zu können es war schon spät die Prinzessin begab sich in einen Saal von Marmor und Porphyr wo mehrere Springbrunnen eine angenehme Kühlung verbreiteten so wie sie hineintrat begann eine herrliche Musik und ein köstliches Abendmahl wurde aufgetragen längs den Seiten dieses Saals befanden sich große Vogelhäuser vor der seltensten Vögel deren Pflege Aprikotinen übertragen war Leanna hatte auf seinen Reisen gelernt den Gesang der Vögel nachzuahmen und ahmte jetzt sogar einige Arten nach die sich hier nicht befanden die Prinzessin horchte auf sah sich um war ganz verwundert stand vor der Tafel auf und ging zu den Vögeln Kobold sang hierauf noch viel anmutiger und lauter und indem er die Stimme eines Kanarienvogels annahm aus dem Stehgreif ein kleines sehrartiges Gedicht Die Prinzessin noch viel mehr erstaunt ließ Aprikotine rufen und fragte sie ob sie einen von den Kanarienvögeln singen gelehrt hätte Sie verneinte dieses zwar meinte aber ein Kanarienvogel könne wohl eben so viel Verstand besitzen als ein Papagei Die Prinzessin lächelte und bildete sich gleichwohl ein Aprikotine müsse dem Vögelchen Unterricht gegeben haben Hierauf setzte sie sich wieder zur Tafel um ihr Abendbrot zu beendigen Leander hatte sich an diesem Tag hinlängliche Bewegung gemacht um einen guten Appetit zu haben Er näherte sich daher der Tafel deren Duft allein schon erquickend war Nun besaß die Prinzessin eine blaue Katze welche sie sehr liebte Eine von ihren Ehrendamen hielt dasselbe auf dem Schoß Gnädige Prinzessin sagte sie Blauhaar hat Hunger Hierauf setzte man die Katze an die Tafel wo ihr ein kleiner goldener Teller vorgesetzt wurde auf welchem sich eine zierlich zusammengelegte Serviette befand Die Katze hatte ein Halsband von Perlen und eine goldene Schelle und fing nun an tüchtig zu schmausen Hoho sagte Corbett bei sich selbst Ein dicker blauer Kater der vielleicht nie Mäuse gefangen hat und sicherlich nicht von besserer Herkunft ist als ich hat die Ehre mit der schönen Prinzessin zu speisen Ich möchte wohl wissen ob er sie ihm so sehr liebt wie ich und ob es billig ist dass ich mich mit dem Geruch begnüge während er so köstliche Bissen speist herauf nahm er die blaue Katze ganz leise fort von dem Lehnstuhl setzte sich hinein und nahm die Katze auf den Schoß Cobalt wurde von niemand gesehen wie wäre dies auch möglich gewesen er hatte er das rote Hütchen auf die Prinzessin legte indes junge Rebhühner wachte und versahen auf den Teller blau Haas und Rebhühner wachte und versahen verschwanden in einen Augenblick sodass der ganze Hof sagte blaubart hat noch nie ein solchen Appetit gezeigt es befanden sich auch auf der Tafel herrliche Raguts Cobalt ergriff eine Gabel und indem er den Fuß der Katze festhielt versuchte er die Raguts oft drückte er die Pfote ein wenig zu sehr und schrie und miaute blau Haar jämmerlich und wollte kratzen als die Prinzessin dies bemerkte sagte sie gib doch dem armen Blau Haar diese Torte und dieses Frikassé seht doch einmal wie er schreit um etwas zu bekommen Leander lachte ganz leise über diesen Spaß aber er hatte auch großen Durst und da er nicht gewohnt war so lange zu Tafeln ohne zu trinken fasste er mit der Pfote der Katze eine große Melone und löschte damit ein wenig seinen Durst dann als das Mahl beendet war eilte er zum Schenktisch und nahm dort zwei Flaschen von einem nektar gleichen Weine die Prinzessin begab sich in ihr Zimmer sie hieß Aprikotinen folgen und die Tür schließen Kobold schlich ihn auf dem Fuß nach und befand sich ungesehen in dem Gemach gesteh nur sprach die Prinzessin zu ihrer Vertrauten du hast in der Schilderung jenes Unbekannten übertrieben er kann unmöglich so liebenswürdig sein wie du sagtest ich beteuere euch gnädige Prinzessin erwiderte Aprikotina dass ich nicht nur nicht zu viel sondern vielmehr bei weitem zu wenig gesagt habe die Prinzessin schwieg einen Augenblick und seufzte ich danke dir gleichwohl fuhr sie fort dass du ihn nicht mitgebracht hast aber gnädige Prinzessin versetzte Aprikotina welche schlau genug war um die Gedanken ihrer Gebieterin zu derschauen wenn er nun hergekommen wäre die Wunder dieser herrlichen Insel an zu schauen was hätte das euch schaden können wollt ihr in einem Winkel der Welt ewig unbekannt bleiben verborgen den übrigen sterblichen wozu dient euch so viel Größe so viel Pracht und Herrlichkeit wenn sie von niemanden gesehen wird schweig schweig du kleine Schwätzerin sagte die Prinzessin und störe nicht die glückliche Ruhe die ich seit 600 Jahren genieße Glaubst du dass wenn ich ein unruhiges geräuschvolles Leben führte ich so alt geworden wäre nur schuldlose stille Freuden können unser Dasein so verlängern haben wir nicht in unseren Geschichtsbüchern von den Umwälzungen der großen Reiche gelesen von den unsicheren Launen eines unbeständigen Glückes von den Verkehrtheiten der Liebe den Schmerz der Trennung den Qualen der Eifersucht Was ist die Ursache all dieses Kummers und all dieser Leiden gewesen was anders als der Umgang der Menschen miteinander ich bin dank seit es der Fürsorge meiner Mutter von all der gleichen befreit geblieben ich kenne nicht Schmerzen noch vergebliche Wünsche weder Neid noch Liebe noch Hass in solcher Ruhe wollen wir immer leben Abrikotina wagte nicht zu entgegnen die Prinzessin hielt einige Augenblicke inne dann fragte sie ob sie ihr nichts darauf zu sagen habe Abrikotina versetzte dann wäre es ja aber unnötig gewesen dass die Prinzessin ihr Bildnis an verschiedene Höfe geschickt hätte wo es doch nur so manchen unglücklich machen werde denn jeder der es erblicke werde das größte Verlangen empfinden die Prinzessin zu sehen ohne es je befriedigen zu können gleichwohl gestehe ich dir sagte die Prinzessin dass dessen Name ich nicht weiß wie gnädige Prinzessin rief Abrikotina ist sein Verlangen euch zu sehen nicht schon groß genug und wollt ihr es noch vermehren ja erwiderte die Prinzessin eine Regung von Eitelkeit die mir bisher unbekannt gewesen ist macht mir Luft dazu Kobold hörte dies alles mit an ohne nur ein Wort davon zu verlieren manches erweckte schmeichelhafte Hoffnung in ihm anderes zerstörte sie gänzlich es war schon spät die Prinzessin begab sich in ihr Schlafgemach und Leander schlüpfte in ein Seitenkabinett um das Vergnügen zu haben sie doch reden zu hören die Prinzessin fragte eben Abrikotina ob sie auf ihrer Reise nichts Außerordentliches gesehen hätte oh ja versetze sie ich bin durch einen Wald gekommen wo ich Tiere gesehen habe die fast wie kleine Kinder aussehen sie hüpfen springen in die Bäume wie die Eichhörnchen ja aussehen ist sehr hässlich aber ihre Geschicklichkeit außerordentlich ach sagte die Prinzessin wie gern möchte ich einige von diesen Tieren besitzen wenn sie nicht so schnell werden könnte man wohl einige fangen Kobold welcher durch diesen Wald gekommen war erriet gleich dass die Rede von Affen war sogleich wünschte er sich dahin fing ein Dutzend Groß und kleiner Affen von verschiedenen Farben steckte sie mit vieler Mühe in einen großen Sack und wünschte sich dann nach Paris da gehört hatte dass man dort für Geld alles haben könne was man nur wünsche bei einem berühmten bei einem berühmten Goldschmied kaufte er einen kleinen Wagen ganz von Gold an den er sechs grüne Affen spannte mit einem Geschirr von feuerfarbenen Marokin mit Gold ausgelegt hierauf begab er sich zu einem bekannten Marionettenspieler von dem er zwei vorzüglich gut abgerichtete Affen kaufte und den einen als König gekleidet in den Wagen setzte den anderen als Kutscher auf den Bock die übrigen Affen waren als Pagen angezogen und das Ganze gewährte einen sehr posierlichen Anblick er steckte hierauf den Wagen und die gestiefelten Affen den König wie die Dienerschaft wieder in seinen Sack und ehe noch die Prinzessin sich zu Bett gelegt hatte hörte sie plötzlich in dem Vorzimmer das Geräusch des kleinen Wagens und ihre Nymphen meldeten ihr die Ankunft des Königs der Zwerge zugleich rollte die Karosse mit dem Affenzug in ihr Zimmer Kobold leitete das Ganze zuletzt ließ er den Affenkönig aus seiner kleinen Goldkarosse steigen und der Prinzessin mit sehr gutem Anstand ein mit Diamanten besetztes Kästchen überreichen sie machte es auf und fand einige sehrartige Verse darin man kann sich ihr erstaunen denken nun tanzten die beiden Pariser Affen miteinander die hier an Geschicklichkeit die berühmtesten Affentänzer ihrer Zeit übertrafen die Prinzessin belustigte sich ungemein daran und lachte anfangs so sehr dass sie beinahe Kopfweh bekam aber unruhig den Verfasser der Verse nicht erraten zu können entließ sie die Tänzer früher als es sonst getan hätte vergeben strengte sie all ihr Nachdenken an das so verborgene Geheimnis zu enträtseln Leander hoch erfreut darüber dass die Prinzessin seine Verse mit so großer Aufmerksamkeit gelesen und die Affen mit so vielen Vergnügen hatte tanzen sehen dachte nun daran ein wenig Ruhe zu genießen deren er freilich sehr bedurfte er hielt sich eine Weile in dem großen Vorfall auf und stieg dann hinab in dem Erdgeschoss stand eine Tür auf er trat ganz leise in das Gemach welches so schön und anmutig war wie er noch nie eins gesehen hatte es befand sich darin ein prächtiges Bett mit goldbesteckten Gardinen von grüner Gase die mit Perlenschnüren zierlich aufgebunden waren die Eicheln bestanden aus Rubinen und Smaragden es war schon hell genug um die außerordentliche Pracht dieses Lagers bewundern zu können nachdem Leander die Tür verschlossen streckte er sich auf das Bett und fiel in einen tiefen Schlaf er erwachte so früh dass ihm die Zeit bis wo er die Prinzessin sehen konnte sehr lang erschien da er sich überall umsah bemerkte er eine zum Malen aufgespannte Leinwand Pinsel und Farben zugleich erinnerte er sich was die Prinzessin am Abend vorher mit Aprikotinen über ihr Bildnis gesprochen hatte und da er besser malte als die ausgezeichnetsten Meister so setzte er sich vor einen großen Spiegel und malte sein Bildnis wie er mit einem Knie sich auf die Erde stützte und das Porträt der Prinzessin deren treues Bild ihm seine lebhafte Fantasie vorspiegelte in der Hand hielt in der anderen Hand trug er eine Rolle mit den Worten lebendiger ist sie noch in meinen Herzen wie erstaunt war die Prinzessin als sie ihr Zimmer betrat das selbst das Bildnis eines Mannes zu finden sie betrachtete es aber noch mit größerem Erstaunen als sie auch das Iriger erkannte und die Worte auf der Rolle ihrer Neugier und ihrem Nachdenken einen reichen Stoff gab sie war allein sie verlor sich in Vermutung endlich aber kam sie zu der Überzeugung Aprikotine müsste die Urheberin dieser anmutigen Überraschung sein nun wollte sie nur noch wissen ob das Porträt dieses schönen Jünglings nur ein Werk ihrer Einbildungskraft sei oder ein Original besäße sie stand hastig auf und rief Aprikotine herbei unterdessen war Kobold das rote Hütchen auf dem Kopf bereits im Zimmer voll Neugier das weitere zu hören die Prinzessin hieß Aprikotinen das Bildnis zu betrachten und ihr ihre Meinung darüber zu sagen sie hatte es kaum erblickt so rief sie für wahr gnädige Prinzessin dies ist das Porträt des edelmütigen Fremden welches ich das Leben verdanke ja er ist es sehr selbst dies sind seine Züge sein Wuchs seine Haare und sein ganzer Anstand du stellst dich überrascht sagte die Prinzessin lächelnd und du hast es doch selbst hierher gebracht ich gnädige Prinzessin erwiderte Aprikotina ich schwöre euch dass ich Zeit meines Lebens dieses Gemälde nicht gesehen habe und wie sollte ich so kühn sein euch irgendwas zu verheimlichen das von Interesse für euch ist durch welches Wunder auch sollte es in meine Hände geraten sein ich kann weder malen noch hat je ein Mann diesen Ort betreten und doch seid ihr hier zugleich mit ihm gemalt ich fange an mich zu fürchten sagte die Prinzessin irgendein Geist muss es hierher gebracht haben wenn ich es wagen darf euch einen Rat zu geben versetzte Aprikotina so verbrennt es auf der Stelle wie schade sagte die Prinzessin mit einem Seufzer mich dünkt mein Zimmer könnte nicht schöner geschmückt sein und indem sie dieses sagte betrachtete sie es mit unverwandten Blicken Aprikotina aber bestand darauf man müsse durchaus einen Gegenstand verbrennen der nur durch Zauberei könne hierher gebracht worden sein sie lief auf der Stelle fort um Feuer zu holen während die Prinzessin an ein Fenster trat weil sie ein Bild nass das so großen Eindruck auf ihr Herz machte nicht länger ansehen wollte da aber Kobold keineswegs gesonnen war es verbrennen zu lassen benutzt er diesen Augenblick um es zu nehmen und sich unbemerkt damit zu entfernen er hatte kaum das Gemach verlassen als die Prinzessin sich umwandte um das schöne Gemälde welches ihr so wohl gefiel noch einmal zu betrachten welches Erstaunen als sie es nicht mehr fand sie suchte es überall natürlich aber vergebens sie fragte Aprikotina die ihr zurückkam ob sie es mitgenommen habe Aprikotina versicherte das Gegenteil und dieses letzte Abenteuer setzte sie vollends in Schrecken sobald Kobold das Bildnis verborgen hatte kehrte er wieder in das Zimmer zurück denn er empfand das größte Vergnügen die schöne Prinzessin so oft als möglich zu sehen und sprechen zu hören er speiste daher auch alle Tage an ihrer Tafel mit Blauhaar der freilich nicht zum Besten dabei fortkam denn es war Kobold weit davon entfernt sich zufrieden zu fühlen da er weder sprechen noch sie sehen lassen durfte und es ist wohl keine Kleinigkeit für unsichtbar Gegenliebe zu erwerben die Prinzessin hatte Sinn für alles Schöne und in ihrer gegenwärtigen Stimmung bedurfte sie der Zerstreuung eines Tages äußerte sie im Kreise ihrer Damen es würde ihr viel Vergnügen machen zu wissen wie die Damen an den verschiedenen Höfen der Welt gekleidet wären um dann die geschmackvollste Mode für sich selbst auswählen zu können mehr bedurfte es nicht um Kobold zu veranlassen die ganze Erde zu durchfliegen er setzte sein rotes Hütchen auf und wünschte sich nach China kaufte dort die schönsten Stoffe und nahm das Muster einer Frauentracht mit er flog nach Siam und tat dort das Nämliche er durcheilte vier Weltteile in drei Tagen und immer wenn er eine gehörige Bürde aufgesammelt hatte kehrte er in den Palast der stillen Freude zurück um sie in einer entlegenen Kammer zu verbergen als er nun auf diese Weise eine große Anzahl kostbarer Seltenheiten gesammelt denn Geld hatte er so viel er wollte die Rose gab alles her begab er sich nach Paris kaufte da selbst fünf bis sechs Dutzend Puppen ließ sie all mit den Stoff begleiten und stellte sie sämtlich dann in dem Gemach der Prinzessin auf als diese hereintrat empfand sie die angenehmste Überraschung die sie nur je gehabt hatte jede der Puppen hielt ein Geschenk in der Hand Uhren Armbänder Ringe von Diamanten und die welche am meisten in die Augen fiel trug eine Kapsel die Prinzessin öffnete dieselbe und fand darin das Porträt Leanders denn das Bild desselben hatte sich ihr von jenem ersten Gemälde so tief eingeprägt dass sie ihn auf der Stelle wiedererkannte sie stieß einen lauten Schrei aus und sagte zu Aprikotinen ich kann nicht begreifen was seit einiger Zeit in meinem Palast vorgeht meine Vögel reden so vernünftig und es scheint dass ich nur meine Wünsche zu äußern bräuchte um sie erfüllt zu sehen ich finde zweimal das Bildnis dessen der dich aus den Händen der Räuber errettet hat und sieh da welche Stoffe Diamanten Stickereien Spitzen und kostbare Seltenheiten was für eine Fee ist es was für ein Geist es ist so angelegen sein lässt mir dergleichen Annehmlichkeiten zu erweisen als Leander dies hörte schrieb er in seine Schreibtafel folgende Worte und warf sie der Prinzessin zu Füßen ich bin nicht Geist und bin nicht Fee doch führe ich tiefes Liebesweh nicht wag ich für euch zu erscheinen auch wohl zum wenigsten mein Los beweinen die Schreibtafel glänzte so von Gold und Edelsteinen dass die Prinzessin sie sogleich gewahr wurde sie öffnete sie und las mit dem größten Erstaunen die Ferse Kobolds dieser Unsichtbare sagte sie hierauf ist also ein Ungeheuer weil er es nicht wagt sich mir zu zeigen ich hab sagen hören gnädige Prinzessin erwiderte Abrikotina dass die Kobolder aus Luft und Feuer bestehen dass sie keinen Körper haben und dass nur ihr Geist und ihr Wille tätig ist ich bin zufrieden damit besitze die Prinzessin ein solcher Liebhaber kann die Ruhe meines Lebens nicht besonders stören Leander war entzückt die Prinzessin mit seinem Bilde so beschäftigt zu sehen und zu hören er erinnerte sich dass in einer Grotte welche sie öfters besuche ein Fußgestell stand welches für eine noch unverendete Diana bestimmt war auf dieses Pideszteil nun stellte sich Leander in einer ganz ungewöhnlichen Kleidung mit einem Lorbeerkranz auf dem Kopfe und einer Lira in der Hand mit Ungeduld erwartete er den Augenblick wo die Prinzessin wie sie es täglich gewohnt war hierher kommen würde als sie die Grotte betrat winkte sie dass man ihr nicht folgen solle da sie allein zu sein wünschte worauf ihre Dienerinnen sich in den Alleen des Gartens zerstreuten die Prinzessin warf sich auf eine Ruhebank und sprach vor sich hin aber so leise dass Kobold nichts davon verstehen konnte dieser hatte anfänglich das rote Hütchen aufgesetzt damit sie nicht zugleich gewahr werde dann nahm er es ab ihr Erstaunen war unbeschreiblich anfangs glaubte sie es sei eine Bildsäule da er unbeweglich in der Stellung blieb welche er angenommen hatte sie betrachtete ihn mit einem Gefühl von Furcht und Freude aber das Vergnügen welches diese so unerwartete Erscheinung ihr gewährte siegte schon über die Furcht als der Prinz plötzlich in Begleitung der Lira einen sanften lieblichen Gesang anruf so anmutig auch die Stimme Leanders war so konnte die Prinzessin auch dem Schrecken der sie ergriff nicht widerstehen sie erbleichte plötzlich und sank ohnmächtig zu Boten Leander sprang bestürzt von dem Fußgestell herab und nachdem er sein rotes Hütchen um von niemandem gesehen zu werden wieder aufgesetzt hatte leistete er ihr mit dem größten Eifer jeden möglichen Beistand nach einiger Zeit schlug sie die Augen wieder auf und sah sich überall um als ob sie in Suche niemand war zu sehen doch fühlte sie dass man ihre Hände festhielt und küsste lange Zeit wagte sie kein Wort zu reden zwischen Furcht und Hoffnung geteilt obwohl sie den Kobalt fürchtete so lieb war er ihr doch wenn er die Gestalt des Unbekannten annahm endlich rief sie aus Kobold artiger Kobold warum bist du nicht der den ich wünsche bei diesen Worten war Leander nah daran sich zu entdecken aber er wagt das noch immer nicht solange ich sie noch erschrecke sagte er bei sie selbst solange sie mich noch fürchtet darf ich nicht auf ihre Liebe hoffen er schwieg daher und zog sich in einen Winkel der Grotte zurück die Prinzessin welche allein zu sein glaubte rief Abrikotine herbei und erzählte ihr das Wunder von der lebendig gewordenen Statue wie anmutig ihre Stimme gewesen sei und wie hilfreich sich der Kobold bei ihrer Ohnmacht erwiesen habe wie schade sagte sie dass der Kobold so hässig und ungestaltet ist denn unmöglich kann irgendjemand liebenswürdiger und gefälligere Sitten haben und wer hat euch denn gesagt gnädige Prinzessin versetzte Abrikotine dass er so hässig ist wie ihr glaubt ach sagte die Prinzessin wenn er dem Unbekannten gliche so würde es mir schwer werden den Vorschriften meiner Mutter zu gehorchen man kann sich leicht vorstellen welches Vergnügen Leander bei dieser Unterhaltung empfand inzwischen wartete der kleine Wüterich welcher an die Prinzessin verliebt war ohne sie je gesehen zu haben mit Ungeduld auf die Rückkehr der vier Männer die er nach der Insel der stillen Freuden abgesandt hatte indes nur einer kehrte zurück der ihm jedoch über alles ausführlich berichtete er erzählte ihm dass die Insel von Amazon verteidigt würde und nur ein mächtiges Heer ihm den Eingang verschaffen könne der König sein Vater war soeben gestorben und Wüterich also unumschränkter Herr geworden sogleich sammelte er ein Heer von mehr als viermal hunderttausend Mann und zog an ihrer Spitze zur Eroberung der Insel aus das war einmal ein schöner General der erste beste Affe hätte sich besser ausgenommen als er als die Amazonen dieses gewaltige Heer erblickten benachrichtigten sie die Prinzessin davon welche ohne Verzug die treue Abrikotine nach dem Feenreiche absandte und ihre Mutter um Rat fragen ließ wie sie den kleinen Wüterich aus ihren Staaten vertreiben solle Abrikotine aber fand die Fee ganz im Zorn ich weiß alles sagte sie was bei meiner Tochter vorgeht der Prinz Leanders in ihrem Palast er liebt sie und sie liebt ihn alle meine Sorgfalt hat sie nicht von einem solchen Schicksal bewahren können geh Abrikotine ich will nichts mehr von dieser Tochter hören deren Ungehorsam mir solchen Kummer macht als Abrikotine diese schlimme Nachricht der Prinzessin hinterbrachte geriet diese in die größte Verzweiflung Kobold befand sich unsichtbar in ihrer Nähe und nahm an ihren Schmerz den innigsten Anteil doch wagte er nicht sie in diesem Augenblick anzureten er erinnerte sich dass Wüterich sehr geldgierig sei und hoffte ihn dadurch vielleicht zum Rückzuge zu bewegen sogleich verkleidete sich Leander als Amazone und wünschte sich in den Wald zu seinem Pferde kaum hatte er Lichtblau gerufen als dieser springend und wirend herbeikam denn er hatte so lange von seinem lieben Herrn entfernt die größte Langeweile empfunden Leander langte in dem Lager Wüterichs an und jedermann hielt ihn für eine Amazone so schön und jugendlich sah er aus Mann meldete dem König dass eine junge Dame im Auftrage der Prinzessin der stillen Freuden Inseln ihn zu sprechen wünsche Wüterich warf sogleich seinen königlichen Mantel um und setzte sich auf den Thron auf welchem er sich ausnahm wie eine Meerkatze die den König spielen will Leander trat ein und sagte ihm die Prinzessin welche ein stilles friedliches Leben den Unruhen des Krieges vorziehe lasse ihm so viel Geld anbieten als er nur irgend wolle im Falle ihr Frieden gewähre schlüge er jedoch dieses Anerbieten aus so würde sie nicht zu ihrer Verteidigung unversucht lassen Wüterich erwiderte er wolle Mitleid mit der Prinzessin haben und ihr die Ehre seines Schutzes bewilligen sie brauche ihm nur hunderttausend Millionen Goldstücke zu schicken so werde er augenblicklich in sein Reich zurückkehren Leander entgegnete ihm dass es zu viel Zeit kosten würde hunderttausend Millionen Goldstücke zu zählen so möge er doch lieber sagen wie viel Zimmerfeuer zu haben wünsche die Prinzessin sei edelmütig und reich genug um ein paar mehr nicht anzusehen Wüterich war außerordentlich erstaunt dass man anstatt zu handeln die geforderte Summe freiwillig noch erhöhte es schien ihm das Beste so viel zu nehmen als er immer könne und dann die Amazone töten zu lassen damit sie zu ihrer Gebieterin nicht wieder zurückkehren könne hierauf sagt er zu Leandern er verlange dreißig große Säle ganz mit Goldstücken gefüllt und gebe sein königliches Wort sogleich dann umzukehren Leander wurde in die Zimmer geführt die er mit Gold füllen sollte nahm seine Rose und schüttelte sie so lange bis Pistolen Quadrubles Louis Dor Goldtaler Rosenobles Souveräne Gineen und Zichinen wie in einem Platzregen herbeistürzten es gab wohl nichts reizenderes auf der Welt als so ein Regen Wüterich geriet außer sich vor Entzücken und je mehr Gold er sah desto größere Lust empfand er die Amazone umzubringen und die Prinzessin seine Gewalt zu bekommen Sobald die 30 Zimmer voll waren rief er den Wachen zu Er ergreift diese Spitzbübeln sie hat mir falsches Gold gebracht Zugleich stürzten sich alle auf die Amazone und im selben Augenblick aber setzte Kobold sein rötes Hütchen auf und war verschwunden Man glaubte er sei entwischt lief ihm nach und ließ Wüterich allein In diesem Augenblick ergriff ihn Kobold bei den Haaren und schnitt ihm den Kopf ab wie einem Huhn Als Kobold den Kopf hatte wünschte er sich in den Palast der Freuden zurück Die Prinzessin ging im Garten auf und hielt sehr betrübt über die Antwort ihrer Mutter und auf ein mittelsinnend wie sie Wüterich zurücktreiben könne Letzteres schien ihr allerdings sehr schwer da sie den vier mal hunderttausend Mann den Tyrannen nur eine kleine Anzahl von Amazon entgegen zu stellen hatte Plötzlich sah sie den Kopf in der Luft schweben ohne dass ihn irgendjemand hielt Dieses Wunder setzte sie in solches Erstaunen dass sie nicht wusste was sie davon denken sollte und ihr Erstaunen wuchs noch viel mehr als man den Kopf zu ihren Füßen niederlegte ohne dass sie die Hand erblickte welche dies tat zugleich vernahm sie eine Stimme welche zu ihr sagte seid ohne Furcht anmutige Prinzessin wüterig wird euch nichts mehr zu leide tun abrikotine erkannte sogleich die Stimme leanders und rief aus für wahr gnädige Prinzessin der unsichtbare der hier spricht ist der Fremde der mich befreit hat die Prinzessin schien erstaunt und entzückt ach sagte sie wenn es wahr ist dass der Kobold und der Fremde ein und dieselbe sind würde es mir großes Vergnügen gewähren ihm meine Dankbarkeit zu zeigen Kobold erwiderte ich will mich bemühen sie noch mehr zu verdienen in der Tat kehrte er sogleich zu der Armee wüterig zurück wo das Gerücht seines Todes sich schon verbreitet hatte kaum zeigte sich Leander so kamen alle auf ihn zu die Hauptleute und Soldaten umringten ohne rechtmäßiger Weise zu gehöre er überließ ihnen sogleich mit großer Freigebigkeit die 30 Seele voll Gold um sie unter sich zu verteilen sodass selbst die gemeinen Soldaten für ihr leblang reiche Leute wurden Leander schickte sie hierauf in kleinen Märschen wieder in ihre Heimat und kehrte dann zur Prinzessin zurück die Prinzessin aber schlief schon und so begab er sich auf das Zimmer wo er gewöhnlich die Nacht zubrachte da er heute ziemlich müde und der Ruhe bedürftig war so vergaß er die Tür wie sonst sorgfältig zu verschließen die Prinzessin indes konnte vor Unruhe nicht schlafen sie stand mit den frühsten Morgen auf und begab sich hinab in ihr Zimmer welche Überraschung aber als sie dort Leander auf dem Bett schlafen fand sie hatte Zeit genug ihn unbemerkt zu betrachten und sich zu überzeugen dass es der ähnliche Jüngling sei dessen Bildnis sie in der Kapsel von Diamanten besaß ist es möglich sagte sie bei sich selbst dass dies ein Kobold ist schlafen denn die Kobolder auch ist dies ein Körper von Luft und Feuer wie Abrikutine sagt sie berührte leise seine Haare lauschte aufmerksam auf seine Atemzüge und fühlte bald die größte Freude ihn gefunden zu haben bald wieder die tiefste Unruhe während sie nun so in seinem Anblick versenkt dastand trat plötzlich ihre Mutter herein mit einem so schrecklichen Getöse das Leander aus dem Schlaf auffuhr wie groß aber war seine Überraschung und sein Schmerz als er die Prinzessin in der größten Verzweiflung erblickte wie sie von ihrer Mutter unter den härtesten Vorwürfen Prinzessin welche jetzt nah daran waren für immer getrennt zu werden die Prinzessin wagte keine Widerrede gegen die schreckliche Fee sie warf nur ihre Augen auf Leander als ob sie ihm um Beistand anflehte Leander sah wohl ein dass er sie wieder den Willen einer so mächtigen Fee nicht zurückhalten könne versuchte jedoch ob er durch Beretsamkeit und Unterwürfigkeit die erzirnte Mutter besänftigen könne er eilte ihr nach warf sich zu ihren Füßen und beschwor sie Mitleid mit ihm zu haben der sein ganzes Glück darin finden würde ihre Tochter glücklich zu machen auch die Prinzessin durch sein Beispiel ermutigt umarmte die Knie ihrer Mutter und beteuerte dass sie ohne Leander nicht leben könne und die größten Verpflichtung gegen ihn habe die unerbittliche Fee ließ in der Sonne hört zu ihren Füßen liegen vergebens flehten sie in den rührendsten Ausdrücken die Fee schien ohne alles gefühlt zu sein und gewiss würde sie nicht verziehen haben wenn nicht in diesem Augenblick die anmutige Fee wunder glänzende als meine teure Schwester ich bin überzeugt ihr habt die Dienste nicht vergessen die ich euch damals erwies als ihr in unser Reich zurückkehren wolltet ohne mich wärt ihr nie wieder aufgenommen worden ich habe nie von euch einen Gegendienst gefordert endlich aber ist der Augenblick gekommen mir eure Dankbarkeit zu zeigen verzeiht dieser schönen Prinzessin will ich denn ihre Vermählung mit diesem jungen Könige und ich bürge euch dafür dass seine Neigung unverändert bleiben wird ihre Tage werden ein Gewebe von Gold und Seide sein diese Verbindung wird euch mit der Vergangenheit versöhnen ich aber werde euch Freude welche ihr mir euch bereitet nie vergessen ich willige in alles was ihr nur wünscht ein meine teure Wunder heut rief die Fee kommt meine Kinder kommt in meine Arme und empfanget die Versicherung meines steten Wohlwollens bei diesen Worten umarmten sie die Prinzessin und Leander worauf die Fee Wunder Holz und ihr ganzes Gefolge welches indessen genaht war einen anmutigen Freudengesang anstammten der ganze Hofstaat der Prinzessin wurde dadurch aus seinen Morgenschlummer erweckt und eilte herbei um die Veranlassung zu erfahren welch angenehme Überraschung für Abrikutina sie hatte kaum die Augen auf Leander geworfen als sie ihn wieder erkannte und da sie die Hand der Prinzessin in der Seinigen sah sogleich erriet was vorgefallen war sie wurde in ihren Vermutungen noch mehr bestätigt als die Fee die Mutter der Prinzessin sagte sie wolle die insel der stillen Freuden den Palast und all die Wunder welche er enthielt nach dem Königreiche Leanders versetzen dort für immer bei ihnen leben und sie mit noch viel größeren Glücksgütern überhäufen da Wunderhold an alles dachte so hatte sie durch ihre Zaubermacht die Generäle und Hauptleute der wüterischen Armee in den Palast der Prinzessin versetzt damit sie Zeugen waren von dem prachtvollen Fest sie zur Hochzeitsfeier veranstalten wollten sie ließe sich in der Tat sehr angelegen sein und eine Menge Bände würden nicht hinreichen die Schauspiele Opern Konzerte Ringelrennen Turniere Wettkämpfe Jagden und andere Festigkeiten zu beschreiben welche bei dieser großartigen Hochzeitsfeier stattfanden wir übergehen dieselben also und melden nur noch dass Leander und seine Gemahlin bis an ihr Ende ein zufriedenes Leben führten dessen Glück durch nichts gestört wurde die Winzbraut es war einmal ein Ritter der fand nicht Lust an Krieg und allerlei wilder und grausamer Hantierung sondern ritt im Land umher um die Armut in den Strohdach Hütten und die Krankheiten zu lindern so viel das in seinen Kräften stand Die Frau des Ritters war ein stilles Weib welches an der Frömmigkeit seines Gemahls wohlgefallen hatte und war Tag und Nacht darauf bedacht ihr einziges Töchterlein in strenger Zucht und gütiger Liebe zur Jungfrau zu erziehen Aber so sehr sich die Mutter auch mühte es gelang ihr nicht den Trotz und Eigensinn zu brechen den das Mädchen von frühester Jugend an zeigte Auch der Vater konnte gegen den Sternsinn seines Kindes nichts ausrichten Und weil die Eltern sahen dass all ihre Güte und Strenge doch nicht zu dem gewünschten Ziele führen würde wurden sie sehr traurig Nach einem Jahre starb die Mutter und bald das Mädchen war kaum 14 Jahre alt geworden folgte dieser auch Ritter Jürgen ins Grab nach Das war das größte Unglück welches das ungezogene Mädchen treffen konnte fiel ihm doch nach dem Tode der Eltern der ganze unermessliche Reichtum zu Nun war sie Herren über viele Knechte und Mägde sogar über Kriegslöte und Jäger geworden nur nicht über sich selbst Um so vielen Menschen befehlen zu können muss man erst selbst gehorchen gelernt haben und um so vielen zu raten und ein großes Besitztum zu verwalten muss man erst selbst weise geworden sein Das beides fehlte dem Fräulein von Jürgens Schloss wie sie die Leute nun nannten aber ihr selbst war es so wie es gekommen war gerade recht die ersten Monate ging auch noch alles ganz gut als aber eines Tages ein blanker Reif über der Welt lag und sie frühmorgens auf dem Söller ihres Schlosses stand und in die glitzernde Herrlichkeit der Felder und Wälder zu ihren Füßen blickte hörte sie plötzlich im Schlosshof das Jagdhorn rufen um den Jägermeister scharrten sich die Jäger und Knappen in grünen Rücken manche saßen auf herrlichen Rossen andere gingen zu Fuß und hielten bellende braungefleckte Hunde an der Leine wieder andere trugen Falken an einem Kettlein an der Hand und wie Ellen so vom Söller herab auf das fröhliche Treiben sah befiel sie eine Lust mit hinauszureiten über die reif kalten Felder in die goldene Frühe sie ließ sich ihr schwarzes Rost satteln und bald sprengte sie an der Spitze des Zuges aus dem Tore der Burg ihr zur Seite ritten zwei junge Falkner und Ellens Haar flog ihr in Wellen um die Schultern und war rot wie die feurige Morgensonne sie jauchzte vor Vergnügen und wenn ein Hirsch in fliegendem Lauf aus dem Dickicht brach spornte sie die Rosse und mit Husser und Horn ging's zwischen den kläffenden Hunden hinter dem Rothirsche drein Tag für Tag geritt das Fräulein vom Jürgenschloss nun auf die Jagd ein herrlicheres Vergnügen gäbe es nicht sagte sie und sie wollte jagen bis an das Ende ihres Lebens in der Burg aber schalteten und weiteten die Leute wie sie wollten machten sich lustige Tage und kein Mensch verbot es ihnen wie die wilde Jagd in den Lüften über den herbstlichen Wald so fuhren die von Jürgenschloss über die Felder und wenn die Bauern den Zug von Ferne kommen sahen dem Wild Ellen auf dem nachtschwarzen Ross immer vorausspringte machten sie ein Kreuz und sagten Gott schütze uns vor der wilden Jagd wo die über die Felder und Wiesen gestampft war da wuchs in dem Jahre kein Halm mehr die Priester beteten in den Kirchen die Glocken läuteten aber Wild Ellen und ihr Gefolge ritten alles da nieder auch einmal es war mitten im Sommer und der Flachs blühte so blau als wäre ein Stück Himmel auf die Erde gesunken rüstete das Fräulein vom Jürgenschloss wieder zur Jagd die weiße Hirschkuh zu erspähen die seit kurzem in den Wäldern ums Jürgenschloss wohnte die trat nachts wenn alles Traum verloren war auf eine der betauten Auen und dort zu grasen der eine wollte sie gesehen haben ganz dicht vor seinen Augen und behauptete sie habe nicht ein weißes Fell sondern eins aus Silber der andere sagte nein ihr Fell ist so wie das einer anderen weißen Hirschkuh auch aber ihre Hufe sind aus Gold diese weiße Hirschkuh wollten sie in der Nacht auf freien Felde zu steckten Waldwiesen vorüber da schallte plötzlich aus dichtem Gebüsch heraus das Horn des Jägers lautes Rufen ertönte die Hunde schlugen an und in wildem Jagen ging's hinter der weißen Hirschkuh her mitten aus dem niederen Tannich durch welches die Jagd hinter dem seltenen wilde Herd rein fuhr erhob sich aber ein gewaltiger Felsblock in dem saß die Frau Holle in jener Nacht zur Rast denn um die Zeit da der Flach sind Blüte steht wandelte sie nachts über die Felder und segnete den blühenden Lein verwundert vernahm sie das stampfen der Rosse und das gekläffe der Meute die wilde Jagd selbst warnt nicht denn die führt um diese Zeit nicht durch die Lüfte und übrigens kannte sie die ganz genau nicht selten hatte sie vor alten Zeiten den Wohrtan an der Spitze der tollen Fahrt über die nächtlichen Wälder begleitet Frau Holle trat also hinaus in die Mondnacht als sie aber den freien Blick über die ruhenden Felder gewann siehe da ging in der Ferne das tolle Reiten und der Nachtwind wehte den Klang des Jagdurns herüber dem gekläffter Hunde voraus flog das gehetzte Edelwild weiß wie das Licht der Nacht und dicht hinter den Hunden schnob das schwarze Rost des Fräuleins von Mürkenschloss über Hecken und Gräben ging's über Busch und Dorn und immer weiter jagte die tolle Fahrt in den Dörfern gingen die Lichter an die Bauern wussten die wilde Jagdbraus daher nicht Feld und Wiese wurden geschont das wehende Gras war in den Grund gestampft die blühenden Flachsfelder wurden verwüstet mitten am blühenden Lein brach das Wild zusammen am Morgen aber rangen die Bauern an den Hainen ihrer verlorenen Felder die Hände denn wieder war die mühevolle Arbeit und die Ernte eines Jahres vernichtet Frau Holle aber die den hochstehenden Flachs in den Grund getreten sah nahm sich der klagenden Bauern an und beschloss ihnen zu helfen wie im Herbst die Stürme kam und das Jagen des wilden Heers in den Lüften war sprengte die Jungfrau vom Jürgenschloss wieder einmal über die frisch gestürzten Äcker da brauste das wilde Heer in der Luft heran und eine Stimme von oben rief nach der Jungfrau die horchte in den tobenden Wind es war als riefe er ihren Namen und jetzt wieder wild Ellen sei meine Braut ohne Zagen fragte die schwarze Jägerin zurück rufst du nach mir so sag wer du bist und lauter klang der Ruf des Sturmes die Erde ist mein Revier wild Ellen wild Ellen jag mit mir und kaum war das letzte Wort in die Nacht verweht da begann das Schwarz Ross unter dem Sporn der Jungfrau zu steigen und höher als Höbens die wallenden Nebel der Heide die knappen Sands und kaltes Grauen flog ihnen ans Herz die schwarze Jägerin aber verschwand von ihren Augen und kein Mensch hat sie mehr gesehen wenn die Föhrenforsten im Wetter zagen so sagen die Leute nun nicht mehr wie einst die wilde Jagd geht durch den Wald sondern sie sagen das ist die Winzbraut die in den Wäldern jagt und wenn irgendwo ein Funkel zur prassenden Flamme sich erhebt und wenn die aus den Dächern schlägt und als glühende Säule über den Giebeln weht so sagen die Menschen das rote Haar der Winzbraut fliegt durch die Nacht und und nun jagt sie auf ihrem schwarzen freunden teilt und auch kommentierst das hilft mir mit meiner Arbeit mehr Zuhörer zu erreichen Das Nusszweiglein Es war einmal ein reicher Kaufmann der musste in seinen Geschäften in fremde Länder reisen Als er Abschied nahm sprach er zu seinen drei Töchtern Liebe Töchter ich möchte euch gern bei meiner Rückkehr eine Freude bereiten Sagt mir daher was ich euch mit bringen soll Die Älteste sagte Lieber Vater mir eine schöne Perlenkette Die andere sprach Ich wünsche mir einen Fingerring mit einem Diamanten Die Jüngste schmiegte sich eines Vaters Brust und flüsterte Mir ein schönes grünes Nuss zwei kleinen Väterchen Gut meine lieben Töchter erwiderte der Kaufmann Ich will es mir fortan merken Lebet wohl Der Kaufmann reiste weit fort und machte große Einkäufer aber er gedachte auch treulich der Wünsche seiner Töchter Eine kostbare Perlenkette hatte er bereits in seinen Reisekoffer gepackt um seine Älteste damit zu erfreuen und einen wertvollen Diamantring hatte er für die mittlere Tochter eingekauft Einen grünen Nuss Zweig aber konnte er nirgends finden so sehr er sich auch darum bemühte Auf der Heimreise ging er deshalb große Strecken zu Fuß wenn ihn sein Weg durch Bäder führte um endlich einen Nussbaum anzutreffen Es war lange vergeblich und der gute Vater fing an betrübt zu werden weil die bescheidene Bitte seines jüngsten und liebsten Kindes nicht erfüllen konnte Endlich als er so betrübt seines Weges durch einen dunklen Wald und einen dichten Gebüsch vorbeilter hinzog stieß er mit seinem Hut an einen Zweig und es raschelte als fielen Hagelkörner herunter Aber es waren Nüsse eine ganze Traube goldener Nüsse die an einen schönen grünen Nusszweig hing Da war der Vater sehr erfreut und brach den herrlichen Zweig ab In demselben Augenblicke schoss ein wilder Bär aus dem Dickicht hervor und stellte sich grimmig brummend auf die Hintertazen als wollte er den Kaufmann gleich zerreißen Mit furchtbarer Stimme brüllte er Warum hast du meinen Nusszweig abgebrochen du Warum ich werde dich fressen Eben vor Schreck und Zittern sprach der Kaufmann Lieber Bär friss mich nicht lass mich mit dem Nusszweig gleich meines Weges ziehen Ich will dir einen großen Schinken und viele Würste dafür geben Aber der Bär brüllte weiter Behalte deinen Schinken und deine Würste Wenn du mir versprichst mir zu geben was dir zu Hause am ersten begegnet So will ich dich nicht fressen Das versprach der Kaufmann gern denn er dachte dass sein Puder ihm wie immer als erstes entgegen laufen würde und den wollte er gerne opfern um sich das Leben zu retten Nach einem derben Handschlag tappte der Bär ruhig ins Dickicht zurück Der Kaufmann atmete erleichtert auf und eilte so schnell als möglich nach Hause Der goldene Nusszweig prangte herrlich am Hut des Kaufmanns als er seiner Heimat zueilte freudig hüpfte das jüngste Mäklein ihrem lieben Vater entgegen mit tollen Sprüngen kam der Pude hintendrein die älteren Töchter und ihr Mutter schritten etwas weniger schnell aus der Haustür um ihn zu begrüßen aber wie erschrak der Kaufmann als seine jüngste Tochter das erste war die ihm entgegen flog bekümmert und betrübt entzog er sich ihrer Umarmung und sagte den Seinigen sofort nach den ersten Grüßen wie es ihm mit dem Nusszweig ergangen war erweinten alle und wurden betrübt nur die jüngste Tochter behielt ihren Mut und nahm sich vor das Versprechen des Vaters zu erfüllen die Mutter aber ersann bald einen guten Rat und sprach ängstigen wir uns nicht meine lieben sollte der Bär wirklich kommen und dich dieser Vorschlag erschien allen gut und die Töchter waren wieder fröhlich und freuten sich über die schönen Geschenke die Jüngste trug ihren Nusszweig immer bei sich sie dachte bald gar nicht mehr an den Bären und an das Versprechen ihres Vaters doch eines Tages rasselte ein dunkler Wagen durch die Straßen und hielt vor dem Haus des Kaufmanns der hässliche Bär stieg aus Vater die Erfüllung seines Versprechens Schnell und heimlich wurde die Hirten Tochter die sehr hässlich war herbeigeholt schön geputzt und in den Wagen des Bären gesetzt Als der Wagen in voller Fahrt war legte der Bär sein wildes zottiges Haupt auf den Das Mädchen fing ihn an zu kraulen aber sie machte es dem Bären nicht recht und er merkte dass er betrogen worden war Da wollte er die Hirten fressen doch in ihrer Tor des Angst sprang sie rasch aus dem Wagen Da fuhr der Bär wieder vor das Haus des Kaufmanns und forderte furchtbar drohend die rechte Braut So musste denn das liebliche Mädel nach ihrem schweren bitteren Abschied mit dem hässlichen Bräutigam fortfahren draußen legte er seinen rauen Kopf auf das Mädchen Schoß und brummte graule mich graule mich hinter den Ohren zart und fein sonst fress ich dich mit Haut und Bein und das Mädchen kraulte ihn so sanft dass es ihm behagte und sein furchtbarer Bärenblick freundlicher wurde so dass die arme Bärenbraut allmählich Vertrauen zu ihm gewann Die Reise dauerte nicht lange denn der Wagen fuhr ungeheuer schnell so als brause ein Sturmwind durch die Luft Bald kamen sie in einen sehr dunklen Wald und dort hielt plötzlich der Wagen vor einer finster gähnenden Höhle Das war die Wohnung des Bären Oh wie zitterte das Mädchen besonders als der Bär sie mit seinen furchtbaren Klauen Abend umschlang und freundlich brummend zu ihr sagte Ihr sollst zu froh und glücklich sein Wenn du dich brav benimmst wird mein wildes Getier dich nicht zerreißen Als beide in der dunklen Höhle einige Schritte getan hatten schloss er eine eiserne Tür auf Da kamen sie in ein Zimmer das mit giftigem Gewürm angefüllt war Das züngerte ihnen gierig entgegen Dazu Sieh dich nicht um Nicht rechts Nicht links Gerade zu so hast du Ruhe Da ging das Mädchen ohne sich umzublicken durch das Zimmer und es regte und bewegte sich kein Wurm Und so ging es noch durch zehn Zimmer und das letzte war von den scheußlichsten Kreaturen angefüllt Drachen und Schlangen gift geschwollene Kröten Basilisken und Lindwürmer Und der Bär brummte in jedem Sieh dich nicht um Nicht rechts Nicht links Gerade zu So hast du Ruhe Das Mädchen zitterte und bebte vor Angst und Entsetzen wie Espen Laub Doch sie blieb standhaft und sah sich nicht um Nicht rechts Nicht links Als sich aber das zwölfte Zimmer öffnete Da strahlte ihnen ein glänzender Lichtschimmer entgegen Liebliche Musik ertönte und es jauchzte überall wie Freudengeschrei wie Jubel Ehe sich die Braut nur ein wenig erholen konnte von all dem Entsetzlichen tat es einen furchtbaren Donnerschlag Sie dachte Erde und Himmel brechen zusammen aber bald herrschte wieder tiefste Stille Der Wald die Höhle die Gift Tiere der Bär alles war verschwunden Ein prächtiges Schloss mit goldgeschmückten Zimmern und schön gekleideter Dienerschaft stand dafür da Der Bär war ein schöner junger Mann geworden Er war der Fürst dieses herrlichen Schlösses der nun sein liebes Bräutchen ans Herz drückte und ihr tausendmal dankte dass sie ihn und seine Diener so liebreich aus der Verzauberung erlöst hätte Die junge Fürstin behielt aber immer ihren schönen Nusszweig angesteckt Er hatte die Eigenschaft nie zu verwelken Sie trug ihn so gern weil er der Schlüssel ihres großen Glückes geworden war Bald wurden auch ihre Eltern und Geschwister von ihrem freundlichen Geschick benachrichtigt und sie wurden für immer zu einem herrlichen Leben von den Bärenfürsten auf das Schloss genommen Monscheinmärchen In jener grauen Uhrzeit von welcher sich die Menschen die verworrensten Begriffe machen war es wie neue Forschung Lehren mit der Welt folgendermaßen beschaffen Die Erde war alles und außer ihr gab es nichts Nur eine falsche Bescheidenheit späterer Zeiten hat vom Chaos oder Universum gefabelt aus welchem unser guter Ball nebst vielen anderen Ballen und Bällchen hervorgesprungen sei Die Erde hatte aber dazu mal die Form eines Nestes Nämlich in der Mitte war sie einige tausend Meilen vertieft und die Seitenflächen entbogen sich als schützende Ränder hoch und weit über Es gab weder Gras noch Baum weder Tier noch Menschen auf der Erde und schien keine Sonne Dennoch war es auf ihr und in der Höhlung des großen Nestes weder unfein noch still noch dunkel Ihre Oberfläche war glatt und sanft anzufühlen wie der feinste Samt Sie sang sich selbst ein süßes Lied von jener frohen Ewigkeit vor und phosphorizierte dabei im buntesten Lichte Dieser selige Zustand hat ziemlich lange gedauert Endlich aber wieder nichts ungestört bleiben kann regte sich ein gefährlicher Fürwitz in der Erde und sie sprach so zu sich selbst zu ein Nest ohne Eier Meine Bestimmung ist nur halb erreicht Flugsam fand sie ihre Einsamkeit und die Sehnsucht nach Eiern aus denen sich wie sie meinte die anmutigsten Gesellschafter und Gespielen für sie entwickeln würden Wie froh erstaunte sie als sie eines Morgens beim Erwachen in ihrem Schoße eine Menge der schönsten Eier fand Auf welche Art sie dieselben gewonnen auf welchem geheimnisvollen Wege der Zeugung ihr diese Bescherung geworden darüber schweigt Geschichte und Märchen genug sie lagen in Kreisen gereiht im Grunde des großen Nestes waren durchsichtig wie die Edelsteine herrliche Figuren schmückten die glänzenden Schalen im Inneren pulsierte es ein eigenes wildkräftiges Leben Mutter Erde vor Freude ganz Wirblicht machte eine schräge Bewegung woraus später die Schiefe der Ekliptik entstanden ist erinnerte sich aber noch zur rechten Zeit ihrer neuen Pflichten nahm sich zusammen und weinte nur einige Tränen in den unendlich leeren Raum hinab darauf begann sie liebevoll ihr vertrautes gut zu wärmen und machte tausende Pläne wie sie mit den Vöglein wenn sie aus den Eiern gekrochen wären freundlich und herzlich verkehren wolle Unter diesen Sorgen Gedanken und Träumereien war es in dem einen Eier rege geworden es pickte und eine leuchtende beflügelte Gestalt brach durch die Schale Anfangs war sie noch einigermaßen in den Grenzen erträglicher Größe aber mit Sturmeseile wuchs sie wahrscheinlich durch die einströmende atmosphärische Luft geschwellt ins Ungeheure sodass der Erde vor dieser Geburt Angst und Bange wurde doch fasste sie sich und sagte Gesell du wirst nicht vergessen werde deine Stärke also gepflegt komm sei mein Freund was Freund fuhr sie der feurige Recke an ich habe nicht Zeit zur Empfindsamkeit meine Bahn geht selbstständig durch die unermesslichen Räumer und damit schoss er fort der Undankbare und ward der erste Fixstern Seinem Beispiele folgten die anderen Geburten die nun bald nacheinander kamen sie wollten alle nichts von häuslichkeit und gemütlichem zusammenleben wissen vielmehr eigene fortune droben im blauen machen was ihnen denn auch gelungen sein muss wie der gestirnte Himmel besagt nur nur ein flüchtling eine schöne üppige person von lebhaftem temperament bereute den undank hat sie ein paar millionen meilen weit fortgerannt war hielt innen ihrem wüsten laufe und ward feuerrot vor scham sie sieht sich noch immer von zeit zu zeit nach dem verlassenen nesto um und das erröten dauert auch noch fort welches uns sehr zustatten kommt denn wenn die sonne sich nicht so schämte und uns dadurch nicht mit einheizte wären wir alle längst erfroren weil die dinge bald eine betrübte gestalt annahmen wie ich gleich erzählen werde zuerst schüttete die erde in ihren hoffnungen so schmerzlich getäuscht einige noch nicht ausgekommene eier zornig überbohrt sie fielen eine geraume zeit unaufhaltsam in die tiefer endlich stießen sie doch irgendwo in eine scharfe weltecke die schalen zerbrachen und die unreifen geburten taumelten heraus diese haben nun ein leben und haben keins im halbwachen traume schießen sie hierhin und dorthin ziehen einen feurigen schweif von allerhand eulenspiegeleien hinter sich her und sind mit einem Worte unglückselige Kometen auf die am ganzen Sternenhimmel kein Verlass und doch was gehen uns die Kometen an auf der Erde entstanden ganz andere Formen der misslungenen freundlichen Absicht zuvörderst zog sie sich aus der offenen Nestgestalt in die abgeplattete Kugelform zusammen welcher nur bis auf eine geringe Tiefe etwas anzuhaben ist sodann schlug sich in ihren eingeweihten durch einen heftigen Gallenerguss Pro Toys der Metallkönig nieder der also eigentlich der kristallisierte darauf um ihr einigen Ersatz zu geben geschah die Schöpfung in sechs Tagen mit Kräutern und Bäumen Fischen Vögeln Vierfüßigen Getier und endlich dem Menschen die Erde tröstete sich wohl als sie das alles auf sich grünen und blühen krabbeln und zappeln sah aber dann war es ihr doch wieder nicht recht und sie sprach alle Tage unzählige Male zu sich selbst das tut doch alles nicht und so oft sie das für sie sagt stirbt oder verdurrt etwas Protois aber der Metallkönig der alte Verdruss drängt sich unaufhaltsam an das Tageslicht denn es ist nicht wahr dass die Menschen ihn suchen und dass er gern in seinen dunklen Kammern bliebe nein er blickt und lockt nach ihnen aus dem finsteren und wenn er ihnen nicht anders beizukommen vermag so sucht er ihre Träume heim dann müssen sie von Unruhe gepeinigt die Erde aufreißen und ihr Elend herauffördern denn wenn er oben ist zu ergreifen den alten Grießgram kindische Launen er kann nicht leiden in zerstückelten Gliedern sich durch die Welt zu breiten er will immer beisammen sein aus dieser Sehnsucht des Metalls nach sich entstehen dann alle Plagen welche das unglückliche Menschengeschlecht heimsuchen Krieg Eigennutz Dieberei Raub denn so strebt zum Beispiel der aufgespeicherte Vorrat an Schwertern Gewehren und Kanonen in den Zeughäusern des einen Landes nach seines gleichen in dem anderen das Eisen reizt durch geheime Einflüsse den Armen des Menschen so lange bis dieser sich zu seinem Dienste darbietet und es mit großem Getöse aus dem Verschluss hervorholt heißt es die und die Nation haben der anderen den Krieg erklärt Nun ziehen die Heere oder vielmehr die verstreuten Glieder des Brothois einander entgegen Endlich treffen sie sich und es gibt ein frohes Wiedersehen und Umarmen bei welchem die dazwischen befindlichen Menschen übel wegkommen Das nennen sie dann eine Schlacht und meinen sie wären es dieselbige geschlagen während doch nur Eisen und Stahl sich lebhaft begrüßten und die Schlünde des Erzes einander feurige Küsse zu werfen Ebenso geht es mit Silber und Gold Wo dessen eine Menge vorhanden ist da regt sich in ihm die Lust mit einem Schatze der woanders liegt verbunden zu sein Die bösen roten und weißen Zauber Augen schauen nach Händen um welche den Gefallen ihnen täte der Wucherer und Betrügerer den sie Erblicken wird von ihnen bestrickt und er muss daran und mit allerhand schlimmen Künsten die getrennten Horten zusammenbringen Er meint den Mammon zu haben und der Mammon hat ihn Aber über den Redlichen ist er diesem die Gewalt versagt daher der auch für diese Vereinigung der Metalle nichts tut den Proteus wenn dieser sich aus Irrtum einmal zwischen seinen Fingern verirrte sogleich wieder aus Also geht es zu in der Welt das wissen wir alle Wie anders und schöner es aber geworden wäre wenn die Erde die Vöglein aus den Eiern sich zur Gesellschaft hätte ausbrüten können das deutet in gewissem Maße uns der Mondschein an nämlich als schon die Fixsterne die Flucht ergriffen hatten und die Kometen zu früh zur Welt gekommen waren tönte es aus einem Winkel gar lieblich und bat um milde Behandlung die Erde sah nach und bemerkte dass eins der Eier zurückgeblieben war dessen inwendiges sich eben zum äußeren Leben hindurch drang es war eine sanfte Mädchengestalt viel sanfter und zarter als die anderen welche sobald sie nur auf ihren kleinen Füßen stehen konnte unaufgefordert der Erde den Eid der Treue leistete und versprach ihr immer hold und gegenwärtig zu sein die Erde aber welcher der undank der übrigen tief erbitterte und in welcher sich schon Brothäus der Metallverdruss abgelagert hatte ließ wie es in solchen Fällen geht die unschuldige büßen verstieß sie mit harten Worten und rief sie möchte sich ihre Kameraden am Sternenhimmel suchen ihr solle sie nicht vor die Augen kommen und damit schüttelte sie sich dermaßen dass die arme kleine Luna eine weite Strecke weit geschleudert wurde aber sie ließ sich in ihrer treuen Sinnigkeit nicht irre machen war ihr auch ein näheres Verhältnis untersagt so konnte ihr doch niemand verbieten der zornigen Mutter zu folgen und sie in gemessener Entfernung zu umkreisen das hat sie denn nun auch redlich die vielen tausend Jahre her getan und wird es tun bis an der Welt Ende was aber wahrscheinlich noch lange ausbleibt der Zorn der Erde ist längst vorüber und sie lecht eigentlich im stillen Innix nach der Vereinigung mit Lunen allein diesem Umstand tritt die inzwischen entstandene Schöpfung entgegen der sie voraussehen lässt dass wenn die beiden großen Mächte und Felder Tiere und Menschen dazwischen zerquetscht werden würden und solches verderben wir nun die Erde als gute Haushälterin nicht und so hat denn an ein Auskunft Mittel gedacht werden und Luna hat sich entschließen müssen nur zu scheinen der Mondschein ist der schwärmerische Ersatz für den Kuss der Mutter und Tochter er ist kein bloßer Schein Luna haucht in ihm ihre Liebe an den Busen der Mutter welche davon bis in ihre Tiefen selig erschüttert wird nicht Geheimes oder Unbekanntes verkünde ich was ich erzähle ist jedem bewusst wer hat nicht die Zauber der Mondnacht empfunden alle Geschöpfe fühlen dass etwas Großes Liebes vorgehe und sind in einer Art von Verwandlung die Läuber der Bäume zittern die Blumen spenden süßen Duft die Lilien schicken leichte Flämmchen aus ihren Kehlen die Vögel singen im Schlafe und in den Herzen der Menschen sprießt die Liebe immer stärker wird das Verlangen Lunas nach der guten gekränkten Mutter sie wächst mit ihren Wünschen und wird aus der Sichel zur Halbscheibe aus dieser zum Vollmunder aber Protos dem alles sanfte zerfließen ein Gräuel ärgert sich und er grimmt zu wilden Gedanken wenn die Sachen so weit gekommen sind die Ärzte in den Schachten rauschen und glimmen die Waffen in den Rüstsälen klirren die Goldstücke und Taler in den Säcken der Reichen klappern unheimlich vor diesem bösen Wesen erschrickt Luna nimmt ab bis zum Neumonde und scheint für immer verschüchtert zu sein aber wer kann das herz zwingen kaum hat sich der grimmige Protos wieder etwas zur Ruhe begeben so blinkt auch die Liebe sicher wieder am Saume des Horizonts hervor und das trauliche Spiel beginnt aufs Neue den Tod hätten wir gewiss alle davon wenn Luna das Verbot der Mutter überwände und sich anstatt des Scheins an ihr Herz legte aber gedenke ich wie glücklich mich schon der Mondschein gemacht hat in welchen süßen Frieden er mich einschlummern gewiegt so möchte ich mir oft einen so frohen Untergang wünschen nach welchem wir vielleicht als leichte Wolkenträume in einer höheren Ordnung der Dinge wieder auferständen von zu von von Untertitelung. BR 2018